Horchen Sie auf, lehnen Sie sich zurück und hängen Sie ab. Denn jetzt, endlich, gibt es eine neue Folge von StrickerTV. Okay. Wir sind ein bisschen aufgehalten worden. Ich bin behindert worden vom Verkehr. Aber jetzt sind wir da. Und apropos Verkehr reden wir gerade von Tesla. Nein, verzeihung, du hast gesagt, du bist auf 150. Lieben Zuschauer, wir reden da mal auf Schweizerdeutsch. Wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Aber subscribe zum Kanal und drücke das Daumen über die Glöckchen, damit ihr auch wirklich notifiziert werdet, wenn wir unsere Inhalte posten. Danke vielmals und teilen, kommentieren. Wir lesen es nicht, aber es ist gut fürs Ranking. Danke vielmals und jetzt geht es los. Wieso bist du auf 150? Ich bin auf 150, weil ich leider Gottes immer noch bei den Social Media mit dabei bin, insbesondere Facebook, wo unterdessen bei mir praktisch nur noch zu einer Politikplattform verkommen ist. Ich bin da nicht unschuldig, ich muss es ehrlich sagen. Also ich poste auch praktisch nur noch politische Sachen da drauf, weil ich noch versuche, ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich noch zwei, drei Leute auf dieser Welt kann aufrütteln und aufwecken und denen irgendwie zeigen, dass was da politisch abläuft, nicht nur in der Schweiz, in Europa, international, einfach ein Wahnsinn ist. Und dass generell Politik ein Wahnsinn ist. Und weder links noch rechts, es ist einfach alles Mist. Und das wollte ich eigentlich vermitteln. Aber was mich aufregt, ist, dass viele Leute das nicht verstehen. Sie verstehen es nicht, wenn ich es sage. Okay, vielleicht sage ich es falsch. Sie glauben allen Mist, was in der Zeitung kommt. Sie glauben jeden Mist, was in der Tagesschau kommt. Und am anderen Tag ist Facebook voll mit Habt ihr gesehen, uhuhuhu, Elektroautos sind scheisse. Am anderen Tag wieder Habt ihr gesehen, Greta ist Doktortitel und ahaha und hiha. Und ich denke so, mein Gott, wie kann man so blöd sein? Aber ich glaube, für mich wäre es eigentlich gesünder, wenn ich einfach Social Media abstellen würde. Und einfach sagen, okay. Also ich kann sagen, ich habe ja bei Facebook mich Etappen entzuchtet, sage ich mal. Der beste Tipp war, dass ich die App gelöscht habe auf dem Handy. Man konnte nicht mehr zugreifen, aber es war mühsamer. Man musste natürlich posten, hat man mühsamen Adressen eingeben, dann den Link kopieren, kann ich einfach nur noch teilen. Und das hat mich in der Mentalhygiene schon mal, das hat mich schon super glücklich gemacht. Und dann habe ich eigentlich eine Frage gemacht, wie du, all der Scheisse immer und jeder ist ja voll der Narzisst. Wir ja auch, darum sitzen wir da und tun uns das Zeug erzählen. Aber jeder hat so eine totale Nabelschau und jeder weiss alles am besten. Und ich habe einfach gemerkt, es ist am Schluss nur noch, zum anderen das doofen Wahrbrauchen, wirklich nur noch vergiftet. Und ich habe gemerkt, ich kann die Welt eh nicht verändern. Und ich habe gemerkt, dass am Schluss, ja, jetzt mit dir reden ist super, ich kann über Politik reden und über alles, aber sich da wirklich aufopfern und Lebenszeit verschwenden, dass man da quasi seine Mission zur Entblödung der Menschheit da auf Facebook geht, das ist etwas, was mir abgelöst hat. Und darum habe ich vor einem Monat, glaube ich, ein Post gemacht, das das letzte Post ist. Da habe ich, ich habe jetzt bei Donny abgestellt, dort etwa 1000 Leute darauf, von denen wir gefolgt sind. Ich hoffe nicht, dass sie das Gefühl haben, dass ich sie defriended habe. Aber ich bin kurz davor, wirklich clean zu werden. Und stattdessen lieber auf YouTube wechseln, weil das ist ein Format, um miteinander quatschen, sich in die Augen schauen, und es macht einfach viel mehr Spass. Das sollte man meinen, ja, aber hast du wahrscheinlich jetzt mitbekommen, was jetzt in den USA losging. Nein, es ist glaube ich auch schon in Europa, aber in den USA hat es ein paar ganz Grosse getroffen. In Europa aber auch. YouTube fängt ja jetzt an, richtig, richtig krass zu rüber. Und sie haben ja jetzt neue Richtlinien rausgegeben, wo sie ganz klar sagen, wir entscheiden, welcher Content genehm ist. Es gibt ein neues Wort, das ist Wahnsinn, das muss man mal lesen. Es heisst jetzt Grenzinhalte. Das Wort hat es nicht gegeben, das haben sie erst erfunden. Ich habe das vorher noch nie gehört. Ich bin jetzt, jetzt dann 48, und ich habe das Wort noch nie gehört. Ich meine, hättest du das gekannt? Nein. Also in Amerika brauchen sie ein anderes Wort, sie sagen jetzt dort Hate Speech. Ja, nein, das gibt es auch. Hate Speech. Und Hate Speech ist ja auch etwas, was nicht definiert ist. Ist auch nicht definiert, aber Hate Speech kann man ja noch sagen, okay, wenn ich sage, du bist ein verdammter Arschloch, okay. Nein, du kannst es sagen, die CDU ist eine scheisse Partei und dann ist es Hate Speech. Ja. Du kannst gar nicht mehr sagen, du kannst alles dann bias... Aber ich finde Grenzinhalte, finde ich noch viel schlimmer, weil Grenzinhalte kann alles sein, das kann sein, wenn jemand sagt, ich finde den Kilenturm zu hoch, das ist Grenzinhalte, weil man sollte nicht über Kilenturm reden. Hat mit Hate gar nichts zu tun. Ja, aber es ist gleich, du kannst sagen, ja, die, 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 wo ist Hate Speech, du bist gegen Religionsfreiheit... Ja, aber ich sage, du kannst ja alles, und dort haben sie ja jetzt, die lustigen Beispiele, die sie gebracht haben, sie haben sogar noch zwei Beispiele aufführt, das eine war, flache Erde, das heisst, flache Erde ist für sie ein Grenzinhalt, und, und der tun sie nicht mehr tolerieren, also wenn du jetzt ein Video machst, und schreibst, die Erde ist flach, dann wird das von YouTube gelöst. Und sie haben genau wissen, dass du das törfste Fall einen Beispiele nehmen, weil der weiss, dass es Piraweiche ist, bei 9-11 getraut, sich nicht zum Schreiben, wieder... Ja, aber das Zweite ist auch schon so dorthin gegangen, irgendwo in die Richtung. Und das Nächste, wo es kommen wird, ist natürlich die ganze CO2-Geschichte, das wird nicht mehr lang gehen, dann werden alle, die sagen, der menschengemachte Klimawandel ist vielleicht fragwürdig, wenn man es so formuliert, wird auch gelöst werden von YouTube, natürlich, das wird nicht mehr lang gehen. Und den Impfgegner, ich bin ja selber pro Impfungen, auf jeden Fall, ich finde das natürlich, dass man es macht, aber wenn man anfängt, das Zeug alles zu verbieten, was bewirkt denn das? Es gibt ein Faust im Sack, es gibt am Schluss einfach ein Gegenpublikum, das dann gar nicht mehr zu Wort kommt. Und in den USA ist es so ganz schlimm, weil es dort, wenn sie dort gesperrt haben, oder der Watson, oder was ist das alles? Das sind alles relativ harmlose Leute. Ich hatte jetzt zum Teil, das ist ja von Facebook gesperrt worden, der Watson-Typ, okay, ist zu spitz, ist nicht dummig sympathisch, oder der Schwule dort, darf man das noch sagen? Oder ist das schon... Ist auch schon schwierig, ja. Okay, aber wie heisst er, der Koppel-Liapolis, der Milo-Liapolis, oder so, der ist sicher extrem, zum Teil unsympathisch, in dem, was er sagt, und völlig schon ein bisschen, ein bisschen primitiv, sage ich mal, aber er hat nie gross geflucht, er hat einfach gewisse Feministinnen ins Enkel gestellt, und nichts, was man sagen muss, das ist verboten, und alles ist gerade alt-right, rechtsextrem, alles ist einfach nur da, dabei. Jetzt zum Beispiel, es hat einer, der hat, der hat eine YouTube-Sendung, jetzt habe ich den Namen vergessen, nicht Carl Benjamin, ein anderer Benjamin, Owen, Benjamin Owen, heisst er, glaube ich. Das ist ein lustiges Setup-Comedian, den ich recht lustig finde, aber der hat seit, der hat etwa 300'000 Followers auf YouTube, und der zieht ihn über die Juden her, aber wirklich, voll über die Juden, und den lassen sich unangetastet, aber ein, ein, ein Carl Benjamin, das Argon of Akade, weiss nicht, ob du den kennst, der hat einfach mal einen Tweet, der ist zwar immer noch auf Facebook, auf YouTube drauf, aber aus Twitter und so ist er gebannt worden, weil er, ja, aus schadenscheinigen Gründen, und so weiter, und die ganze Clearance, die da passiert, das Reinigen, das passiert fast nur nach rechts, das ist ein Skandal, das ist ein grosses Problem, der Crowder ist ja ein grosser, ich glaube, der hat etwa 1,5 Millionen, das ist super, der hat es demonetarisiert, der ist immer noch online. Ja, ja, das machen sie ja jetzt, das ist ja der neueste Trick, sie sagen ja nicht, es gibt auch Sachen, wo es automatisch löscht, natürlich, aber es gibt ja viele Kanäle, bei grossen Kanälen, wo es merken, okay, dann sagen sie einfach, Steven, glaube ich, genau, Louder with Crowder, und der hat eine super Sendung, wer das interessiert, und gut Englisch kann, Change My Mind, Change My Mind, das ist sensationell, ja, das ist sensationell, obwohl ich jetzt pro Abtreibung bin, also ich finde, das Recht sollten Frauen haben, finde ich nicht, können wir gerne darüber reden, aber es ist sehr interessant, wie er, wie er auf das eingeht, wie er, wie er wirklich das zum Teil demaskiert, einfach die Floskeln, die, die plumpen Sachen, eben so Hate Speech, is a Myth zum Beispiel, die Sendung, hat es ihm auch richtig weh, weil seine Gegner, also seine Gesprächspartner, sage ich mal, er ist auch kein Trick natürlich, er ist verbal extrem gut, und ist natürlich all den Gesprächspartner massiv überlegen, aber er ist immer höflich und versucht, sachlich zu bleiben, und er hat jetzt immer so dumme Linke, ich sage jetzt mal, im Hintergrund, einfach so reinwäffelt und primitives Zeug trägt ihm nicht, die Hände schütteln, und er ist nicht alle verdammt da, und dass sie ihn verbieten wollen, wegen wann hat sie das wollen, weil er einen Kritiker von Fox, einen Journalisten, irgendetwas über seine Homosexualität, Vox, nicht Vox, Vox, ja, das ist so ein Magathine, ja, Vox, genau, etwas über seine Homosexualität gesagt hat, dann hat es geheissen Hate Speech, oder so, und jetzt heisst es aber, sie würden die Demonetarisierung aufheben, wenn er aufhören, seine Tastchen zu verkaufen, oder so etwas. Okay, das ist absurd. Das ist absurd. Ja, das ist absurd. Das ist absurd. Man könnte natürlich jetzt argumentieren, wenn wir noch den Bogen zum Libertarismus machen wollen, YouTube ist eine private Firma, die dürfen machen, was sie wollen. Und da kommst du in die Bredouille mehr als Libertarier. Überhaupt nicht. Ein bisschen schon, aber erzähl mal. Ja, könnte man jetzt natürlich argumentieren und sagen, gut, eben, YouTube kann ja machen, was sie wollen. Sie haben die Nutzungsrichtlinien, wo sie festlegen, die können die von heute auf morgen ändern. Das ist wie ein Mietvertrag, im Prinzip, da kann man sagen, du kommst zu mir zur Miete, so und so, und wenn ich den Mietzinsatz jetzt 100% anheben, oder wie auch immer, dann kannst du dir überlegen, ob du noch mitmachen willst, oder nicht, sonst musst du an die Kunden und dann bist du gegangen. Und das könnte man bei YouTube auch machen. Jein. Ja, es ist jetzt natürlich bei uns, Miet ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, es ist reguliert jetzt bei uns, aber ich finde, ich bin ja gegen Regulierung überhaupt. Ich finde, YouTube kann selber entscheiden, wenn YouTube findet, wir wollen nur noch linke, linke, schmink, Katzen-Video, linke Videos, wie man Katzen schminkt, machen, äh, können sie machen. Können sie machen. Das ist überhaupt kein Problem. Hat es überhaupt schon ein Video von linke Katzen? Hat es ganz bestimmt. Hat es ganz bestimmt. Das Kind hat jetzt schon Gender, äh, Transgender, ähm, Schminktipps. Schminktipp von Kindern, also irgendwie so, sechs, sieben, acht, neunjährige Kinder, die sagen, ich bin Transgender, und sich dann schminkt und anders anlegen und in alle Richtungen und so, oder? Ja. Das kann man auf YouTube zeigen, problemlos, ist alles, ja, alles normal, oder? Aber wenn jemand sagt, dass er jetzt irgendetwas der Politik nicht so gut findet, dann muss es verboten werden. Aber eben, was ich würde sagen, ist, klar, YouTube ist eine private Firma, die dürfen machen, was sie wollen. Absolut dabei. Aber? Aber, und jetzt kommt es aber, was natürlich die Politik im Hintergrund macht, insbesondere jetzt aus der EU, mit den ganzen, Artikel 13, 11, dass sie YouTube im Prinzip ganz klar sagen, wenn bei euch irgendetwas erscheint, was uns nicht passt, eben Hate Speech oder Copyright, sie haben es ja mit dem Copyright verknüpft, so ein bisschen halb clever, oder einfach, es geht schlussendlich darum, sie wollen es kontrollieren, dann muss YouTube eine riesen Busse zahlen, und zwar in Millionenbeträgen. Und dann sagt YouTube natürlich, wo wahrscheinlich auch eher... Sie zensurieren, weil sie nicht viel Geld mit dem, ja. Aber das Interessante ist eben das, wir sind ja so weit, also der Jordan Pedersen, der kennst ja auch, die intellektuelle Amerikaner, der auch als Alt-Right gilt, er sei so gefährlich, weil er zum Teil vernünftig argumentiert, ich habe den Spiegel letztens gelesen, dabei tut er nur vernünftig argumentiert. Und er hat ja jetzt ein neues Social Network in der Planung, ThinkSpot, und er sagt, es wird nur eben genommen, was vom amerikanischen Gericht verboten wird. Aber wir sind ja, ja, und das ist ja noch schon ein Schritt vorwärts. Aber wir sind ja so weit, dass wir mit hoffen, dass irgendein chinesisches oder russisches Social Network sich durchsetzt. Ja. Weil dort einfach, da können sie nur noch blocken und dann wird es ganz entlarvt, oder? Gut, dann wird, Entschuldigung, dann wird ja das passieren, dass dann, dann werden sie wieder auf die User losgehen, weil die Politik findet immer einen Weg, um ihren Ehrendruck auszuüben, immer. Und dann werden sie auf die User losgehen und einfach sagen, wenn wir rausfinden, dass du auf dem Netzwerk von der Russen oder von irgendjemandem irgendetwas Hate Speech aufgelatscht, dann musst du eine Busse zahlen, am Schluss wird es dann auf das so laufen, oder? Ja, aber es ist ja viel, viel früher zum kontrollieren, in dem Fall. Aber ich glaube, sie könnten halt ein Geoblocking machen und all der Scheisse einfach das abstellt. Und da glaube ich, wenn das ja passieren, da wird viel, viel entlarvt werden von der vermeintlichen Pressefreiheit, die wir haben, die ja praktisch nur noch von Blogger wahrgenommen wird, weil die Massemedia ja nur noch bei der eben Bundespressekonferenz nur noch Hofberichterstattung machen, wenn der Tilo, glaube ich, ich weiss, der Tilo, ja was Jung, von Jung und Alif. Finde ich auch ganz schlimm, aber ja. Ja, aber der stellt immer die richtige Frage und stellt das Ganze einfach bloß. Wieso ist er halt das Linkse? Ja, ja. Aber er stellt gute Fragen und die Preise sprechen jetzt mit dem Seibert, kann man mal schauen, Stefan Seibert, der ist da gefragt wegen Waffe Export nach Saudi-Arabien und das sind 18 Minuten, glaube ich, und ich rate jedem, das zu googeln, wir können es noch verlinken, das sind 18 Minuten, wo man Kopf, also wo ich nicht mehr glaube, und wo ich finde, so füttert man seinen Hass auf Politiker. Aber für das Thema wechseln gehen wir zu YouTube zurück. Das heisst also für dich ist, ich glaube eben, das grosse Problem ist bei YouTube ist das, dass sie sich, dass sie sich, dass sie sich beide Rechte rausnehmen. Sie tun einerseits so, dass sie wie eine Telekomfirma sind und sagen, ja, wir können, wir können auch nicht sagen, die miteinander besprechen, wenn halt die da ein bisschen über, über Terroratetat oder weiss ich was redet. Wir sind nur, wir sind nur die Anbieter von den, von den Funkleitungen. Und auf der anderen Seite aber doch redaktionell eingreifen und so tun, dass wir jetzt eine Zeitung oder eben so tun, dass sie quasi die Hoheit haben wollen über das Ganze. Der Widerspruch ist da, was beisst, was beisst. Weil wenn sie einfach würden sagen, ja, wir sind die Verantwortung für die Inhalte und wir können es zensurieren, dann wäre das voll okay. Dann wäre es aber auch nicht so, wie es jetzt ist, weil im Moment würde es einfach auf beide Seiten auslassen. Sie könnten politisch zensieren, wie sie wollen und gleichzeitig sind sie juristisch unangreifbar. Und jetzt hat ein Republikaner in den USA einen ganzen guten Kniff angewendet. Er hat glaube ich gesagt, dass nur noch die Leute, ich weiss nicht genau, wie sie es machen wollen, auf jeden Fall eine indirekte Methode, um quasi Googlen zu zwingen. Genau. Er will nur, er will, dass YouTube zwungen wird, algorithmlos offen zu legen, damit man kann schauen, ob sie biased sind im Sortieren. Weil es schon leise empfehlen von den richtigen Videos. Es ist doch schon ein völliger Meinungsbild. Und darum haben wir wieder vorhin gesagt, dass die Leute nur noch etwas sehen. Und wenn sie die Informationen gar nicht bekommen, wie soll es denn eine andere Meinung haben? Und er hat gesagt, wenn die Leute, wenn YouTube oder die anderen Firmen, die da keinen Einblick geben, alle zwei Jahre mindestens, zum in den Algorithmus hineinschauen lassen, von Experten, die Leute sollen verantwortlich werden für ihre Inhalte. Ich glaube, wie haben wir so etwas machen wollen. Das muss man nochmal genau nachlesen. Und das ist ein interessanter Approach, weil dann wird YouTube müssen ständig beziehen, was sie jetzt wollen. Ja, aber es wäre natürlich wieder, wie soll ich sagen, dass irgendjemand kontrollieren muss, was jetzt YouTube macht und man muss dann von YouTube per Gesetz verlangen, dass sie politisch ausgeglichen sind. Was ja eigentlich auch wieder ein Witz ist. Aber was ist denn die Lösung für dich als Libertar? Du kannst ja sagen, im Luftreherraum, in einer perfekten Welt, was so und so. Aber das ist ja nicht die Lösung. Du kannst jetzt eben erzählen, was wäre in einer perfekten Welt. Aber Stand heute, was muss man denn machen? Stand heute probieren mit eben Schlupflöcher mit irgendwo Server, ich weiss nicht wo, irgendwo im Nirwana aufzustellen, wo niemand herausfindet, wer steckt dahinter. Blockchain-Technologie, dass man wirklich sagen kann, das ist eigentlich eine anonyme Firma, die eine Plattform bereitstellt. Natürlich, das YouTube kann man nicht einfach so kopieren. Wenn man es könnte, dann hätte es wahrscheinlich schon lange eine gemacht. Aber es gibt ja schon Versuche, es gibt jetzt schon, ich glaube, Telegram, Summit und jetzt eben das Neue von Peterson, was sie ja probieren, wo es auch in die Richtung geht, Social Media, die ein bisschen freier ist. Das ist automatisch. Je mehr die altbewährten Social Medias restriktiv werden, ob von selber oder wie als Staat spielt keine Rolle, desto mehr kommen alle, die das nicht cool finden, und da nehme ich jetzt mal an, in der ganzen Bevölkerung werden das zwischen 20 und 30 Prozent sein, die das nicht so cool finden, die probieren, einen anderen Weg zu finden. Das ist die Idee vom Markt. Das ist ja auch richtig. Die werden das jetzt probieren und auf legale, halblegale Weise, bis der Staat wieder einschreitet und sagt, stopp, wir bremsen das auch wieder. Und irgendwann endet das entweder dort drin, dass es eben, in meiner Hoffnung, dass sich der Staat irgendwann zurückzieht, das wird vermutlich nicht passieren, oder die Staaten oder die EU oder wer auch immer, oder es endet dort drin, dass die so eine Diktatur ausüben und dann checken es dann die Leute vielleicht auch und sagen, hey, Moment, wenn ich YouTube einschalte oder egal welches Social Media einschalte, was auch kommt, es laufen überall nur die linken Schminkkatzenvideos, oder? Sind wir wieder dort. Egal wo. Und dann merken vielleicht die Leute, oder die Leute sind dann wirklich so verblödet, Entschuldigung, wenn ich sie so sage, dass sie einfach sagen, ist eigentlich völlig okay, schaue ich halt Katzenvideos. Und das ist meine grosse Gefahr und das ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt noch so Aktionen mache. Die Leute wollen aufruitteln, mir geht es gar nicht darum, dass jemand meine Meinung lässig findet oder dass jemand eine rechte Meinung lässig findet oder eine linke Meinung, mir geht es darum, dass man sieht, wie wir kontrolliert und gesteuert werden und das merken die Leute gar nicht. Ich habe das jetzt krass gefunden, jetzt, ich glaube, vor etwa zwei, drei Wochen ist die YouTube-Richtlinie gekommen, die neue, wo sie auch noch ein Paragraph ist, dass sie sagen, sie wählen Content aus, wo förderlich ist, was sie finden, das ist intelligent, das ist guter Journalismus, sie sagen, was guter Journalismus ist. Ja, Apple macht das Gleiche. Ja, ja, und jetzt sagen sie, oder im Prinzip die Konsequenz daraus ist und das habe ich wirklich gemerkt am ersten Tag, ich schaue jeden Tag meine YouTube-Vorschläge an und ich folge garantiert keinem Mainstream-Medium und mir ist die ganze Vorschlagsseite nur voll gewesen mit ZDF, ARD, S-Wert, Deutsche, die NZZ, einfach so, ich habe gedacht, hey, stopp! Die machen das, um die Massemedien ruhig zu stellen. Ja, natürlich. Die schiessen gegen Blogger, jeder Blogger, der eine Meinung hat und ein bisschen Erfolg hat, gilt als alt-right oder weiss ich etwas, egal was es ist, in beiden Richtungen, und die werden einfach kaputt gemacht und ich glaube, das ist doch wie ein ein bisschen Adiener von YouTube auch. Ja, natürlich. Kommt dazu, dass sie selber biased sind und im Silicon Valley die Firmen einfach sehr... Alles zusammen, aber die... Entschuldigung, wie es der Ding richtig gesagt hat, den Horst Glüning kennst du vielleicht auch, einen YouTuber, Ja, der Kessler berichtet und über Schnaps oder... Genau, genau. Und auch eher libertär eingestellt, grundsätzlich, und er hat es wirklich auf den Punkt gebracht und hat gesagt, seit dieser Richtlinie lohnt es sich auch nicht mehr zum YouTube-Schauen im Prinzip, weil YouTube ist jetzt einfach das neue Mainstream-Fernsehen, weil wenn du auf YouTube reingehst und nicht gezielt ein Thema suchen, das dich interessiert, schlönen sie dir den gleichen Grümpel vor, die im linearen Fernsehen einfach läuft, das heisst, du kommst Tagesthemen über, das heisst, du kommst Tagesschau über, das wunderschön, das nicht noch Meteo vorgeschlagen, und du kommst einfach so, du schaust im Prinzip wieder Fernsehen, oder? Sie wollen die Leute wieder da nicht erziehen, dass das, was am Abend, um halb acht in der Tagesschau läuft, das sollen bitte morgen auf YouTube auch alle noch mal gesehen, oder? Und das bringt die Idee von YouTube an Absurdum, weil die Idee war, dass jeder dort seine Meinung sagen kann, und jetzt sagt ihr YouTube wieder, nein, stopp, ihr müsst wieder diese Meinung auf dem Staatsfernsehen, und die Fernseher sind ja überall staatlich, oder? Und jetzt läuft es wieder auf das raus. Es geht so weit, dass gewisse Blogger wie der von Timcast, ich habe gerade den Nachnamen vergessen, Tim, ihr und was, ich lasse alle Stunde, alle Tage, etwa zehn Minuten, von dem ich weiss, wie sein Nachnamen ist, egal, der hat auch der Twitter-Gründer da ins Kreuzfeld bei der Joe Rogan Sendung, eine super Sendung, ist das gewesen, und der tut mittlerweile gewisse Begriffe nicht mehr nehmen, er sagt zum Beispiel Wörter wie Auschwitz, oder weiss ich etwas, oder Zweite Weltkriege, oder so, oder irgendwie, wenn es irgendetwas geht, er tut es nicht mehr nehmen, weil er weiss, es wird sofort erst einmal demonetarisiert, und zweitens, er hat gerade weniger Views, und zwar darum, weil Google ist eine sehr intelligente Software mittlerweile, die tun also, im Schweizerdeutsch wird es nicht funktionieren, aber im Englischen machen die quasi ein Transkript automatisch, und er wird nachher aussortiert, dann heisst es, ja, der redet zu viel über Schwule, oder zu viel über das, und dann ist es weg vom Fenster, und darum beginnt er zu verklausulieren, Einer hat mir gesagt, der, das war ja lustig, der Zeichner von Dilbert Comic, das ist gerade Adams, der hat gesagt, er wollte einen Politiker kritisieren, der gerade irgendwie in Gesprächen kam, wegen einem Missverständnis, eigentlich, aber es ging um Kinderpornografie oder etwas, und der heisst King zum Nachnamen, und er hat nur gesagt, er sagt jetzt seinen Namen nicht, aber es ist der Husband of the Queen, oder einfach so ein Zeichen, und das sind wir angekommen, mit unseren freien Medien, und ich bin ein bisschen anderer Meinung als du, ich weiss, du bist libertär, und ich sehe das schon auch, die Frage ist einfach nur, und dann habe ich ein Buch gelesen, von Kreese, hat er geheiss, Silicon Valley heisst das, glaube ich, ein deutscher Journalist, Kreese, wahrscheinlich heisst er eher mit K-R-E-E-S-E, und der hat gesagt, das Problem ist eben, was man noch nicht weiss, die Wirtschaft findet sich immer wieder neu, oder, das wissen wir ja schon, und gerade in der Internet-Technologie ist es ja ganz extrem, oder, da kommt MySpace, dann ist es weggeputzt, und so weiter. Er sagt aber, die Frage, was unbeantwortet geblieben ist, ist bis heute, ob der gleiche Effekt an einer Firma wie Google wirklich passieren kann, und zwar aus dem Grund, weil sie im Moment dabei sind, mit künstlerer Intelligenz, mit den Algorithmen, mit den Datenmengen, die sie haben, mit den Skale-Effekten, mit den riesigen Netzdaten, dass sie an einen Moment herkommen, dass du als Start-up gar keine Chance mehr hast, um überhaupt mit denen compete in den Suchmaschinenbereich, wie sie alles über dich wissen, deine Vorlieben und alles, und zwingendermassen gar keine andere Firma mit Möglichkeit hat, um auf ein ähnliches Niveau zu kommen. Und dort finde ich, einem libertärischen Gedankengut, welch ein Stück wird das sympathisch finden, wobei beim Strassen liberalisieren, dort hört es mir auch auf, oder bei den Zöllen und so, dort können wir auch mal darüber reden, aber dort muss ich sagen, man kann vielleicht noch mal dem ganzen 5 oder 10 an zuschauen, aber dann muss Schluss sein. Und dann denke ich, es sind auch mal so Sachen, wie dass man so einen Monopol bricht und so und sagt, okay Google ist cool, es ist einfach nur eine Suchmaschine, oder Facebook, dass man gewisse Sachen einfach absplittet, dass sie nicht alles aus einer Hand machen können, das fände ich nicht schlecht, hat man ja schon ein paar Mal gemacht mit Erfolg, oder AT&T und so, hat glaube ich auch mal so ein Monopol gehabt mit Telefonieren und so weiter. Und das ist aber schon mal gut, wenn man dann einfach sagt, jetzt soll man das Monopol brechen. Ich weiss, du siehst das anders, aber was mir eben nicht so gefällt, in einer Einstellung mit dem Libertären ist, ist das Absolute, da wird man immer verdächtig. Aber es ist eben nicht absolut. Nein, aber dass du quasi sagst, du hast das Rezept gefunden und ich einfach rausgefunden im Leben, es ist alles zu komplex, es gibt keine Rezepte für alles. Ja, eben, aber das ist ja genau das, was der Staat sagt ja, jeder Staat sagt, wir haben das Rezept für alles. Wir schauen, wie du geboren wirst, du registrierst dich, von der ersten Sekunde an bist du ohne Unterschrift registriert, bist du in der Top, bist du in der Einäscherung, bist zu, ich weiss nicht was, bis du verrotet bist nach 50 Jahren und zuerst mal können wir das Grab um und musst auflassen, ich weiss nicht, wie es läuft, gehörst du uns und wir schauen für dich, wir bringen dir zu essen, wir bringen dich in die Schule, wir schauen, dass du einen Job hast, wenn du keinen Job hast, geben wir dir Geld, wenn du deine Frau dich verlassen, geben wir dir auch Geld, dann schauen wir, dass du ihr abend musst Geld zahlen, alles, der Staat schaut, dass er mir nicht noch das Fülle putzt, wenn ich aufs WC gehe, ist eigentlich ein Wunder, aber wahrscheinlich würden sie das auch noch machen, oder? Mit Amazon Echo, äh, klappt das ja auch bald, mit Alexa. Genau, aber das ist ja das, das ist ja der Wahnsinn, dass wir ja schon in dieser Idee leben und wir akzeptieren das, dass wir einfach sagen, bei jedem Schritt, den ich mache, wenn ich da schnell, 10 Stundenkilometer schnell Auto fahre, schaue, der Staat, dass ich das nicht mache, dann meine ich aber umgekehrt, schaue, der Staat, dass ich wieder aufstehe, der Staat schaut jetzt schon bei jedem, alles, was wir machen, also was du sagst, ja, die Lösung für alles, die bietet dir der Staat angeblich ja schon und in der Meinung fühlen wir uns natürlich wohl und aufgehoben und sagen, mir kann ja eigentlich gar nichts passieren, weil der schaut ja schon. Wir sind ja, wir sind ja eigentlich Bürger, oder? Meine Erfahrung ist einfach, die allerwenigsten Leute haben die Einstehung von einem Bürger. Wenn es Bürger wären, wäre schon mal gut, aber die meisten Leute sind untertanen, oder? Wenn die Polizei etwas macht, dann wird das schon richtig sein. Ja, aber wir werden nicht da noch erzogen. Genau, und das ist das Problem, oder? Ich finde nicht, das Bürgermeistertum selber an sich ist das Problem, dass wir Bürger von einem Land sind. Das Problem ist, die Obrechkeitshörigkeit, dass sie sich anpassen und auffallen wollen. Das ist da, oder? Der Eugen Revermann hat mir gesagt, dass Böse getreten hat ein sehr langweiliges Gesicht. Und da kann man durch alle Sparten sehen, in Politik oder im Privatleben oder eben auch die Feigheit der Leute, das sich gar nicht mehr probieren. Und ich denke mal, wer wirklich wissen will, der kann ja wissen. Oder? Ich meine, jetzt im Fall von Trump zum Beispiel, zum Thema anzuschneiden, wo ja, wenn man Spiegel nimmt, dann musst du meinen, es ist der Dämon. Und wenn man überhaupt Massemedien liest, in den deutschen Massemedien, dann ist er schon mal grössewahnsinnig gewesen, dann ist er der nächste Hitler gewesen, er ist geisteskrank gewesen, das ist ein langes Thema gewesen, jetzt ist er es plötzlich nicht mehr. Dann ist er, er ist einfach, er ist ein Rassist gewesen, weil es einfach alles ein Hoax ist. Und wer jetzt da zulässt und der andere Meinung ist und meint, ich bin Idiot, der ist selber ein Idiot, weil er ist einfach nicht informiert, weil er einfach die Hoaxes, die da passiert sind. Also das Narrativ hat einfach durchzugen. Aber wer es wirklich will wissen, der kann ja mal 10% von seiner Zeit wirklich darauf verwenden, dass er statt immer gleicher Scheissdrecklist wirklich mit der Konkurrenz sich abfindet. Aber wenn ich auf Facebook früher noch gepostet habe, etwas von Russia Today oder RT Deutsch oder so, oder etwas von Kenny Eps, egal von ihm, was es gewesen ist, dann hat es halt geheißen, ja, du Blödi, das ist Propaganda, weiss ich etwa. Und mit dem Mindset lernst du überhaupt nichts dazu. Da bleibst du immer genau im gleichen Film hinein. Und der Trick ist eben, das ist ein guter Satz, was mir jemand gesagt hat. Du solltest dann grundsätzlich, ich bin atheist, aber die Person hat gesagt, ich sollte immer 10% von meiner Zeit, wenn ich zwei Stunden, quasi, oder zehn Stunden über Autismus mich informieren, dann sollte ich eine Stunde davon aufwenden, mich für die Argumente von den Gegnern zu interessieren. Und das ist etwas, was praktisch niemand macht und niemand will machen. Und darum sind alle so anti-Trump. Ich bin ja kein Trump-Fan. Es gibt sicher nicht den idealen Präsidenten. Aber wenn ich sehe, wie der durch den Gaggo gezogen wird, aber wenn man dann wirklich auch, was man gemacht hat, da hat kein Krieg gestartet. Schau dir Obama an, Syrien, überall, in Jemen, ein heimlicher Krieg. Syrien hat auch angefangen, illegal, dort Truppen anzustellen, einen Aufstand anzetteln, in Libyen den ganzen Scheiss. Und bei Trump ist plötzlich, alles ist rassistisch. Und dann hat es aber auch keine Scham, sich widersprechen. Z.B. hat es wirklich keinerlei Problem, um eine Serieartikel zu machen, darüber, wie dumm der Trump ist, die Zölle zu erheben. Weil die Zölle zahlen am Ende die eigenen Bürger. Das hat überhaupt keine Wirkung. Aber nachher, dann im gleichen Tag oder einen Abschied treufer, dann können sie aber auch Artikel schreiben, wie die deutsche Autoindustrie ömmerlet und so. Und dann fragen sie schon, Moment. Und EU hat ja eine höhere Zölle. Genau, da kommt noch der Witze dazu. Genau, da hat mir jemand erzählt. Das ist auch etwas Spannendes gewesen. Er hat da rumgehebt und dann hat er anscheinend Trump mit Junker zusammengehockt und hat gesagt, okay, komm, du willst doch einfach alle Zölle abschaffen. Und er wollte dann auch nicht. Nein, nein, nein. Und als Bürger bist du scheisse informiert. Es gibt keine andere Variante. Entweder man wird dauernd angelogen und wer ein bisschen wach ist und ein bisschen ein Grintheit zum Denken, der merkt, dass etwas faul ist. Und das gerade einem sagt, ich höre gerade auf, sorry, es ist gerade ein Flow, das gerade einem sagt, am allerbesten zu wissen, ob man gut informiert ist oder nicht, ist, ob man gute Prognosen machen über die Arbeit, die Zukunft wird passieren. Also was wird passieren? Und er hat gesagt, all die Leute, und das war ja bei mir auch so ein Erweckungserlebnis, wo der Trump gewählt worden ist, ich bin so sicher gewesen, der wird nicht gewählt. Nach dem Grab'n'by'n'pussy bin ich sicher gewesen, der Typ wird nicht gewählt. Das geht in Amerika unmöglich, das Brüderding und was ich etwa. Und alle Berichterstattungen sind so gewesen, der wird nicht gewählt. Und in dem Moment, wo das passiert ist, dass der gewählt worden ist, dort musste ich sagen, das war ein Erweckungserlebnis. Und eigentlich hat es für alle ein Erweckungserlebnis sein. Und instatt, dass die Leute dann einfach sich fragen, wieso ist der gewählt worden? Dann haben sie gesagt, er hat weniger Stimmen gehabt. Und er hat das stimmt, er hat weniger Stimmen gehabt, aber das Spielchen hat er nicht gespielt. Er hat gespielt, dass er die Wahl gewinnt und er hat gewonnen. Und es sind einfach die Leute in ihrer Bubble probieren gar nicht mehr wirklich zu überlegen, was ist das passiert und wieso habe ich das nicht gesehen. Und das ist das, was man den Leuten selber vorwerfen muss, wenn sie Medien konsumieren. Und dann hat Daniel Gänzer etwas Gutes gesagt, man sollte eben nicht einfach auf eine Webseite gehen und sich das Futter zuschieben lassen. Man sollte aktiv auf die Suche gehen nach den Themen. Wenn du dich für Syrien interessierst, such aktiv nach den Themen und such bewusst Widersprüche. Geh auf sogenannte Propagandaseiten. Es ist eine Propagandaseite, der «Russia Today». Das ist keine Frage. Aber wenn man das genug liest, zum Beispiel über den Absturz, den Abschuss von der MH17 usw., dann sieht man zumindest, es gibt zwei Meinungen. Das Vergiftige, das Krippal-Ding da, wie das geheißen hat. Wenn man am Anfang die «Russia Today» lesen, es heisst nicht, dass die Rechte haben. Ich lese das ja auch kritisch. Aber dort lässt man Argumente, die man sonst niemals gehört. Oder wenn Putin zum Beispiel ein vierstündiger, alle Jahre macht er ja eine vierstündige Sendung, wo ihn Journalisten interviewen können, und das private Bürgerinterview, dann heisst es, das hat mein Bruder so richtig gesagt, dann heisst es, ja, dort Putin, die Leute, die der Fragen stellen, sind alle ausgesucht, da ist alles nur ba-ba-ba. Und das stimmt, die Leute sind sicher ausgesucht, aber wenn man die vierstündige schaut auf YouTube, muss man sagen, da hat es auch kritische Fragen darunter. Und er beantwortet alle Fragen. Und wenn man nach einer Bundespressekonferenz anschaut, wo in der Regel einfach einen Typ dort ein bisschen quer schiesst, ein junger Wilder, sage ich mal, und alle anderen von der FAZ zum Spiegel, zu der Zeit und so weiter, mit ihrem NATO-Bündnis, Chefredaktor, die sind ja alle irgendwie verbandet mit Amerikanern. Dort hockt alle da, und das ist mindestens so gesteuert. Oder wenn zum Beispiel jetzt der Johnson, ich höre auf, sorry, der Johnson, der jetzt wahrscheinlich nächster Prime Minister wird, der ist ja nur, der ist einfach alt-right, der ist auch irgendwie einfach ein Rassist, und weiß sicher was, der ist nur der grösste Dreck. Aber jetzt wird plötzlich ausgegraben, dass er 2003 anscheinend mal ein lustiges Poemien publiziert hat oder weitergeleitet hat, oder etwas, wo es schotten als Abschaum oder so bezeichnet werden. Und jetzt kommt der Alltag, kommt jetzt wieder so eine Berichterstattung. Und wenn man doch etwas im Kopf hat, dann sollte man doch merken, ich werde manipuliert, ich werde angelogen. Und am Schluss muss man sagen, wenn es halt die Leute nicht merken, sind sie einfach ein Stück weiter selber geschuldet. Oder? Wir bieten das Gegenprogramm an, also nicht mir, du und ich unbedingt, aber im Internet gibt es so viele Möglichkeiten, andere Sachen zu konsumieren, die Leute könnten es machen, wenn sie wollen. Jetzt habe ich viel geredet. Gut, jetzt weiss ich gar nicht, wo ich es anhängen soll, aber nur schnell, fangen wir von hinten an, du sagst, ja, wenn die Leute so passiv sind oder sich so einlullen lassen oder manipulieren lassen in dem Sinne vom Mainstream, dann sind sie halt selber schuld, oder? Hast du das jetzt so gesagt? Ja, ist ein bisschen brutal. Ich bin selber in der Babel gewesen bis vor zwei, drei Jahren. aber jetzt kommt der libertäre Gedanke, warum muss ich dann mit schuld sein, wenn ich ja gesehen, dass es schiefläuft und mich herum aber zehn Leute sind, die sagen, ich finde Hillary super und Trump dumm, warum muss ich ihn dann nicht dumm finden? Aber im heutigen System muss ich ihn nicht dumm finden, weil ich muss ja das mitmachen, was neun Leute oder zehn Leute um mich herum sagen. Das ist das Problem und das ist ja mein Gedanke. Ich sage, alle, die Hillary will, die ist jetzt gar nicht mehr lebt hier noch, ich weiss es gar nicht. Er ist die nächste Witzfigur. Aber er ist jetzt glaube ich im... Ja, er ist jetzt der Favorit gemäss der Umfrage. Okay, gut. Wenn jetzt, wenn die den wollen, die Leute, die den cool finden, dass er sie regiert, die sollen den haben, das ist doch mir gleich. Das ist mir völlig egal, aber wenn ich jetzt in den USA wohnen würde, weil ich ja nicht, dass er mich auch regiert, also das ist das Problem. Aber jetzt nochmal zurück zu, warum die Leute sich so einlullen lassen. Ich verstehe das schon, eben, jetzt sind wir wieder am Anfang, das ist für mich der Grund, warum ich ja probiere, mit den Leuten überhaupt noch über das Ganze zu diskutieren, weil ich sehe das, ich sehe das in meiner Familie, ich sehe das in meinem Freundeskreis, ähm, die Leute haben erstens gar nicht die wahnsinnige Lust, sie haben schon Lust, sich zu informieren, aber dann wirklich nur die Schlagzeilen und dann hat man die drei Apps auf dem Handy, 20 Minuten, Blick und vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung. Das, was gratis ist. Das, was gratis ist und wo gerade wirklich die ganz dicken Schlagzeilen kommt, wo man schnell drüberscrollen kann und beim drüberscrollen hat man schon 10 Themen, oder? Und ich habe so viele Diskussionen mit Leuten aus meinem Umfeld, ich fange irgendein Thema an oder irgendein so und dann, oder sie kommen sogar, hey, hast du gesehen, das und das und dann merkst du schon in dem Moment, wo sie das rezitieren, die Titelzeile, die Headline rezitieren, merkst du schon, sie haben nicht verstanden, um was es geht, oder? Und sie haben sich eigentlich auch nie, wie du sagst, mit den Gegenseiten auseinandergesetzt, noch nie. Und jetzt, wo setzt du da an? Wo setzt du da an? Willst du dem sagen, hey, das nächste Mal, wenn das leas ist, geh mal noch schnell eine halbe Stunde recherchieren und schaue mal, ob das alles gestimmt hat, was du dort in der Blicktitelzeite gelesen hast. Also, man muss sagen, das ist eben YouTube, im Moment geht das ja noch, man kann wirklich sagen, schaue das Alternativprogramm an, Leute fragen mich ja auch, du, Dani, ich glaube dir, was du sagst, ich glaube, dass die Massenmedien scheisse sind, aber wie kann ich mich dann informieren? Und der Trick ist relativ einfach, wirklich willst du über die Sparte und so informiert werden, gerade das alles tiptop. Bei der Politik ist es einfach so, du musst einfach dir die Mühe nehmen und in die sogenannte Propaganda scheinen fahren und Konkurrenz lesen. Aber das wollen, mindestens 80% von den Leuten wollen das nicht. Die wollen das gar nicht. Die meisten wollen an Gott glauben. Ja, ja, aber jetzt sind wir wieder da, das ist ja mir egal, wenn jemand will, von Blick, ich sage mal 70 Jahre bewusst zu leben, 70 Jahre lang sich von Blickschlagzeilen dominieren lassen. und manipulieren lassen. Ist mir doch egal, soll er? Ich gehöre das auch am Blick, ich gehöre am Blick jeder Leser, das ist super, das sollen alle machen. Aber warum muss ich denn das mitmachen? Warum komme ich jetzt als... Weil du ein Teil der Gesellschaft bist, leidest du zwingendermassen darunter. Und wer sagt, dass ich ein Teil der Gesellschaft bin? Habe ich einen Vertrag unterschrieben mit irgendeinem von diesen Leuten? Ja, also voilà. Ja, aber bist du trotzdem ein Teil der Gesellschaft? Wieso? Ungewollt. Ah, ungewollt, ja. Ob man im Gefängnis ist, ist auch im Gefängnisinsassen. Ja, aber der ist mit einem Grund da drin? Sollten sie. Es wird ja viele Unschuldige. Okay, gut, das ist ein anderes Thema. Aber das Lustige ist, dass ja die Leute, die wissen ja gar nicht, dass sie mich indirekt durch das, dass sie die Medien konsumieren, das Gedankengut haben, dann als Konsequenz daraus irgendwelche Politiker wählen, die irgendetwas beschliessen, tun sie mir mein Leben vorschreiben. Ich glaube, ein grosses Denkfälle von vielen Leuten ist, dass sie das Gefühl haben, sie lesen die Medien, die ihre Meinung haben, und sie merken nicht, dass sie ihre Meinung ist dumm, wie es die Medien gelesen haben. Genau. Das ist sehr schön auf den Punkt gebracht, ja. Aber das braucht wirklich irgendein Ereignis, bis man das checkt. Ich muss auch sagen, eben, ich habe, wann ist das bei mir passiert? Ich würde sagen, vor etwa 6, 7 Jahren oder so. Ich kann nicht einmal mehr genau sagen, was es gewesen ist. Und bis dann, habe ich auch, ich habe 20 Minuten, oh, ah, der ist böse, ah, der ist gut, der müsste wieder mal den Bomben runterlassen, dann würde die Welt wieder okay, was, Strompreis geht ein bisschen runter, super, Strompreis geht ein bisschen hoch, scheisse, nicht, keine Sekunden weiter studiert. bis Syrien gedacht, ja, das hat der verdammt, der verdammt, der verdammt, der verdammt, der verdammt, ein Stück weit, wie der Gaddafi auch und wie weiss ich, oder, Gaddafi wie dein eigenes Kapitel, also da ist man wirklich nicht anders, dass er weg ist, aber eben, was eigentlich aus dem Staat geworden ist, ist gerade es nicht auch schlimmer als unter Gaddafi und da, da ist wirklich eine Katastrophe gewesen, aber jetzt habe ich, Ja, aber eben, auch dort, wer gibt wem das Recht, dort einmarschieren und sagen so, wir sagen da jetzt, was richtig ist. Und da ist Trump bei beiden sympathisch, er ist noch nie jetzt einmarschiert, make a make a great again, kümmern uns um uns selber, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht und darum ist für mich der Trump nicht ein guter Präsident, aber viel besser als der sympathische Obama, der sympathische Obama, der ist charmant, der ist ein guter, der ist ein, mit dem möchte man leise trinken gehen, man hat das Gefühl, das ist ein gutes Gespräch mit ihm, aber wenn du wirklich siehst, was er gemacht hat, am Schluss, Wall Street hat auch nicht eingeschränkt, also, da willst du doch nicht, dass er es macht, aber ich will nur sagen, all das Zeug, was seine politische Politik versprochen hat, das hat er auch nicht eingehalten, er hat einfach, und er hat gerade mal den Ding gesagt, wie heisst der grosse, Denker, der jetzt bald mal sterben wird, wahrscheinlich, weil so scheissalt, ist einfach der grösste Intellektuelle der Welt, der hätte gefällt wahrscheinlich auch nicht, der ist auch links, aber egal, der gesagt hat, wenn ich würde, er sagt nicht, dass es so ist, aber er sagt, wenn ich würde, das Volk dominieren, dann würde ich es so machen, dass ich irgendwelche emotionale Themen würde aufpeitschen, wie zum Beispiel Abtreibung, Waffenrecht, was weiß ich nicht, und dann lasse ich die beiden Parteien über das herumstreiten, und im Hintergrund ziehe ich die Fäden, dass ich alles so machen kann, dass die wichtigen, wichtigen Themen, am Schluss ist es wichtig, wo das Geld hinflüsst, oder, dass über das gar nicht mehr gross geredet wird, und bei einem Trump, bei einem Obama, es ist nie wirklich darüber geredet worden, wo das Geld hinflüsst, es ist immer um so Themen gegangen, eben es ist am Schluss immer darum gegangen, um irgendwelche Nebenthemen, eine Ausnahme ist vielleicht noch Gesundheitsreform, dort ist es wirklich um Geld gegangen, wenn man so will, aber in allen anderen Sachen, eben das Abtreibungsrecht, einfach Unruhe, rassistische Taten, die begangen worden sind, die so hochgespült worden sind, zum Teil im Nachhinein hat man herausgefunden, dass gar nicht so es sich zutreit hat, wie es berichtet worden ist, und das ist eine billige Methode eigentlich, und ich habe das Gefühl, die meisten Leute, die einfach konsumieren, die Schlagzeile lesen, im Blick und so, dann geht es genau gleich, sie lassen sich einfach servieren, was angeblich wichtig sein soll. Und Morrissey, in einer nicht allerneuesten Platte, in der letzten Platte, wo es ein Jahr rausgekommen ist, sagt er, stop watching the news. Und er sagt, das darum begründen, weil er sagt, die geben dir das Gefühl, dass dein Kopf, that your mind isn't your own, dass deine Meinung nicht dir selber gehört, dein Geist, wie sie schreiben dir auch die Form, wie du denken musst. Ein Spiegel zum Beispiel hat manchmal schon noch Kommentarspalten oder Kolumnen und so, das hindert es aber nicht dazu, dass sie bei einem Trump-Artikeln... Das ist alles Kommentar. Auch wenn es ein sehr doof, auch wenn es ein relativ neutraler Artikel ist von einer Presseagentur, dann muss es immer noch etwas reinschreiben, was in einem dumm darstellt. Und das ist auch so etwas, einerseits... Aber das machen alle. Ja, und das machen es pausenlos und immer. Und als Konsument, wenn ich einfach etwas merke, im Moment, der Trump ist jetzt zweieinhalb Jahre oder so an der Macht, die Welt ist untergegangen, die Wirtschaft floriert, es hat nie weniger arbeitslose Schwarz in Amerika als jetzt. Oder? Also, wenn er so ein Wahnsinn rassistisch ist, wieso geht es doch allen irgendwie besser? Wenn er doch wirklich würde rassistische Sachen machen, wieso macht er nichts? Er würde die Einwanderung blockieren. Was ist an dem rassistisch, wenn ein Land sich entscheidet, dass gewisse Leute nicht mehr ins Land reinlassen? Die sind illegal da, oder? Und wenn ich jetzt auf Amerika gehe, ich würde nicht mehr auswandern. Manche, ich würde moz, wenn wir drei, vier Jahre einfach rausrühren, obwohl ich dort einen Job habe und eine Familie. Dann rühren sie uns halt raus. Ich hätte nicht gar ohne Bewilligung gehen müssen. Ja, aber das ist... Und dass solche Zeug immer eindimensional berichtet wird. Und dass man nur schon über das berichtet und nur schon die Meinung hat, dass wir eine Mauer bauen dürfen, dass es gerade alt-right und rechtsextrem und fremdenfindlich sein soll, das ist doch gar nicht fremdenfindlich. Es heisst einfach, wir wollen kontrollieren, wer in unser Land kommt. Das ist die Definition von einem Nationalstaat, dass man definiert, wer in ein Land kommt. Und bei solchen Zeug verzweifeln ich auch fast. Ich habe bei Facebook aufgehört mit dem. Mit dir reden ist lässig, weil es macht Spass. Und wenn es noch online ein paar Leute schön finden oder lustig sind oder sich auch darüber aufregen, Das ist schon gut. Dann machen sich das vielleicht einmal Gedanken. Ja. Das sind ja Banalitäten. Ich will gar nicht mehr über solche Sachen diskutieren müssen, vor was braucht es eine Grenze. Und gerade die, die einen Reflex haben, was sind das für Arschlöcher? Genau die müssen sich den meisten Gedanken machen. Habe ich bei mich wirklich so recht? Ich sage nicht, dass ich eine Rebubble bin, aber ich sage mal, meine Rebubble hat sich ein bisschen gewidmet. Ich bin mittlerweile in mehreren Rebubbles. Weil am Schluss kann man es wahrscheinlich gar nicht verhindern, dass man eine Rebubble ist. Natürlich. Bin ich auch. Völlig klar. Was man nicht erfährt, ist auch ein Teil von den News, was uns nicht erzählt wird. Und man hat ja seine Vorurteile, man kann zum Teil auch nicht mehr über die Vorurteile hinweggehen. Es braucht eine gewisse Grösse, die man über die Jahre entwickeln muss. Dass man sagen, Standpunkte vor fünf Jahren gehabt haben, ist scheisse. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe meine Meinung oft geändert. Ich war früher noch viel, viel Linker. Heute bin ich, heute würde ich sagen, ja, ich sage immer, ich sage ja, wie Linker sind. Heute würde ich es nicht mehr so bezeichnen. Da haben aber auch die amerikanischen Linken viel dazu beitragen, mit dem Redeverbot, Hate Speech und alles Zeug. Und darum interessiert mich mittlerweile das ganze linke Gedankengut mittlerweile auch nicht mehr wahnsinnig gross. Obwohl ich ja schon gesehen, dass es eigentlich eine grosse Ungerechtigkeit noch gibt. und ich finde, dass eine gewisse linke Politik berechtigt wäre. Aber wenn ich sehe, was wirklich gemacht wird mit linker Politik, am Schluss ist es eben wirklich da, was der Blocher gesagt hat, es ist ein Güppli, Güppli Sozialismus oder so. Und da hat sich auch die anderen so aufgeregt, weil es eben so einen Nerv getroffen hat. Und darum im Moment politisch, parteipolitisch bin ich eh ausgeklinkt. Also mir ist egal, ob jemand grün-liberal oder SVP oder was ich etwas wähle, das ist für mich alles irrelevant, weil am Schluss sehe ich nicht, was das eine oder das andere uns in den Himmel führt. Nichts wird uns in den Himmel führen. Es ist auch nicht, Religionen sagen etwas anderes, aber nichts wird uns in den Himmel führen. Und das sagt auch niemand, nur um das noch einmal ganz klar zu sagen, kein Libertärer sagt dir, dann geht es allen Menschen gut. Würde ich nie behaupten. Würde ich nie behaupten. Aber es geht einfach zurück zu Selbstbestimmung und vor allem Freiheit. Und nicht, dass du bei jedem Schritt überlegen musst, was sagt Vater Staat zu dem, wenn ich jetzt hier das mache. Den hast du nicht mehr. Sondern du hast nur noch, was sagt mein Geschäftspartner dazu, was sagt meine Frau dazu, was sagen vielleicht meine Kinder dazu, was sagt mein Nachbar dazu. Und das ist völlig legitim. Wir leben ja in einer Gesellschaft mit Leuten zusammen. Ist ja klar, ich kann nicht einfach rausgehen und sagen, so, und jetzt mache ich das und jetzt zünde ich das Haus an, weil ich es lässig finde. Muss ich mal für's mit dem Nachbarn. Natürlich braucht es Regeln. Aber zwischen den betroffenen Leuten und einem in Bern, der ein Küppli trinkt und nachher hinschaut und irgendein Paragraf schreibt, kennt mich nicht. Der kennt mich nicht. Dann interessiert es auch nicht, was ich da mache. Dann ist ja die Schweiz schon das geringste von allen Übeln im Moment. Die Schweiz ist, ja, aber es denktiert. Mit einem Tödlingeischt, der negativ angesprochen wird. Ja, die Schweiz ist ja alle, oder viele Libertäre, die ich kenne, sagen, oh, ihr in der Schweiz, ihr habt es so schön, ich würde auch gerne, ich würde auch gerne, ich würde auch gerne. Wenn man zum Beispiel aus Deutschland oder aus Österreich, Österreich kann ich auch noch so halb, aber wenn man aus Deutschland kommt, ist das natürlich ein Horror. Also da ist die Schweiz Paradies. Aber ganz genau angeschaut, ich hatte gerade gestern so eine Diskussion mit einem Polizisten, hat mich wieder mal geblitzt, mich blitzt regelmässig, ich fahre gerne schnell. Was ist das für ein Auto? Ich kann mir nachher darüber reden, ein Tesla. Super Auto. Leider subventioniert, scheisse mich an, aber ich nehme es natürlich, weil ich habe es ja auch schon zahlt. Du zahlst keine Steuern, gell? Ich zahle keine Steuern, nein. Ich zahle die Hälfte vom billigsten Auto, vom klinischen Auto. Nein, nur schnell zu dem Thema. Dann sieht man mal, wie der ganze Apparat aufgebaut ist und kein Mensch hinterfragt das, einfach weil man sich sagt, ja, es ist ja so cool in der Schweiz, dann schluckt man halt die paar Kröten, oder? Dann fahre ich auf einer Strecke, ich habe jetzt heute noch einmal die Strecke abgefahren, weil die ist jetzt eine Strecke zu meinem Arbeitsort. Also da habe ich genau geschaut, wie dort die Geschwindigkeitstafeln aufgestellt sind. Ein Wahnsinn. Es hat auf einer Strecke von, glaube ich, knapp anderthalb Kilometern, wechselt es zwischen 60 und 80 viermal. Also all 300 Meter von 60, 80. Und dort schaut der Radar an. Und dann hat es der Radar hergestellt. Und ich habe genau das letzte Schild, das ich im Kopf hatte, ist 80 gewesen, winkt mich der andere raus. Ja, schönen Tage, guten Tage, immer da der Ding. Ich hätte am liebsten gesagt, du bist ein Double. Bist einfach ein Double. Ich weiss, du machst, du führst es nur aus. Aber warum führst du es aus? Du hast keinen gescheiteren Job gefunden. Findest du es cool? Okay, er findet es auch cool. Er findet sein Job cool. Okay. Ich habe ein Papier herangesteckt, ein Führerfahrzeugausweis, alles schön, alles gut. Du bist fast das Billet los, oder? Du bist das Billet fast schon los, wenn du dir 85 gefasst hast. Nein, ich bin dann 70 gefahren, weil ich bin ganz gemütlich. Ich habe ja gewusst, dass immer wieder 60 kommt. Aber dort genau der einmal 100 Meter, 80 oder 60 habe ich verpennt. Ich habe gewusst, vorher ist 67, bin ich 60 gefahren. Irgendwann hat es mal aufgehoben. Und dann habe ich eine Tafel verpasst. Verkehrssicherheit, es geht nur um Busse kassieren. Es geht um gar nichts. Irgendjemand hat sich mal überlegt, auf dieser Strecke, da kommt vielleicht noch irgendein Traktorweg hinein, da müssen wir jetzt noch einen 60er machen und nach 10 Metern machen wir wieder einen 80er. Völlig bierweig. Aber was ich wollte sagen, ist, dann habe ich dem gesagt, ja was ist denn da genau gewesen, jetzt habe ich doch 80 gesehen. Dann sagte er, ja aber weiter vorne, einen Kilometer weiter vorne, dort war er einmal 60, sie sind da 70 gefahren. Und dann habe ich gesagt, ja okay, gut. Und jetzt 40 Stutz. Okay, gut. Ich habe gesagt, ja, ich zahle es da, so, Cash. Dann ist er gegangen, dann ist er, ohnübertrieben, etwa sieben Minuten im Auto in der Gestein, hat irgendeinen Rapport ausgeführt. Ich dachte, hey, Bullshit-Job, Bullshit-Job. Aber hilft niemandem, hilft niemandem. Er ist beschäftigt, ich zahle ihm seinen Lohn jetzt gerade aktuell, er sitzt dort, kann am Schlussabend den Rapport machen, völlig behindert. Ein sinnloses Leber. Dann kommt er zurück, dann sagt er, ja, eben, so und so, lalala, schauen Sie bitte, bla bla bla. Er war sehr freundlich, alles schön und gut, sind ja freundliche Menschen, normalerweise Polizisten. Und dann habe ich gesagt, Sie, aber jetzt, habe ich das jetzt richtig gesehen? Dann ist er 60, 80, 60, 80, 60. Habe ich das jetzt richtig mitgezählt? Dann sagt er, ja, ich weiss, es ist sehr, sehr unübersichtlich, das irgend so etwas oder irgendwie so. Ja, es ist sehr, es hat viele Tafeln, oder? Dann habe ich gesagt, ja, aber, was sagen Sie da dazu? Dann sagt er, ja, wissen Sie, der Kanton macht das. Ja, funktioniert halt einfach. Dann bin ich nur fortgefahren, aber ich habe nicht einmal mehr an die gesagt, weil dann hat es mir abgelöst, oder? Dann habe ich gedacht, was bist du für ein erbärmlicher Mensch, Entschuldigung, wenn er das jetzt sieht? Nein, das ist doch wirklich, was ist denn das? Befehl, Befehl einfach ausführen, ich stehe jetzt da, ich finde die Tafel auch dumm, ich finde meinen Job dumm, aber es ist ganz wichtig, dass jetzt da nicht den Fuchs überfahren wird, mit 70 anstatt mit 60. Ich stehe jetzt da noch und nehme einfach Leute Geld weg. Ist okay, das Gesetz ist so, aber eben dann einfach noch sich noch auf das berufen, wenn er wenigstens noch gesagt hat, schauen Sie, da vorne kommt ein Traktor rein, das ist gefährlich, weil sie sehen das nicht, hätte ich gesagt, ja, okay, gut, macht irgendwie Sinn, aber einfach sagen, ähm, der Kanton macht das. Also das ist wirklich, hey, da oben der Papi hat gesagt, ich habe jetzt irgendeinen Scheiss gemacht und dann kommt, äh, nein, sorry, ich habe wieder lang gesprochen. Ich bin gerade mit Sandro vor einem Monat die Stühle geposten und dann haben wir ein Mietauto gehabt, damit wir den Schuh rein gebracht haben, ins Auto. Dann haben wir gesagt, komm, wir können gerade noch ein bisschen Abfall entsorgen. Dann haben wir die Karten eingeladen, alles und sind auch Kirchverbrennungsanleger auf Weinfelden, oder? Dann haben sie ein System angegeben, dort bin ich schon ein paar Mal dort gewesen und dann habe ich gedacht, oh, Moment, es macht ja bald zu, müssen wir ein bisschen pressieren. Dann sind wir auch nicht eingefahren, dort am 10 vor 6 Uhr. Dann haben wir ihn hergefahren, wir sahen ein neues System und dann sagt er, das ist nicht mehr für die Private, das ist jetzt nur noch für Geschäftskunden oder so und dann sage ich, ja, aber, ja, wo muss man jetzt reinfahren? Dann sagt er, ja, das ist am anderen Ende der Stadt, äh, äh, also sind wir jetzt eine neue, nicht gesagt, wo, sind wir jetzt eine neue Kirchverbrennungsanleger wo die Private ist? Dann sage ich, ja, das ist ein Anzeichen, es ist ein 7 vor 6 Uhr, oder, das schaffen wir nicht hinterher. Das schaffen wir nicht, das schaffen wir doch echt 7 bis hinterher. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Ja, nein. Und dann, klar, weisst du, er hätte ja können das ein Anruter sagen oder Empathis sein, aber es ist genau so ein Beamter, man kann sagen, die Kirchverbrennungsanlage ist auch so eine öffentliche Firma, aber schlussend, so Depp, hast du doch überall, ich könnte mir sagen, nicht nur mit der Polizei. Du findest immer Leute, die sagen, das ist nicht mein Problem, die einfach nur funktionieren, im Callcenter und überall. Aber eben, und dann kommt wieder der, ich weiss, den Joker kann ich immer bringen, dann könntest du wechseln, wenn ich ausweichen könnte, wenn ich zehnmal auf dieser Strasse von irgendeinem geblitzt werde und blöd rausgenommen werde, dann sage ich, weisst du was, ich fahre über die Strasse vom Konkurrenten und dann gehen die Erpläte da. Aber das ist nur Strassen. Nein, dann setzt sich einfach die Besten durch. Was heisst, dann hast du nur noch Strassen? Dann hast du einfach... Ja, dann macht es ja keinen Sinn, dass du drei Strassen hast und dann kannst du die Strassen wählen. Wieso nicht? Das ist wohl interessant. Macht es jetzt mehr Sinn, wenn einer das kontrolliert, der korrupt ist, unterstelle ich jetzt einmal, beim Daherfahren von Zürich, Landschaftsverbauung mit drei Strassen, wo du eine brauchst? Wem gehört denn die Landschaft? Gut, das wird mir eine schwierige Diskussion. Aber ich habe etwas Spannendes gelesen, das gegen Libertarismus spricht, also wenigstens rein wissenschaftlich. Wir müssen nicht über das reden, aber wir können ja. Nein, wir können nicht lange, wir können nur sagen, das ist ein rein wissenschaftliches Argument. Ich gebe zu, es gibt nicht viele. Aber eines ist interessant gewesen, und zwar haben sie gesehen, es war ein normaler Stadtverkehr und dann mussten sie eine Strasse sperren, weil es eine Nationalumfahrstrasse, die eine Abkürzung war, um zum Ziel zu kommen. Und früher haben sich einfach überall alle durchgeschlängelt. Ein paar haben die Abkürzung genommen, weil es eigentlich weniger Stau hat. und so weiter. Und die Berechnungen haben nachher noch gegeben, dass der Stau abgenommen hat, weil man die Seitenstrasse nicht mehr dürfen brauchen. Weil das irgendwie nachher, ich kann da gar nicht genau begründen, wieso, ich muss da den Wikipedia-Link schicken, leider Wikipedia. Aber das ist ganz faszinierend, dass man sagen kann, dass einfach quasi volle Liberalität nicht in allen Fällen zumindest zu einer grösseren Effizienz führt. Das sagt ja auch gar niemand. Nicht? Nein, das sage ich auch nicht. Ewig gesagt, ich sage ja nicht, dass es nachher alles unbedingt zwangsläufig billiger und besser wird. Aber du hast die Wahl. Es geht ja nur um das. In so vielen Sachen hast du heute keine Wahl. Weil dir eben, da fangen wir jetzt immer wieder bei YouTube und Zeugen und Sachen, und alle, die immer sagen, wir brauchen den Staat, er schützt... Aber YouTube hast du auch nicht die Wahl, wo es YouTube gibt und es ist frei. Hören wir schnell das Zitat. Das finde ich, das erklärt alles in einem Satz. Alle, die immer sagen, wir brauchen den Staat, er schützt uns vor einem Monopol, dann sagen, der Staat ist ein Monopol. Ja, aber er schützt uns vor anderen Monopolen. Ja, okay, aber das ist, das ist ja birreweich, wenn du sagst, ich nehme das Monopol über das, 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 das. Aber er schützt uns vor Monopol. Da, 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 da. Dann sagen ja, okay, das ist das für ein Argument. Ich denke, es ist einfach, wirtschaftlich einfach Sinn, ich sage nicht, ich sage auch, man kann Medien regulieren usw. Aber es gibt gewisse Sachen, die einfach Sinn machen. Zum Beispiel, die Wasserversorgung, also, ja, ich wollte nicht ins Detail gehen, wie du willst, ich weiß, darüber sprechen. Weißt du, ich komme, streifen wir das CO2 noch schnell? Zuerst noch von wegen zu Tesla? Ja, immerhin von wegen Tesla, ja. Okay, CO2, erzähl. Nein, jetzt Tesla. Ah, Tesla zuerst? Ja, ja, wir können das einbauen, das passt ja gut zusammen. Jetzt ist man aber da gefixtet. Ich glaube, jetzt reden wir schon über, weisst du was, Klima, nein. Ich könnte über Tesla reden, weil es ist ja auch eine gute Brücke, weil Tesla ist auch ein Beispiel von absoluten Scheissnews. Es ist eigentlich Fake News, aber wie über Tesla berichtet wird, ist es so ein verdammter Humbug und man kann zum Teil gar nicht glauben, wie doof die Leute müssen sein. Und zum Teil ist es einfach auch bösartig formuliert. Ich kann schönes Beispiel nennen. Ich kann nicht genau sagen, wann es gewesen ist, aber ich glaube, Elon Musk hat gesagt, ja, wir werden in den nächsten 12 Monaten etwa 400'000 Autos ausliefern. Oder gerade per Anfang 19. Wird das so sein, dass sie für die Zukunft mindestens 400'000 Autos ausliefern werden. Und dann hat sie, oder 18, und dann hat sie nur etwa 220'000 Autos ausgeliefert. Und dann hast du in allen Medien gelesen, ja, Tesla, krass, verkauft nur halb so viele Autos, die uns versprochen haben, und bababababa. Und das ist wahr. Tesla hat nur gut die Hälfte, die uns versprochen haben. Das ist in dem Sinne keine Fake News. Aber was Fake daran ist, ist, dass sie die eigentlich wichtige Information verschwiegen. weil sie quasi fast von Null aus Produktionsstrassen herstellen mussten. Ein enormer Kraftakt, jeder von der Branchen weiss, wie schwierig das ist, haben sie in einer Wahnsinnszeit aus dem Boden gestampft. Die grossen Autofirmen können ja bis heute noch nicht gerechte Autos in diesem Volumen bauen. Und mit sechs Monaten Verspätung produzieren sie jetzt die 400'000 Autos im Jahr und bald noch viel mehr. Und das ist ein schönes Beispiel. In allen Medien ist es rumgegangen, ja, Tesla liefert nur halb so viel und so, es sind Elon Musk und babababa. Aber wenn man doch genau die Geschichte erzählen, wenn man sagen würde, sie hatten sechs Monate Verspätung für ein Versprechen und Elon Musk hat dort mal eine Verspätung, dann wird das alles relativiert. Und das ist nur ein Beispiel von einem Dutzend, wenn ihr jetzt könnt, aufzählen. Und das ist der Grund, dass ich jetzt im grössersten Tesla-Aktien kaufe. Ihr könnt euch alle aufschreiben. Ich sage nicht, ihr sollt es auch kaufen, aber aus meiner Sicht, jeder muss selber wissen, was mit dem Geld macht. Für mich ist das neue Apple. Und in zehn Jahren eine Verzehfachung wie Elon Musk gesagt hat, das halte ich für wahrscheinlich. Aus ganz verschiedenen Gründen. Es ist auf so viele Arten das beste Auto der Welt. Und ein anderer Denkfehler ist auch die Leute, die Tesla tun. Wenn man Tesla als Autofirma anschaut, dann muss man sagen, es ist überbewertet. Sie produzieren eine halbe Million Autos im Jahr und kostet jetzt im Moment etwa 40 Milliarden. Und VW, ich weiss nicht genau, welcher Wert von VW von etwa 140 oder 120 Milliarden oder 170 Milliarden, also ein Mehrfaches, aber die produzieren 20 mal, 25 mal mehr, 12 Millionen Autos pro Jahr. Und jetzt kann ich euch sagen, ja, wenn man so misst, ist Tesla überbewertet. Oder? Weil sie zu wenig verdienen, im Vergleich. Aber Tesla ist eben nicht nur eine Autofirma. Tesla ist eine Hardwarefirma in Form von Batterien zum Beispiel. Es ist eine Softwarefirma. Es ist eine Firma mit einem Geschäftsmodell, die auch Uber-Konkurrenz wird machen. Es ist ein selbstfahrendes Auto steht vor der Tür, wie Dylan Maske sagt, in dem Moment, wo es ein selbstfahrendes Auto gibt, wo man wirklich ohne Aufsicht kann fahren, wird ein Auto, das das nicht bietet, fünfmal weniger wert sein. Einfach durch diese Eigenschaft. Und alle Autos, die jetzt rauskommen, haben ja bereits hardwaremässig die ganze Fähigkeit, um voll zu produzieren. Und aus all diesen Gründen halte ich Tesla für, es gibt noch viel mehr Gründe, massiv unterschätzt. Zum Beispiel auch, was man auch noch sagen kann, Motorentechnologie, die in Deutschland wirklich stark sind, die wird obsolet. Wie der Motor, ist das einfachste Teil an einem Auto. Der Atriebstrang ist Kunst und Kunst sind Batterien. Und bei beiden ist Tesla einfach führend. Der Neue, der sogenannte E-Tron, der rauskommt, wo Elon Musk zu Recht gesagt hat, das ist besonders lustig zum Wissen, das Wort ist dann besonders lustig, wenn man Französisch kann. Bei E-Tron heisst es quasi Korthaufen. Auch komisch, dass die Autoindustrie immer wieder nach einem Bachero und Online immer wieder auf der Scheisselligkeit ist. Die Effizienz pro Kilometer vom E-Tron ist halb so hoch wie vom neuen Tesla. Und die neuen Elektroautos, die jetzt angekündigt sind, die rauskommen, die haben weniger Reichweite und weniger Beschleunigung und natürlich auch weniger Software. Sie können immer noch nicht online updaten. weniger Reichweite und weniger Beschleunigung als das erste Model S, das Tesla im Jahr 2012 herausgebracht hat. Da muss man sich einmal überlegen, wie kann das denn sein? Es ist so unglaublich. Sie haben immer noch zu wenig, eben, da kommt wieder den politischen Druck. Wenn es keinen politischen Druck gäbe, hätten sie noch gar nichts gemacht, oder? Die Deutschen. Du meinst, die staatlich fördert den Wettbewerb? Ja, sie hat... Frau Merkel hat... Nein, sie fördert nicht den Wettbewerb. Sie würgt einen, den Wettbewerb ab, zugunsten von einem angeblichen anderen und versucht... Sie tun ja eine Milliarde investieren in eine Batteriefabrik. Hast du das gehört? Entschuldigung, ich muss unterbrechen. Jetzt zahlen jetzt die VW... Zuerst steht es im Rissenskandal, sagen wir, in der Millionenzahlung im Gieselskandal, aber jetzt schenken sie eine Batteriefabrik für eine Milliarde, eine in Deutschland und eine in Frankreich. Hast du das mitgebracht? Nein, ich habe nicht mitgebracht. Schenken sie einfach. Schenken also die Steuerzahlen schenken sie. Genau. Im Auftrag. Die Steuerzahlen, die 80% immer noch wettert über ein E-Auto, müssen sie eine Batteriefabrik finanzieren. die NASA in Schenkel stellt und die ESA in Schenkel stellt, die er in Schenkel stellt, mit seinen landenden... Genau, mit der SpaceX. Macht jetzt auf den gleichen nochmal mit den Autos. Muss du schauen. Nein, was ich kann weder sagen, jetzt muss ich schauen, dass ich den Faden wieder finde, was immer bei den Deutschen... Eben, Merkel hat ja irgendwann mal etwas gesagt vor... Puh, wann ist das gewesen? Ja, vor ein paar Jahren von wegen CO2-Zielen und bla 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 und bis dann und dann müssen da so und so viele Autos... Die haben ja jetzt schon Auflagen. Sie müssen ja bestimmte Prozent Auto müssen ja elektrisch sein. Eben, das kommt ja vom Staat. Und ich behaupte, wenn es diese Auflagen nicht gegeben hätte, dann wäre das denen... Tesla wäre denen egal gewesen. Die hätten nichts gemacht. Nicht nur da. Ich gehe auf jeden Fall weiter. Mercedes hat das Elektroauto rausgebracht. Das habe ich gar nicht gewusst. In dem Jahr 2000 und was haben die ein Elektroauto rausgebracht, das gekauft worden ist, obwohl es über die Türe war und obwohl Mercedes null Werbung gemacht hat. Und dann haben sie das selber wieder eingestampft. Mercedes? Was war das? Das war doch eine arme Firma. Ich glaube auf jeden Fall nicht. Das war vielleicht ein Name. Das war ein Name. Ich habe sie und Elon Musk ist darüber so witzig gewesen, dass er gesagt hat, jetzt gründe ich also jetzt KFIA Tesla. Das war eine Ami Firma. Das war eine von den zwei, drei grossen Ami Firmen. Das war ein GM wahrscheinlich. Ja genau das ist recht. Das war ein GM. Ja, ja, ja. Die haben es dann selber wieder eingestampft, weil sie gemerkt haben, dass sie scheisse... Sie konkurriert sich selber. Also eigentlich ist eine Tölloby gekommen und hat gesagt, stopp, stopp, stopp. Aber gleich doof wie Kodak, oder? Weil er quasi die erste Digitalkamera gefunden hat. Da haben sie gesagt, nein, er hat ja einen Erfinder von Kodak selber gefunden. Die ersten Kameras. Und dann haben sie es auch einfach in der Produktion vergämeln lassen, bis gemerkt haben, dann können wir unsere Filme nicht verkaufen. Jetzt sind sie ein Konkurs. Ich habe eine lustige Anekdote zu dem Thema Deutsch und eben moderne Neuland, Internet ins Neuland und so. VE kommt ja jetzt mit dem ID3. Neuerdings hat er immer zuerst hat er Neo geheissen. Neo, Neo, irgend so etwas, was er vor zwei Jahren vorgestellt hat. Also sie sagen doch, sie sagen, es ist in fünf Jahren, wenn es etwas kommt. Dann hat er ID geheissen und jetzt heisst er, nachdem Tesla Model 3 funktioniert, heisst es quasi ID3. Ja, das ist auch so komisch. Golf. Golf hat noch nie eine Nummer gehabt. Intern hat es natürlich auch Golf 5 und 6 und so geheissen, aber es ist noch nie draufgestanden. Und jetzt heisst das Auto heisst plötzlich, man hat VE mal eine Nummer auf dem Auto gehabt. Ich kann mich gar nicht erinnern, ich glaube nie. Die hat immer nur Namen gehabt. Jetzt machen sie ID3, weil es ist ja ganz billig. Aber es ist ja gleich. Auch so billig ist es gewesen, dass du 1'000 Dollar anzahlen musst, um sie kaufen zu können. Das war ja bei Tesla so, um reservieren. Jetzt war es sicher, aber die Zähler haben sie nie rausgebracht, wenn es wirklich da 1'000 Dollar zahlen. Sie haben ganz stolz gesagt, in 24 Stunden hätten irgendwie 20'000 Leute deponiert. 20'000. Tesla hatte eine halbe Million gehabt. Aber ja, ist okay. Aber eben, lustigweise eben wieder Social Media, blablabla, ich scrolle runter, da kommt VE ID3, jetzt erlebe ich jetzt die Sensation, hu hu hu, elektrisch fahre ich so. Oh, kommen wir da auch noch. Volkswagen Schweiz. Dann stellst du das Auto vor, kommst du überhaupt nicht draus, ist ein ganz wirrer Clip oder überhaupt das Auto siehst fast gar nicht und so. Und dann schreibt jemand darunter, was ist jetzt die Innovation? Oder schreibt einer im Kommentar. Dann hat VE Schweiz geantwortet, blablabla, wir haben neue Matrix Hektleuchten, lalala, irgendeinen Scheiß. Einen riesen Scheiß. Aber warte, 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 warte. Könnt ihr Spaltmesser wähnen? Ja, ja, genau. Und dann das. Und dann unten dran, es ist so lustig, es war dann nachher, besten Dank für dein Interesse und dann den Namen irgendwie, Sandra XY, ich weiss nicht, wie sie geheißen, keine Ahnung, VE Schweiz. Gut. Dann dachte ich, okay, das ist noch freundlich, sei die Antwort. Dann hat noch mal irgendjemand etwas gefragt, hat gesagt, ja, aber du, aber die Hektleuchten oder was, das ist doch auch nicht so. Dann kommt, nein, wir haben auch noch ein adaptives, weiss nicht was, eingebaut. Freundliche Grüße, Peter, VE Schweiz. Dann habe ich darunter geschrieben, liebe VE Schweiz, ich habe Mühe, ich habe Mühe, ich habe Mühe, es ist dann keine Antwort mehr, kann ich dazu sagen. Dann habe ich darunter geschrieben, liebe VE Schweiz, Tesla hat vor eineinhalb Jahren die Facebook-Page dichtgemacht, weil Facebook irrelevant ist für Elektroautokäufe. Aber bei euch in der Schweiz arbeiten offenbar mindestens zwei Personen nur für die Facebook-Seitenbetreuung. Ich wünsche euch alles Gute im Neuland. Genau. Da hast du einfach gesehen, das ist einfach das Denken. Ich finde das so lustig, der Elon Musk hat vor anderthalb Jahren einfach gesagt, irgendeiner hat einen ja angezündet, von wegen Facebook, ja, ich habe ihn auf Facebook und dann hat er anscheinend in der Pressekonferenz nur gesagt, haben wir eine Facebook-Page? Ja, genau. Ich habe es gar nicht gewusst und dann hat der andere gesagt, ja, ja, aber es sei so und dann hat der andere gesagt, weißt du, wir schalten es ab. Es ist nicht die Pressekonferenz, es ist über Twitter gewesen. Ah, über Twitter, ja. Er hat einen Kitschkomponter über Facebook gemacht und sagt, wieso machst du deine Seite dazu? Er sagt, dann haben wir eine Seite. Ja, und dann hat er sie zugemacht. Okay, mache ich zu. Genau, und er hat gesagt, good idea. Ja, und er hat dazugemacht, ich gebe es nicht mehr. Es gibt keine Tesla. Jetzt ist er bei Twitter weg, leider. Ah, auch noch? Okay, nein, das habe ich nicht gesehen. Wir sind in der Store freut es vielleicht, aber... Aber es ist einfach lustig, es zeigt einfach, weil der ist einfach ein Jahr voraus, der hat es schon gecheckt und ich meine, ich sehe es ja als, ich habe einen Grossteil von meinem Geschäft läuft ja auch über, oder ist über Facebook gelaufen und ich sehe, das ist nicht mehr relevant heute. Es mag sein, dass es noch Firmen gibt, wo das wichtig ist, aber... ohne so Traffic kaufst. Ja, und wenn du kaufst, nicht einmal die Richtigen und so. Also es ist so kompliziert worden und so teuer worden, es ist nicht mehr relevant. Und er hat es vor einem Jahr schon gesehen und hat gesagt, ich verkaufe nicht ein Auto mehr und wann überhaupt lohnt sich der Aufwand nicht, um jemanden anzustellen. Und die VW tut jetzt zwei ins Büro, mindestens zwei, oder? Hocken dort und machen einfach Facebook-Page und tun dort eine schöne Antwort mit freundlichen Grüssen, ihr VW-Schweiz-Team, oder? Jeden Kommentar über Heckleuchter, oder? Und du denkst so, haben sie den Check, haben sie den Knall gehört? Wahrscheinlich nicht. Und das ist eben der grosse Fehler, den Tesla-Skeptiker haben. Also ich bin immer skeptisch, skeptisch ist es gut, aber das ist ein riesen Denkfehler, dass die Leute meinen, das sind alles Leute, die keinen Tesla haben, wie wer einen Tesla hat. Also ich habe nie einen Tesla-Fahrer getroffen, der unzufrieden ist und sagt, jetzt kaufe wieder einen Mercedes. Du, kann einen. Hast du einen getroffen? Ja, der fährt jetzt Jaguar. Wegen was? Aber er hat ein schlechtes Erlebnis gehabt, gut, er war einer von den Super-Early-Adaptors. Er war wirklich einer der allerersten, der einen in der Schweiz gekauft hat. Er hat wahrscheinlich damals noch, das hat eine Reichweite gehabt, wahrscheinlich knapp 300 Kilometer, wahrscheinlich der erste S70 oder irgendetwas. Und die haben dann versprochen, Supercharger, das war auch noch nicht richtig cool. Am Anfang war ja alles noch im Aufbau. Ist ja jetzt noch im Aufbau. Und er hat eine Blogsite gehabt, dass er nicht mehr hat. Er wollte in die Ferien fahren, er hat gesagt, super cool, jetzt fahre ich in die Ferien, er wollte irgendwo Richtung Toskana, Supercharger, er hat es ihm irgendwie zwei, drei Jahre angegeben, ist losgefahren und hat gesagt, weil er sich so verfahren hat und das Nabi hat ihm irgendeinen Scheissack am Schluss hat er nicht mehr laden und die Sachen haben irgendwie einen Tag Ferien verloren, es hat ein Heiko und ein Auto verkauft. Er hat gesagt, nie mehr. Genau, aber das ist genau das Problem, das Tesla heute nicht mehr hat und die anderen werden da. Genau, genau. Und eben das Interessante ist eben, dass die Leute haben das Gefühl, Tesla werden ja voll, oder die Leute, die skeptisch sind, denken, ja, Tesla meint, es sei der voll gegen den Klimawandel, es ist quasi nur Ökoshit, man muss so viel tanken, dabei der Stromteil, das ist ja nur ein Teil von dem, was Tesla wirklich ausmacht. Was wirklich Tesla ausmacht, also es hat schon mit Strom dann indirekt zu tun, aber für mich ist das nicht, ganz ehrlich, ein ökologischer Aspekt. Das ist für mich völlig nebensächlich. Ich finde es schon schön. Behaupte ich, ist für 70% von der Tesla-Bare nicht relevant. Ja, und ich würde auch sagen, wenn es ein Argument gibt, ist es der gegen Krieg, weil wegen Öl wird Krieg geführt, da finde ich wahrscheinlich einen wichtigen Grund als der andere Aspekt. Was wirklich mit Tesla zauberhaft ist, ist einfach, eben, man meint immer, man müsste dann langer tanken. Ich muss ja praktisch nie tanken. Ich stehe das Auto aus, in fünf Sekunden habe ich den Stöpsel reingesteckt, dann tanken ich einfach. Du bist eben ein Grosskapitalist mit dem Haus und der Ladestation. Genau, ist ja gleich. Genau, das kommt sicher dazu. Vom Haus weg. Und ich komme am Abend nach Hause, dann kommt das selten vor, dass ich über meine, ich habe jetzt etwa 380 km Reichweite, das ist ja weniger als die meisten, die wir heute gekauft haben. Dann muss ich in seltenen Fällen mal eine halbe Stunde tanken gehen. Wo ist das Problem? Wenn wir nach Italien fahren, dann muss ich nicht, also mein Kollege hat einen Porsche Panamera und wenn der den Tank füllt, kostet er es irgendwie 160 oder 180 St. Und mich kostet die Tankfüllung, ich komme nicht ganz zu weit, aber ich koste 12 Fr. über Nacht. Ich kann dort am Supercharger auch gratis tanken, kann fein gut zum Mittagessen, weil meistens das Restaurant in der Nähe und auch wenn ich fein zum Mittagessen und ich kann es noch noch Wein trinken, weiss ich auch nicht, aber ich habe dann immer noch Geld gesparrt. Und wenn du wirklich weit fährst, 1000 km oder so, dann willst du und solltest du ja eh die Häuschen machen. Ja. Und darum, das Argument von der Reichweite ist ja völlig lächerlich. Aber dann ist es einfach schön, entschuldige mich, ruhig zu fahren. Es ist schön, einfach die geilste Software an Bord zu haben, wo jemals in einem Auto verbaut worden ist. Es ist der Autopilot, der ist genial. Er ist, ich sage einmal immer, zum Zusammenfassen, Tesla ist grümmig wie ein SUV, sparsam wie ein Smart, sicherer als ein Volvo, schnell wie ein Lamborghini und hat die Reputation von einem Porsche oder besser. Also zumindest bei den Geschäftskunden, die ich hier bediene, im Immobiliengeschäft, da mache ich einen besseren Eindruck als ich mit einem Tesla herfahren, als ich mit einem Porsche herfahren. Da ist also in allen Belangen, er ist so grümmig wie ein SUV, oder? Weil ja die Motoren zwischen den Rädern verbaut sind, hast du einen riesen Kofferraum und du hast vorne noch den Frank. Also nochmal mehr Platz. Der Tesla hat faktisch gesehen keine Nachfrage über einen Benziner, ausser man sagt, ich möchte jetzt laut fahren können, ich möchte stinken. Ich sage, ich sage wirklich, das gibt es die Leute, die sagen, laut fahren ist gut. Und Elon Musk hat es aber richtig gesagt, wenn der Tesla Rhodes da rauskommt. Ja, dann ist es vorbei. Genau. Wie er jetzt sagt, jetzt hat es noch so eine Art Halo-Effekt, einen Heilige-Schirme-Effekt, wenn man das so will sagen. Also quasi, jetzt im Moment kann man sagen, ja, Gasoline-Cars, Benzin-Auto, sie sind immer noch auf der Rennpiste schneller, sie sind immer noch, haben da weiterfahren können und es ist sicher, wenn der Rhodes da rauskommt, dann vier Plätze mit Gabriel-Dach, mit 1000 Kilometer Reichweite, schneller auf 100, schneller auf 200 und schneller auf 300 als der Bugatti Veyron. Ja, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Dann ist es wirklich vorbei. Dann ist es wie Vinyl. Vinyl wird nicht mehr gewisse Leute haben, die gerne Vinyl haben. Kannst du unterdessen auch CDs sagen, dann ist es auch vorbei. Genau. Oder man kann, genau, ich kann mittlerweile auch CDs sagen. Und ich sage, mittlerweile, wer wirklich heute noch von einem Benziner besteht, der, weil er sagt, ich brauche noch ein Auto, der Lärm, dann sage ich, hast du immer noch das Telefon mit einem Kabel drauf. Oder ist genau der gleiche Scheiss. Laut sein ist kein Argument. Ja, aber das sagt ja, ja, also, ja, ja, das sind ja, es gibt schon die Leute. Ja, ja, ich weiss, das höre ich auch immer. Ja, ich brauche eben den Motoren-Sound. Aber das ist, mit denen fährst du zwei, drei Runden. Ja. Und dann irgendwann steigen, ich habe das mit einem Kollegen letztens gemacht, ich bin ja dann auch dort auch ein bisschen gemein, aber das musst du ja, wenn du Tesla fährst, musst du ja ein bisschen präsentieren. Und ein Kollege, er ist irgendein Audi RS gefahren, oder er hat immer gesagt, das ist das Beste, das Grösste, schau mal, Auspauf-Fahrlag, bäh, 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 es auft zwar irgendwie 18 Liter und so, oder kostet das Vermögen im Unterhalt, alles. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt fahren wir mal ein paar Mal mit mir. Das erste Mal eingestiegen, das ist ja uhr komisch, und Rekuperation, und er ist dann selber gefahren, oder? Und dann irgendwann nach ein paar Wochen irgendwann ist er gekommen und hat gesagt, du, ähm, also, wenn du den mal verkaufen willst, gell? Also, ich wäre wirklich interessiert, ich bin jetzt mal am schauen, ob ich irgendwo so einen finden will, scheisse mich an mit dem anderen. Hey, ich bin wieder eingestiegen, ich habe angelassen, alles hat angefangen zu vibrieren, es stinkt, es lärmt, ich muss wieder an die Tankstelle, ich lasse wieder 150 St. liegen, einfach so, und ich habe gesagt, du musst es erfahren. Ich will das niemandem wegnehmen, ich habe auch noch Oldtimer zu Hause. Ich finde das echt cool. Oldtimer ist etwas anderes, Oldtimer ist Oldtimer, ich hatte mit einem Ferrari 2008, das ist lustig, so, wenn ich in einem Ferrari sitzen, oder? Ja, das ist wirklich lustig. Aber es ist nicht das, was du im Alltag willst. Im Alltag, ich sage immer, hey, wenn ich nur irgendwo ins Einkaufszentrum gehen, zwei, drei Säcke Lebensmittel posten, brauche ich keinen Lärm im Auto. Ich brauche es nicht, meine Nachbarn brauchen es auch nicht und ins Einkaufszentrum braucht es auch nicht. Ja, aber eben, jetzt sind wir auch wieder mit dem Problem von den Fake News. Ich habe gerade letztendlich auch wieder auf Facebook, ich bin viel zu viel auf Facebook, merke ich, eine Diskussion mit einem guten Freund von mir, der grundsätzlich sehr offen und interessiert ist für alles. Und dann hat er mich gefragt, ja, warum bist du da die ganzen Tesla-Fan und so, oder? Und dann habe ich auch angefangen, die Argumente, du hast glaube ich sogar auch noch reingeschrieben dort, dann habe ich auch angefangen die Argumente aufzählen, du hast auch noch reingeschrieben, genau. Und dann habe ich nachher gedacht, und er hat ja alle Argumente dagegen aufgezählt, die in den letzten drei, vier Jahren von den Mainstream-Medien aufgeführt wurden, alles. Das Auto brennt ab, Tesla schreibt kein Gewinn, ist alles Argumente. Tesla schreibt kein Gewinn, Tesla ist sowieso pleite, da sind die nicht schon pleite, wenn du jetzt bestellst, musst du drei Jahre warten aufs Auto, die Reichweite verheben nicht, das ist ein Scheiss, die Spaltmass, da kommt der ganze Kacke, den du immer wieder gehörst. Und Tesla-Fahrer nur lachen. Ja, sicher. Und da kann man dann nicht um ihn vorwerfen, oder? Aber das ist, magst du erinnern, wo das iPhone rausgekommen ist, wo es geheißen hat, ja, unsere Geschäftskunden wollen eine Tastatur. Ich fühle mich genau in dem Film wieder, aber genau im gleichen. Und ich bin letztens, ich habe das erzählt, habe ich auch letztens mit meinem Kollegen das Auto getauscht, dann hat man sie einen Mercedes gegeben, wir sind beide auf Zürich fahren und es ist schön, es ist ein spartlicher Mercedes, aber ich habe mich unwohl gefühlt. Du willst nicht mehr tauschen. Nein, du willst nicht mehr. Du hast keine Übersicht, also du willst einfach nicht mehr, genau, du willst das nicht. Du willst nicht mehr. Ihr löst es schon ab, wenn ich dort den Start-Stop-Button muss drücken, dann macht es Ja, genau. Dann löst es mir schon ab. Und dann fühlt es sich einfach auch nicht, es ist einfach nicht less. Es ist einfach Dampfmaschine. Software, wenn ich mir überlege, jetzt läuft da Benzin durch die Pumpe vom Tank, da rein, explodiert da vorne, dann kommt die Wasserpumpe, die Kühlwasser durchbringt, dann kommt die Ölpumpe, wo das Öl durchgeht, dann müssen die Dichtungen, dann muss das geschmiert werden, dann muss das, dann gehen die Gase wieder hin und raus. Dann denke ich so, hey, hocke ich in einer Dampfmaschine? Genau. Das sage ich eben auch, Dampflocken sind schön. Ja, schön, weil aber niemand mehr. Schnell sind für Schulreischen mal interessant. Ja, super, ja. Aber sonst willst du in den T-G-Wend auf Paris fahren, genau das Feeling hast du mit einem Tesla. Ja, du, eben, wir sind da Fanboys, oder man verzeiht zu uns hoffentlich. Das Problem ist doch, dass Fanboys, finde ich eben relativ, ich weiß es bei Apple schon nicht mögen, Apple, heute kann man sagen, es hat gute Konkurrenz gegeben, weil es am Anfang nicht kopiert wurde, jetzt haben sie wirklich auch ein sehr hohes Niveau, oder? Aber Fanboy lässt ein Stück weit nicht gelten. Ich bin einfach ein Fan vom besten Produkt. Wenn jetzt wirklich Audi da wäre und ein super Produkt würde herstellen, aber ich sehe nur, dass es nachfällt mit zehn Jahren Verspätung. Und dann muss ich sagen, ja, ich bin Fan vom besten Produkt und ich bin Fan von Innovation und ich bin Fan von Elon Musk, wo Zoom wirklich ermöglicht. Ja, absolut. Aber, klar, ich bin jetzt gerade heute lustigerweise durch die Wäschale angefahren mit dem Tesla, hin und wieder mache ich das auch und dann röhnt es einfach rein, oder? Dann röhnt es einfach rein, oder? Dann bist du nachher einfach ein bisschen, ich meine, es ist jetzt schön warm gewesen und so und dann kommt ein bisschen kalte Gischt rein, das ist angenehm, aber es müsste ja eigentlich auch nicht sein, wenn man ein Auto für über 100.000, oder? Aber da muss man Fanboy sein, jetzt kann er eine Geschichte erzählen, das ist leider nicht da. Vor zweieinhalb Wochen konnte ich ein Hochzeitstermin leiten und dann bin ich auf den Hügel hochgefahren und dann ist alles zugezogen. Dann hat es noch eine Einfahrt gefunden, jetzt kann ich mal schauen, ob ich neben der Einfahrt parkieren kann, damit die Autos auch noch gut durchkommen. Dann bin ich parkiert, bin ausgestiegen, ging zu schauen und dachte, ja, das ist okay. Ich will zurück und in dem Moment, wenn ich zum Hebel greife, geht der Hebel rein. Auto zu, meinen Schlüssel drin, mein Handy drin, mein Schacke drin, meine Hochzeitskette drin, alles drin, die Ceremonie in einer Stunde. Ich war zum Glück ein bisschen froh dort gewesen, bin ich immer. Und ich klebe an dieser Fensterscheibe und denke, da muss jetzt aufgehen. Ja, der ist nicht mehr aufgegangen und der Grund ist der, ich kann es jetzt nicht zeigen, ich habe einen Portemonnaie, der einen RFID-Schutz hat, dass du aus Versehen an einer Kasse vorbei läufst, deine Kettekarte auslesen, und ich habe den Schlüssel genau dort hin zu tun. Verstehst du? Hat es das geblockt? Ich habe den Zufall. Hat es das Signal geblockt, oder was? Ja, genau. Okay. Da kann man mit dem Test einfach aufmachen, ich meine, das ist keine eigene Technologie, das hat wahrscheinlich jedem anderen Auto abpassiert, oder? Okay. Und ich denke, what the fuck? Ich habe Hochzeitstermin, ich habe überlegt, jetzt muss ich einen Stein nehmen und die Scheiben einschlagen. Das ist vielleicht noch krass, ich weiss nicht, ob du selbst ein Latt hast, ohne Handy. Weißt du, mit dem Handy jetzt auch aufmachen können. Jetzt habe ich eine neue Apple Watch App, jetzt könnt ihr für die Apple Watch das Auto aufmachen. Und dann bin ich zum Restaurant gegangen und da habe ich immer eine Beitour, oder? Da war es gut, das Problem, wenn ich Internet habe, kann das nicht mehr passieren. Und dann habe ich Tesla angerufen und Tesla kann mir sagen, im Moment sind sie einfach überfordert mit dem Kundendienst, das merkst du immer wieder. Und dann bin ich zuerst etwa eine viertel Stunde oder so gefüllte viertel Stunde in der Schweizer Hotline gelaufen gewesen und dann bin ich auf England überwiesen worden. Wenn ich jetzt Englisch hätte können, wäre es schon mal aufgeschmissen gewesen. Nach etwa, ich muss sagen, nach etwa 35 Minuten warten und das ist eine lange Zeit, wenn du eine halbe Stunde später hochzuholen musst und das ist wirklich shit gewesen. Aber dann hat sie gesagt, wann haben sie ihren letzten Service gemacht, was ist ihr Geburtsdatum, was ist ihr sowieso? Ja, ich mache ihr jetzt das Auto auf. Und dann hat sie von London aus bis Auto aufgeschlossen. Ich kann herangehen, das Handy rausnehmen, die Rede rausnehmen und die Rede halten. Und du bist trotzdem wieder, obwohl ich jetzt einen schlechten Fall gemacht habe mit der Wartezeit, man sagt, ich bin wieder der Sieger. Bei jedem anderen Auto, die Panne, die haben schon nie rechtzeitig da gewesen. Hättest du die Scheibe eingeschlagen oder hättest du das gemacht? Und da muss ich sagen, das ist einfach wieder so ein magischer Moment und das eben, das Anwendungsvergnügen von TESA, der Spassfaktor, dass einfach das Zeug alles eben doch meistens sehr gut funktioniert, den viel tieferen Unterhalt, die viel tieferen Kosten, weil man ja kein Vergaser, weil man das Zeug alles nicht hat und dann noch obendrauf noch der tiefe Abschreiber, den man hat, wo in einer Art das Auto erst durchmacht, ist ein Abschreiber. Ein neuer Golf schreibt mehr ab als ein einjähriger Tesla und dann kann man sagen, es ist absolut vernünftig, einen einjährigen Tesla zu kaufen. Aber das müssen die Leute das selber erfahren. Ja, aber ich will jetzt meine Wartungen erzählen, weil wenn man einfach so TESA-Liste über TESA-Liste hat man das Gefühl, die hat das voll in den Griff. Dabei will die da raus stemmen. Jetzt kommt das Model Y raus, der Model Roadster, der Semi-Truck kommt raus, wahrscheinlich jetzt ein Upgrade vom neuen Model S. Und das Model 3 kann man jetzt ja extrem schnell. Also ich glaube, wenn du das jetzt heute online bestellst, ich glaube, in einem Monat hast du das da, oder? Also das ist wirklich krass. Das ist auch so etwas, wenn du jemandem sagst, ja, Tesla, ja, und dann wartest du nach zwei Jahren, bis das Auto kommt oder so. Ist ja jetzt auch nicht mehr. Jetzt haben sie es ja. Jetzt haben sie es im Griff. Und eben die Batteriefabrik, die Gigafactory, wenn sie fertig ist, mehr Batterien herstellen als die ganze Welt miteinander. Da muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Und das ist ja so etwas, so eine Fake News. Und da glaube ich, da Freunde von mir, ja, Wasserstoff. Kann ja sein, dass Wasserstoff für irgendwelche Lastwagen oder irgendwelche Busse und so kann ich nicht ausschliessen. Aber das Problem ist gelöst. Das ist, wenn jetzt jemand heute noch würde sagen, ja, Betamax setzt sich durch. Oder? Es ist besser als VHS, wenn man kann die Kassette kehren. Das Thema ist gegessen. Weil wenn ein Auto jetzt schon 500-600 Kilometer Reichweite hat, das Recycling eigentlich von der Batterie auch grösstenteils schon gelöst ist und immer noch Innovation stattfindet. Es findet immer noch, im Bereich des Diesel, wo man nur noch bescheissen kann, hast du bei Batterien immer noch einen Riesenfortschritt. Das ist gegessen. Es wird Stromautos durchsetzen und dann heisst es, ja, wenn in Deutschland nur noch so und so unterwegs wäre, dann hätte man gar nicht noch Strom. Ja, darum wird man das einfach ausbauen. Es wird passieren. Es wird ausgebaut werden. Es wird gelöst werden. Parkplätze, jetzt schon da in Weil, hat jemand eine Überbauung gebaut und jeder Parkplatz für Vermieter hat einen Stromanschluss. Ja. Da geht es hin. Das ist ja der grosse Vorteil, was viele Leute überhaupt nicht verstehen. Strom ist überall. Strom ist ja schon überall. Eben Wasserstoff, die Diskussion haben wir ja genau auch gehabt, auch mit dem Kollegen, der auch gefunden hat, ja, alles schlechter, plus wie kommt der Wasserstoff dort in die Tankstelle. Dann hast du wieder einen Tanklastwagen, der aber ein riesen Volumen drin hat. Das ist ja noch viel schlechter vom Volumen Brennwert im Vergleich zu Benzin oder Diesel. Das heisst, da fahren noch tonnenweise Lastwagen, fahren noch quer durch Europa zum Wasserstoff in die Tankstelle bringen. Und das vergessen die Leute, der Strom ist da. Jeder kann bei sich zu Hause, mehr oder weniger, ob es jetzt in einem Miethaus ist, in der Tiefgarage oder in einem Einfamilienhaus, den Lader runterstecken und man nie mehr fährt einen Tanklastwagen durch die Schweiz. Und weisst, es ist ja auch intuitiv für jeden verständlich, dass wenn man doch ein wirklich selbstfahrendes Auto hat, dass es irgendwie Sinn macht, damit keine Dampflocken anzusteuern, sondern einfach ein Elektroauto, das alles ineinander Aber so weit sind ja die Leute sowieso, ich ehrlich gesagt, auch nicht. Ich weiss, dass das früher, oder später wird kommen. Ich weiss nicht, ob ich es lässig finde, ehrlich gesagt. Ich schon. Aber Elon Musk hat gesagt, in den Deadlines, da ist er nicht der Beste, aber in der Prognose hat er immer recht. Er hat ja den 10-Jahres-Plan gehabt, er hat genau gesagt, zuerst den Roadster, dann Model S und dann Model 3. Er hat alles eingehalten. Und er hat gesagt, er hat das Interview gegeben mit einem MIT-Profi für Artificial Intelligence und da ist ein ganz schlauer Kopf und der nimmt sich gegenseitig sehr ernst. Elon Musk ist ja Ingenieur, ist einfach ein Verkaufsfuzzi, wie die Leute, die bei VW arbeiten, die sichert waren. Das sind ja wirklich Leute, die eine richtige Ahnung haben in der Leitenden Position. Und er hat gesagt, er gehe ich davon aus, dass bis Ende nächstes Jahr ein Autofahrer, ein Tesla-Fahrer kann am Steuer einschlafen und sicher nach Hause gefahren wird. Er möchte damit ausdrücken, dass man nicht darf das machen, aber dass es schon geht. Und er sagt, schon bis Ende dieses Jahr sollte das Auto eigentlich unter die Strassen fahren. Ob diese Prognose stimmt. Und er hat auch schon die Pläne, in zwei, drei Jahren dann anfangen, das U-Boot quasi, dass du das Taxi rufen kannst. Ob das so schnell geht, weiss ich nicht. Aber ich bin optimistisch, dass er das Erste ist, was er macht. Das glaube ich auch. Und wenn es jemand anderer macht, dann ist es nicht VW und nicht Mercedes, nicht irgendjemand, dann ist es Waymo von Google oder Apple oder irgendjemand anderen. Weil der geile Shit kommt alles aus dem Silicon Valley. Da kann man auch so träumen und hoffen, dass sie Deutsch das hinkriegen. Sie haben die Mentalität nicht. Nein, von Deutschland kommt das nicht. Deutsche und Schweizer, wir sind Industriebetriebe, aber wir haben nicht eine Ahnung von Endkunden. Wir können nicht wirklich Endkunden beliefern. Nein, und es gibt ja ein grosses deutsches Softwareunternehmen. SAP. Aber eben auch dort, du hast Geschäftskunden. Wenn es um Endkunden geht, dann sind die Amerikaner einfach unschlagbar. Kunden, die endest Marketing, all das, wirklich auf das Bedürfnis eingehen. Und darum, die ganze Software, die hier entwickelt wird, da brauchst du die besten Köpfe der Welt und die sind jetzt dran. Und die wollen nicht in Hamburg arbeiten, nicht in Berlin arbeiten, die hocken auf dem Silicon Valley, wo die Löhne viel höher sind, wo das Wetter schöner ist, wo die Mentalität da ist, von der Innovation. Ich verstehe einfach nicht. Also irgendwo durch eine Verständnis halbe aus der Nostalgie irgendwie, aber grundsätzlich aus der Technologie-Idee verstehe ich nicht, warum nicht irgendeiner von den deutschen Premium-Herstellern von mir aus oder was auch immer gesagt hat, okay, und jetzt schaffen wir einfach mit Tesla zusammen. Aber richtig offensiv. Ja, sie haben es ja gemacht, aber sie sind ja wieder raus. Sie sind ja wieder raus. Sie haben ja abgezogen von Tesla. und dann sind sie ja wieder raus und haben gefunden, wir können das auch, oder es interessiert uns nicht, oder es interessiert Menschen nicht, oder ich weiss nicht was. Aber heute, spätestens jetzt, müsste doch wirklich einer kommen und sagen, weisst du was, jetzt machen wir irgendeine Joint Venture, oder kaufen es halt auf, oder ich weiss nicht, keine Ahnung, wie das dann, welche Auto dann noch geboten wird, oder es werden beide, ich meine, es schaffen ja alle zusammen, Toyota arbeitet mit BMW, Renault arbeitet mit Nissan, die arbeiten ja alle zusammen. Renault und Nissan, habe ich gerade gelesen, heute glaube ich, die tun Waymo, haben ja eine Kooperation für selbstfahrende Autos in Paris oder so etwas. Also das ist eben genau der Ausweg, den sie können haben. Aber das Problem ist eben, wenn jetzt die Deutschen und die Franzosen anfangen mit Silicon Valley zusammen zu arbeiten, am Schluss sind es nur noch Hüllenlieferanten. Ja, aber ist doch gleich. Nein, aber die Marge bricht weg. Ja, aber die werden ja intelligent genug sind, um ein Geschäftsmodell zu entwickeln, wo am Schluss alle etwas davon haben. Also ganz ehrlich. Ganz ehrlich, die werden eh nicht sterben, das glaube ich auch nicht. Die werden weiterleben, so wie es gibt hunderte Menschen, nein, sterben werden sie nicht. Ja, nein. Es wird einfach nur Tesla geben, es ist mit der Telefon, es ist ein zu grosser Markt, oder, da hat Apple 30 oder 50 Prozent, je nach Land, ein Marktanteil, und Tesla will nie eine Mehrheit heimenden Land an Elektroautos, das glaube ich nicht. Aber der Witz ist eben, ja, vielleicht kommen Chinesen oder Japaner oder Koreaner. Chinesen werden kommen, weisst du? Die haben jetzt schon riesen Markt und die haben Elektroautos. Die Generation, die noch findet, ich gehöre ja auch noch zu denen, ein Porsche ist etwas Cooles, ein Mercedes ist etwas Cooles und ein Audi RS ist etwas Cooles, die Generation stirbt auch aus, in 20 Jahren sind die auch weg. Die heutigen Jugendlichen, sage ich mal, wo dann in 10, 20 Jahre selber mal sich ein Auto leisten können, die wachsen jetzt mit den Elektroautos auf und ob die dann noch finden, ich muss einen Porsche haben, wenn die sagen, ich komme mit 10 Mal die bessere Leistung rüber, das grössere Display, alles besser und es kostet mir nur halb so viel mit Porsche. Warum soll ich dann noch einen Porsche kaufen? Ich glaube, wenn die Autos eine Chance hat, ist es bei diesen Mittelklasseautos, so Golf, so Geschichten, bei Ferrari und so, da stehen alle vor einem Riesenproblem. Natürlich haben sie eine Riesenmarke, aber das Problem, was sie haben, ist, jetzt wollen sie auch einen Elektro rausbringen, aber die Werte werden jetzt nicht annähert. Sie werden einen Wert von einem Model S vor drei Jahren mit dem neuen Auto rausbringen. Und wenn sie einfach längsamer sind, ein Ferrari muss schnell sein, oder wenn sie nicht mehr röhren, dann muss er wenigstens schnell sein. Und dann schafft sie auch nicht. Ich habe das Gefühl, bei denen, bei denen, die sich wirklich einen Namen gemacht haben, Ferrari, Lamborghini, von mir aus auch noch, Bugatti, McLaren, dass die, Aston Martin oder so, dass die können sich wahrscheinlich noch ein bisschen länger halten. Aston Martin? Ich meine, auch wenn sie ein Elektroauto werden bringen in fünf, zehn Jahren und das nicht ganz so schnell ist wie ein Tesla oder so, weil sie einfach immer noch den Mythos haben. Aber der verschwindet auch irgendwann. Aber der leidet viel mehr als bei einem Golf. Nein, das finde ich nicht. Nein, bei Golf, was hat der Golf in zehn Jahren noch für einen Vorteil, wenn es zehn elektrische Autos gibt, die besser gibt als der Golf? Ich bin so stolz, dass ich einen VE kaufe. Niemand. Es gibt jetzt schon halb so teure Autos wie der Golf, die gleich gut sind. Oder? Also das ist jetzt schon schon... Jetzt noch, jetzt noch. Aber ich will sagen, bei einem Ferrari die Leute kaufen das aus einem Bluff raus. Und ich sage in dem Moment, ich habe ja letztens einen Lamborghini neben mir gehabt, der mich schon rausgefordert, auf der Autobahn 8 Personen ist es 120 geworden. Und ich bin, der war nicht der schnellste Lamborghini, den es gibt, aber ich habe nicht den schnellsten Tesla, den es gibt. Und vor 80 hat er beschleunigt. Das hat mich einfach Wunder genommen, ob ich mitmache. Und ich bin bis auf 140 mit. Und ich habe das Gefühl, ich habe keinen Meter verloren. Und in dem Moment, ich habe immer gesagt, früher ist das super cool, weisst du? Ja, ja. Aber in dem Moment, wo du fünf Plätze dort hattest, Katastrophe, mit dem Autopiloten, genau völlig bequem, in diesem bequemen Superauto hockt und gleich schnell mitfährt und bald schneller gefährt, dann ist das übernommen cool, sondern nur noch behindert. Ja, ja, ja. Nein, das ist wirklich so. Ich wollte es jetzt auch gerade sagen. Nein, aber das ist wirklich so. Das geht mir genau gleich. Ich glaube, wir müssen ein Thema wechseln, weil es wird jetzt wirklich zu fest. Nur noch Tesla. Aber man kann es nicht oft genug sagen. Wir sind beides Tesla-Fahrer seit ein paar Jahre und wir sind beide hell begeistert. Ich will, ohne dass ich jetzt den riesen Bluff abladen, aber ich habe Porsche, Maserati, okay, alter Lamborghini, Audi, alle möglichen Audi, Audi R8, BMW, die schnellsten, alles bin ich schon gefahren in meinem Leben. Gefahren oder besessen? Auch besessen. Viel besessen, gefahren praktisch alles. Tesla ist das einzige Auto, das klingt jetzt so, schäum, schäum, wir kriegen kein Geld über die Tesla, Tesla macht kein Endorsement und so. Tesla ist das einzige Auto, wo ich jetzt das Auto fast vier Jahre und es macht immer noch Spass und es schiesst mich nicht an. Jedes von diesen anderen Autos, auch mein spätestens nach einem Jahr, aber jedes spätestens nach einem Jahr wollte ich es fortruieren. Jedes. Ich habe es zwar cool gefunden, aber ich wollte nicht mehr einsteigen. Der Tesla fahre jetzt vier Jahre und jedes Mal, wenn ich wieder einsteigen finde, es ist eigentlich schon cool. Und ich frage mich, ich weiss nicht, es ist einfach etwas anderes, es ist etwas anderes, aber das muss man wirklich, man muss sich auf das einlassen, zuerst einmal. Man muss eine Schwellenüberwindung. Ich habe auch Kollegen, die immer wieder fragen, soll ich, soll ich nicht? Ich sage, hey, probiere es, probiere es, mach es. Am Schluss kaufen Sie wieder eine Audi. Aber sie getraut sich nicht, sie haben Angst vor irgendetwas, man hat Angst, ja, die Firma geht pleite, ja, kein Strom, ich bin gerade das Gegenteil, ich habe jetzt einmal einen Ferrari 308 gehabt, weil ich Magnum-Fan war, weil ich einen kaufen konnte, für trotzdem mal 33'000 Franken, jetzt kostet er aber 120 Franken oder so. Und das ist die einzige Ausnahme, und sonst bin ich immer, ich bin in Döschwo gefahren, dann bin ich in Twingo gefahren, und mein Highlight ist ein Renault R5, mit etwa 200, äh, Renault Clio mit einem RS, mit etwa 200 PS. Und sonst habe ich, ich habe nie ein teure Auto gekauft, erst mal, weil es wirtschaftlich immer möglich gewesen ist, und zweitens auch, auch wenn ich das Geld vielleicht kann, auch dort, wo ich den Tesla gekauft habe, ich habe mir so überlegt, ich dachte, wie soll ich ein schöneres Auto kaufen? Und ich habe niemals gedacht, nein, mir scheisst es an, nach einer so teure Huren Rechnung zu zahlen, mich scheisst es an, so einen verdammten Huren Abschreiber zu zahlen, und mir scheisst das Benzin an. Ich habe einfach immer gedacht, nein, das freut mich jedes Mal nach, wenn ich eine Tasche fahre und denke, nein, der Renault 5 hat jetzt ein Drittel oder die Hälfte oder weiss ich nicht was. Und der Tesla ist das erste Auto gewesen, und ich gemerkt habe, der hat all diese Nachteile nicht. Aber hast du das von Anfang an gewusst? Mit dem Abschreiber? Ja, hast du das alles vorher studiert und genau die Rechnung gemacht und alles? Ja, also ich kann dir sagen, als ich es frisch gekauft habe, unterschrieben, habe ich den Buyer's Regret gehabt gehabt, so heisst ja das. Wirklich, ich dachte, ja, shit, was habe ich da gemacht? Ja, ja, ich auch. Da war wirklich ein Riesen-Stretch gewesen. Und ich dachte, was mache ich da, ein Auto kaufen für 91'000 Franken? Ich muss sagen, das war ein einjähriges Auto, 938'000 und ich habe es mit 91'000... Oder 91'000? Oder 89'000? Ich glaube 89'000 oder 93'000. Ich glaube 90'000. Das heisst, der grosse Abschreiber für etwa 40'000, 45'000 Std. der war weg. Und das war natürlich Gold. Weil nachher kann man sagen, mein Tesla entwertet sich im Moment etwa 10'000 Franken pro Jahr. Und bei meinem neuen Golf hast du eine höhere Entwertung. Und vor allem habe ich das Gefühl, ich habe jetzt 110'000 Kilometer drauf, der rollt ja am ersten Tag. Und ich habe letztens jemanden gefragt, wie mit Autos drauskommt. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich ein Auto länger gefahren bin, ein Twingo zum Beispiel, nach ein paar Jahren, fängt er an zu röhren. Aber er meinte, er ist nur ein Spengler, ist kein Auto mehr. Er hat gesagt, das sei nicht unbedingt das wegen dem alten Motor, das sei, weil die Motortechnik sich verbessert und die Autos leiser werden und dann käme einem das nach einem Lauter vor. Aber ich habe das Gefühl, sie würde wirklich lautern. Ich habe einfach das Gefühl. Und bei dem Tesla, das ist dann auch ein Auto, das dann auch alt wirken lässt. Und bei dem Tesla steige ich ein, als wäre das ein neues Auto. Immer, jeden Tag von neuem. Man hat das Gefühl, es ist ein neues Auto. Die Batterie hat mich nachgelassen, als ich das gekauft habe, Jahre alt, hatte ich noch etwa 390 Kilometer. Jetzt komme ich noch etwa 378 Kilometer. Im besten Fall, je nach Tagestemperatur, die von draussen herrscht usw. Aber für das 375 Kilometer, aber das ist ja ein Abschreiber in drei Jahren. Wie viel Prozent ist das? 3-4 Prozent? Ja, es ist 1-2 Prozent pro Jahr. Ja, mir ist es weniger, glaube ich. Und wenn man jetzt sieht, der Tesla wird wahrscheinlich 300-400 Kilometer machen, ohne gross rumschauen. Und er wird sich doch 300'000 Kilometer noch gut anfühlen. Das habe ich das Gefühl. Und darum eben, also um auf das zurückzukommen, dass ich das Auto kaufe und dann wieder wird kaufen, das hat mit dem zu tun, dass eben all die Nachteile, weil das Auto normales mit sich bringt, bei dem Auto nicht bestät. Und natürlich mit dieser vollen Funktionalität vom Selbstfahren, wird der Abschreiber jetzt bei meinem Auto für das ein bisschen stärker werden, weil es das noch nicht hat. Aber die neue Tesla kann man mit meinem besten Gefühl kaufen. Ich habe es gerade davon ausgeholt, dass sich der Wert bald fast zu halten wird. Ich sehe da nicht mehr Abschreiber als 10 Prozent im Jahr. Vielleicht im ersten Jahr eben auch noch ein bisschen. Und da kann das jetzt alles bringen, oder? Aber ja, ich denke auch, das wird schon stabil bleiben. Aber ja, es ist wirklich so. Es macht nach Jahren immer noch Spass. Und eben, du hast, wie du richtig sagst, immer noch das Gefühl beim Einsteigen, ich fahre nicht ein altes Auto. Und das hast du einfach bei den anderen. Ich habe zweimal in meinem Leben einen Audi R8 gekauft. Wunderschönes Auto, designt, sensationell, alles cool. Katastrophe. Ob du merkst, in drei Jahren, jetzt ist es komisch aus. Genau, dann kaufst du das und findest, ist jetzt mehr oder weniger, ist ja dann schon nicht Stand der Technik, weil sie bauen ja das alte Zeug, ausser du kaufst das allerneuesten Modell, wo jetzt gerade rauskommst. Und dann lässt es das ja immer irgendwie über drei, vier Jahre lang drin, diese Navigation oder so. Und wie ein Subtay, also wenn ein Abtay der Garage oder so. Obtisch gibt es kein Subtay, irgendwie ein Facelift oder so, aber Navigation, der Chip ist immer noch dergleichen, die Software ist immer noch diegleiche. Und, und dann eben irgendwann, bist du einfach in das Auto eingestiegen und denkst du irgendwie so, es sieht zwar von draussen wunderbar aus, die Leute klatschen, wenn du noch mal hierher fährst, es ist alles lässig, aber eigentlich fahre ich wirklich ein steinaltes Auto. Und das Auto ist dann am Schluss irgendwie, also jetzt, als ich es verkauft habe, irgendwie, ich weiss nicht, drei Jahre alt gewesen oder so. Nach drei Jahren hatte ich schon das Gefühl gehabt, ich fahre wirklich ein altes Auto. Und ich hatte letztes ein Mietauto BMW mit so einem Drehkorb, den ich noch nie hatte. Das allerletzte. Während der ganzen Zeit, als ich dort besessen habe, als Mietauto, ich habe das nicht verstanden. Nein, das ist Katastrophe. Also das habe ich auch nie verstanden. Es fühlt sich gut an, es ist gut verarbeitet, die Hardware, aber die Software ist jetzt gegenseitig aktiv. Katastrophe. Das habe ich auch beim BMW, dort bin ich auch durchgedreht, das gibt es gar nicht. Nur schon die Logik bei BMW, ich weiss, heute machen sie das wahrscheinlich anders, aber den habe ich ja vor etwa fünf Jahren gekauft gehabt, den i8, das ist ja damals, da haben sie gesagt, die Zukunft beginnt jetzt, hu hu hu, ha ha ha, alles, der Hybrid-Sportwagen, oder? gut gemacht, cool, zum Fahren, Hybrid, Riesenkatastrophe, oder? Da haben sie gross auf dem Plakat, ich habe noch ein Foto gemacht, auf dem Plakat, bei BMW Schweiz, ist gestanden, unten dran, Verbrauch nach, wie hat es früher geheissen, Nefz, oder? nicht WLTP, früher hat es noch Nefz geheissen, glaube, Nefz, oder? Neu-Europäische Fahrzeugkussing, oder so etwas, okay. Dann ist dort tatsächlich gestanden, bei einem Auto mit 370 PS, Verbrauch, 2,1 Liter, oder? Im Ernst? Ja, ist dort gestanden, gross, auf dem, das Riesenplakat, oder? Nein, so verdammte Lügner, ja, so verdammte Lügner, ja, ich kaufe das Auto fahre, zuerst mal, ganz danke ich sie, du äh, stimmt doch etwas nicht, wie bei Apple, wenn Apple gesagt hat, die iPad hat eine 10 Stunden Batterie, hat er 10 Stunden Batterie, vor Apple, hat jede andere Firma einfach gelogen, mit der Tür, und dann ist Apple gekommen, mit echten Zahlen, und das ist da, und ich sehe, sorry? Nein, nur noch schnell, um das noch fertig zu machen, die E8 ist ja präsentiert worden, als das neue, Captain Future Auto, also wirklich, die ganze Technologie, die BMW überhaupt irgendwo findet, im Lager, bauen sie das Auto rein, und dann tun sie das Navi rein, was wahrscheinlich auch schon 2, 3, 4, 5, 6 Jahre alt ist, und das Navi ist im Format so, also ich schätze, 20 cm breit, und ich bin 7 cm hoch, jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie viel du siehst, wenn du fährst, du siehst nichts, 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 ich habe mich so aufgeräumt, jedes Mal, ich dachte, hey, ich will doch schauen, wo ich herfahre, und du siehst einfach nur, ein bisschen Strasse, und du fährst, und fährst, und fährst, und irgendwann kommt ein Haus, ich sage, da wäre es gewesen, oder, hey, das ist so eine Katastrophe, und ich dachte, hey, was überlegen dir, macht das Navi, wenn ich in die Richtung fahre, weil ich auch in die Richtung schaue, also muss es Hochformat sein, kein Mensch schaue den Karten an, so, in der Logik, voll, voll, ja, bierweich, ich habe, man kann nicht nur, wo der iPad frisch rausgekommen ist, 2010, glaube ich, da hatte Apple, glaube ich, einen Wert von etwa 50 Milliarden, so wie Tesla heute, oder, 40 Milliarden, und, da habe ich meinem Bruder gesagt, Apple macht einfach alles richtig, oder, z.B. mit dem Phone, dann mit dem iPad, mit dem ganzen Marketing, mit der Preisstaffung, einfach mit allem, macht es alles richtig, und dann hat mein Bruder gesagt, ja, das stimmt, und mein Vater hat mich gefahren gehabt, in einem anderen Zusammenhang, was soll ich, fragt sich auf dich, ich sagte, Apple, und dann hat er reingelogen, und gesagt, ja, 50 Milliarden, das ist die Türen, da hast du kein Potenzial mehr, oder, weil letztens haben sie eine Billion überschritten, jetzt sind sie doch wieder runter, das ist etwa 20 Jahre, und ich sehe Tesla, genau am gleichen Ort, und darum mache ich eine volle Wette auf Tesla, ich werde wirklich sehr viel Geld investieren, und in drei Jahren kann man mich bewundern, oder auslachen, wenn jemand das Video dann noch sieht, wenn ich verliere, dann nehme ich das Video dann vom Netz, ich sage dir, das ist genau der Moment, wo Tesla beweisen hat, wie Apple, iPhone ist draussen, es hat sich verkauft, die Leute sind in Schlangen gestanden, das iPad ist draussen, ist ein gutes Produkt, und man hat es eigentlich gewusst, man hat es eigentlich gewusst, Apple wird den Durchbruch haben, und genau das Gleiche, wir haben einen charismatischen Leader, der nicht nur verspricht, sondern liefert, der ein bisschen vergöttert wird, ich finde zum gewissen Teil nicht, gerade vergöttern sollte man niemanden, aber also der Furcht, also vor seiner Leistung, ist auch bei mir da, wir haben nicht nur ein Produkt, wie man zeigt, wir haben drei Produkte, die verheben, also sicher jetzt mal Model 1, Model 3, und wir wissen jetzt einfach, sie wissen, wie das geht, danach wieder zwei Produkte, wie bei Apple, und das Potenzial ist riesig, von selbst fahren, zu Autovermietung, zu künstlicher Intelligenz, dann haben sie das einzige, wirklich Milliarden Kilometer Erfahrung in der Software, das heisst, sie sind allen anderen voraus, der Elon Musk hat voraus gesagt, all die, die jetzt mit LiDAR arbeiten, dann hat das Radartechnologie, etwas Verwandtes, die werden alle umsteigen auf die Kamera, read my lips, oder mark my words, was immer, und ich glaube ihm da jedes Wort, und ich glaube einfach, der ist so viel voraus allem anderen, und so aus dem Grund, nicht wie ich ihn einfach cool finde, sondern wie ich sehe, Status heute, und ich sehe die Parallelen zu Apple brutal, ich sage nochmal, ich gebe keine Rolle, wie wir sie investieren, aber ich selber, ich gehe voll auf die Firma, ich glaube so extrem daran, wird Schwankungen geben, die nächsten 6, 12, 24 Monate, weil ganz viele gegen Tesla wettet. Das wollte ich gerade sagen, da sehe ich eine der grössten Gefahren. Ja, aber dort, es gibt ein gutes Gespräch, mit einem Milliardär, der auch bei Facebook, früher dabei gewesen ist, nicht der PayPal-Kollege von Elon Musk, sondern ein anderer, einen Inder oder so schwierigen Namen, der hat das Eindruck gegeben, und der hat gesagt, weil der andere hat es auch gesagt, egal, der Peter Thiel hat das gesagt, beide haben gesagt, es ist eine schlechte Idee, gegen Elon Musk zu wetten. Ja. Weil am Schluss, wieso soll man in der Vergangenheit wetten? Da kommt jemand mit einer sauberen, also sauberen Technologie, alles ist moderner und besser, wieso soll man gegen das wetten? Und er hat dann auch gesagt, es ist hier so am Wasser zu, in dem Interview, und er hat dann gesagt, über dem Wasser, in so einem schönen Glaspalast, und er hat dann gesagt, was man sehen muss, das ist, wenn man jetzt einen Becher nimmt, und den, der ins Wasser stellt, auf das Wasser, auf eine Inseli. Und dann probieren wir mit einem Golfschläger, mit einem Golfballen, in das Pächle hinzufügen. Ich würde behaupten, sagt er, da können sie ein Million Mal probieren, wahrscheinlich treffen sie jetzt einmal. Und Elon Musk hat das zweimal gemacht. Zuerst mit SpaceX und mit Tesla. Und ich bin der Meinung, das ist ja wirklich, da sagt Elon Musk zu Recht, man hat ihn ausgelacht hier. Man hat ihn wirklich ausgelacht. Und jetzt halten alle die Schnorren. Wie bei Apple, oh, Touchscreen, es ist da, es wiederholt sich einfach, und ich sehe natürlich nicht, die Geschichte wiederholt sich ja nie, eins zu eins. Und es können Fehler passieren, es kann Probleme geben. Es ist viel härter, Autoproduktion zu skalieren, als einfach ein bisschen ein Handy zu skalieren. Ich sehe trotzdem, ich sehe Konkurrenz, statt einmal von Google mit Android, sehe ich sie bei den Chinesen. Und alles andere, also, und auch wenn die kommen, und die werden Erfolg haben, und Tesla wird eine Minderheit haben, aber der Markt ist so riesig, dass Tesla auch 10 oder 15 Prozent vom Markt verlangen, zum brutal gross werden. Dann können sie ja zuliefern, andere Firmen, Tatribestränge, das, was sie auch machen, hat Elon Musk gesagt, wenn es zu viele Änderungen gewünscht von da sind, Batterien, oder, es wird immer mehr eskalieren. Und er, ja, ich, ich bin gespannt, wo wir werden ziehen. Ich glaube schon seit 2-3 Jahren, das wird entschieden sein, aber ich werde die Aktien behalten, bis ich aus dem Beruf selbst umsteige. Und dann habe ich das Gefühl, das ist meine sehr schöne Pension. So sicher bin ich über Elon Musk und sein Tesla, dass ich das so öffentlich kommuniziere. Ich werde heute Nacht wahrscheinlich Tesla-Aktien kaufen. Genau, da hilft mir, dass der Kurs aufgeht. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja vor anderthalb Jahren bei Bitcoin eingestiegen, dort wo alle gesagt haben, jetzt musst du, es ist gerade am explodieren gewesen. Bei welchem Stand? Und äh, puh, was ist dort gewesen? Ich glaube, dort ist er schon bei etwa 7'000, 8'000 gewesen, dort umeinander. Dann ist er ab 20'000 rauf? Genau. Dann ist er irgendwie, also, als ich angefangen habe, mich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist er irgendwie bei 1'000 gewesen, oder 2'000 oder so. Und dann ist er wirklich innerhalb von wenigen Monaten auf irgendwie 7'000 rauf oder so. Und dann bin ich eingestiegen, viel zu spät natürlich, aber egal. Und äh, und habe dann wirklich innerhalb von ein paar Tagen wirklich Tage, in Tausendenschritten, hätte ich virtuell Gewinn gemacht, oder? Aber ich habe natürlich auch gefunden, ich warte jetzt, bis da Millionen kommen, oder? Und irgendwann hat es einfach gemacht, und das ist alles weg gewesen, oder? Dann ist ja dann die erste Blase bei Bitcoin geplatzt, oder? Und dann habe ich gedacht, und alle haben gesagt, äh, aufhören mit dem Scheiss, verkauf das Zeug, und lalalala. Und ich habe einfach gefunden, du, jetzt habe ich das Geld eh schon im Prinzip verloren. Ich habe zwar die Bitcoin immer noch auf meinem virtuellen Wallet und so, aber ich lese jetzt einfach mal, und was ist passiert? Nach anderthalb Jahren sind wir wieder höher, als dort, wo wir gewesen sind, wo ich eingestiegen bin. Also gut, wenn ich es heute verkaufe, hätte ich wieder Führung gemacht. Und das zeigt mir, das ist auch, die Märkte sind schon auch unberechenbar, gerade wenn es um neue Technologien geht. Und darum glaube ich, glaube ich auch, durch das, also ich meine, es ist jetzt ein bisschen schwierig, Bitcoin und Tesla kann man jetzt in dem Sinne nicht direkt vergleichen. Natürlich nicht, es ist ganz etwas anderes, aber es hat mir einfach gezeigt, ich hatte auch Kollegen, die Tesla-Aktien gekauft haben, vor zwei, drei Jahren, als ich so angefangen zu schwärmen habe. Da haben gesagt, hey, Tesla ist das Beste, das muss man schauen, das wird nur noch explodieren. Die haben Aktien gekauft und haben dann, wo dann mal der erste oder einer von den Einbrüchen gekommen ist, wo wieder mal alle dagegen gewettet haben und so, haben die viel Geld verloren. Und dann hat es natürlich geheißen, Tesla scheisse, bababu, babo und dann habe ich auch gefunden, okay, ist vielleicht nicht so cool. Jetzt kommt es wieder. Ich wollte nur sagen damit, man darf sich auch nicht von einem Rückschlag, auch wenn jetzt deine Tesla-Aktie am Morgen plötzlich um 50% absacken, eben genau, dann muss man wirklich sagen, ich behalte das einfach, ich glaube an das Produkt, aus was für Gründen auch immer, ich glaube jetzt auch an Bitcoin, es wird nicht, noch nicht die Welt revolutionieren, aber es ist schon mal ein Anfang und Tesla genau auch, wird vielleicht nie der Nummer 1 Car-Seller von der Welt werden, wahrscheinlich nicht, aber es wird wahrscheinlich mal eine riesen Firma und darum finde ich, kann man das schon riskieren. Also es gibt einen Brief von der St. Cost-Fallacy, dass natürlich auch Aktien festhalten, auch wenn sie in den Keller rassen und sie verkaufen, aber das sollte man nur dann machen, wenn man in das Produkt glaubt und das Produkt ist eben wie bei Apple, hier das iPhone, es ist einfach verdammt gut. Und was jetzt dann zukommt zu Bitcoin, ich habe in der Gegend das erste Mal von Bitcoin gehört in einem Tech-Podcast, habe ich gefunden, komm, das kaufe ich jetzt für 5 oder 800 Std. habe ich da gedacht, da gab es Bitcoin etwa 38 Franken, kostet oder Dollar. Hedst du? Ja, da kann man immer sagen, im Nachhinein ich wollte, das hast du mir schon bewusst. Aber dann habe ich etwa einen Nachmittag investiert, zum Beispiel, wenn man sich kaufen kann. Und ich habe es nicht herausgefunden. Das ist kompliziert, ja. Es ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist immer noch. Und da noch viel schwieriger. Und dann ist der Kurs etwa auf 800 Std. und dann habe ich es erst mal begriffen, wie es gäbe. Dann habe ich gedacht, jetzt ist der Kurs zu hoch. Jetzt sind wir irgendwie bei 9000. Ein Unterschied zu finden, ist halt schon, also eben mal, also mir Bitcoin nicht gefällt, ich glaube jetzt Schürfe oder so von Bitcoin vorursacht so viel Strom wie ganz Belgien konsumiert. Ja, aber das sind doch genau auch die CO2-Märchen. Nein, nein, nein. Ich kann es nicht mehr hören. Nein, nein, es ist einfach der Strom. Es ist wirklich krass. Ja gut, aber dann zahlt ja jemand den Strom. Wo ist denn das Problem? Ja, ich finde schon, dass grundsätzliche Energieeffizienz schon etwas ist, Ja, wir sitzen hier in einem Studio mit Sibir-Ski-Werfer. Warum machen wir das? Wir könnten auch voraussensitzen im Dunkeln und das Interview machen. Wir würden gute Qualität liefern. Mümmmer, wer sagt das? Nein, wir wollen. Ich will das. Und wenn wir nur Podcast-Audio würden machen, würden wir da Strom sparen? Das ist ja nicht. Über die LED-Lampe. Es spielt keine Rolle. Die sind von China da hergeflogen. CO2, Achtung. Über Amerika sind sie da hergeflogen. Ja, noch schlimmer. Aber auf der flachen Erde ist China und Amerika. Kommen wir nicht draus. Ja, erzähl mich. Ich würde nur sagen, was mir Bitcoin nicht gefällt, ist, es ist für mich wirklich wie ein Casino. Es ist wirklich unvorhersehbar, was da passiert. Und dann wird plötzlich wieder mal eine Börse geräumt und was weiß ich. Ich sage mal anders, ich verstehe das Produkt zu wenig. Ich habe mich mal ein paar Stunden auch mit Blockchain wie das Technologie beschäftigt und ich habe im Prinzip verstanden, wieso das safe ist. Oder weil das Puzzle teilmässig einliefert dazu etwas. Im Rahmen, irgendwie habe ich es verstanden. Aber es ist für mich, natürlich verstand ich auch das Elektroauto nicht im Detail, da muss ich einfach wie so sagen, aber es ist für mich am Schluss zu undurchsichtig und es hat mir zu festen Charakter so vom Gold zu schürfen. Und ich habe so viele Idioten um mich herum. Letztens haben wir ein sehr schönes Haus im Verkauf mit einer Immobilienfirma, eine Millionvilla. Und dann kommt 1927, ich habe es hoffentlich gehört, das tut mir nicht weh, kommt her, tut unsere Zeit beanspruchen, macht eine Besichtigung und dann sagt jemand, ich habe da dick Bitcoins drin. Und dann haben wir gesagt, ja, wollen Sie Bitcoins zahlen? Dann haben wir gesagt, nein, aber irgendwie, der hat ihn doch nicht, weil das wäre dann, das wäre theoretisch noch möglich, da kann man es einfach umwandeln und gut ist. Aber das Geld hat er gar nicht gehabt, sondern einfach erzählt gehabt, wie man jetzt irgendwelche Maschinen, Computer packt, und es sind so viele Arschlöcher dort. Twitter hat dort jetzt auch zensuriert, wenn jemand Bitcoins schürft oder so etwas anbüdet, die Tweets werden gelöscht, weil es einfach so untersichtig ist und vor allem, da kommt man den Satz in den Sinn, wo man jemand gesagt hat, ein berühmter Investor, wenn Putzfrauen anfangen, Aktien kaufen, ist es Zeit, zum Abstoßen. Und das war in den Jahren 2000-mal in der Falle mit dem Dotcom-Boom. Und bei den Bitcoins habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich bin jeder vollbehinderten Typ. Jetzt haben wir dann die drei zusammen, ja. Schon mehr. Ja, ich verstehe das, das hat man auch ein bisschen abgelöscht, aber ich bin natürlich auch einer von denen gewesen, ich bin einfach aufgesprungen, ich habe gefunden, okay, ich gehe auch nicht ins Casino, weil dort weiss ich, wie klein meine Chance ist, das mache ich aus Prinzip nicht, finde ich ganz Ja, die Chance ist 47%, das schwindet hoch, aber du verlierst eben doch sehr viel, ja. Ja, aber auf der anderen Seite hat mich eben auch, das ist wieder parallel zu Tesla, mich hat eben gleich die Technologie fasziniert. Die Technologie fasziniert mich nach wie vor von Bitcoin und ich behaupte, dass die ganzen grossen Schwankungen auch nur da davor kommen, dass Banken, mit den Banken verbundenen, natürlich wieder die Staaten, wieder die bösen Staaten dahinter, dass die da Einfluss genommen haben. Ich meine, China ist ein gutes Beispiel gewesen, wo die da Handel mit Bitcoin verboten haben oder mindestens stark eingeschränkt haben plötzlich und dann ist das zusammengekriegt. Und das sind, ich glaube, wenn man den Bitcoin nicht probieren, staatlich irgendwie zu regulieren, was sie ja probieren, mit Mühe und Not, Banken und alles, dann hätte das ein Riesenpotenzial. Vielleicht nicht genau die Technologie, aber etwas, was darauf passiert. Wenn ich mich fragen, ist, kann man dann so etwas wie die Technologie überhaupt stoppen mit Verbot? Geht das überhaupt? Nein, du kannst ja die Leute bestrafen, weil klar, du könntest jetzt... Der Besitz von Bitcoins könnte verboten werden. Genau, dann kommt der vom Bargeld. Früher oder später wird es Bargeld verboten. Solange es Bargeld gibt, könntest du theoretisch... Ich kann jetzt in Zürich am Paradeplatz mit meinem Handy das dort an Apparat anheben und dort ein paar Tausendstunden rauslassen mit Bitcoin, oder? Im Prinzip von meinem Bitcoin-Konto Cash rauslassen. Wenn das nicht mehr geht, muss ich das anheben und dann geht es auf mein Konto und dann schaut der Stab mit. Dann sagen sie im Moment, da haben sie 3000 Franken mit Bitcoin umgewandelt. Wie viel Bitcoin haben sie denn auf ihrem Wallet? Wobei du kannst es doch machen wie mit, wie heisst, die Vierscheck oder so. Dann kaufst du einfach Bilder, dann kaufst du es... aber dann musst du es halt wäschern und dann wird die ganze Zeit... Bilder. Das heisst, du kaufst jemandem mit Bitcoin Bilder ab? Ja. Gut, aber dann hast du die Bilder bei dir zu Hause und dann? Nein, du verkaufst sie und lässt die Bitcoin zahlen. Aber wenn ich jetzt Geld brauche für ein Haus und ich habe auf meinem Bitcoin-Konto 100'000 Franken und ich möchte das für das Haus investieren, was mache ich denn? Das geht nicht. Aber du kennst... Eben? Das geht nicht. Du kennst dann... Aber du bist sofort illegal. Du musst sofort... Ja, genau. Das ist ja egal. Das ist klar. Das ist das Problem. Aber es geht ja schon. Du musst es wieder wäschern, oder? Darum sage ich, der Staat kann da schon eingreifen. Auch wenn er... Die Technologie kann er nicht eingreifen. Und dann wird es wahrscheinlich auch die Nationalbanken, weil die Hoheit kein übers Geld. Ja, natürlich. Die erste Reaktion war ja auch wieder typisch, als plötzlich alle Banken gekommen sind und ihre eigene Kryptowährung auf den Markt gingen. Da haben sie gemerkt, dass Bitcoin explodiert hat. Die Banken gemerkt, scheisse, scheisse, scheisse. Und haben auch Kryptowährungen gemacht. Aber was eben die Technologie öppet gibt, ist, dass die Technologie so schnell in Fakten schafft, dass sie nicht mehr reversibel ist. Ein schönes Beispiel, ich kann dir erzählen, ich bin in der Swiss ja gestiftet haben, 87 bis 89. Da haben wir ein Reservationssystem, Kaga Pars hat das geheiss, oder so, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, dort hat man einen Flug gebucht. Und in dem Moment, wo man einen Flug gebucht hat, hat es ein File gegeben. Und das File hat mit einem Sternli angefangen, es sind sechs Buchstaben und Zahlen gewesen. Zum Beispiel Sternli, P, N, 3, 6, 5, P. Und das File war dann gültig bis Ende für ein Jahr oder bis der Flug passiert ist, plus ein Monat oder so etwas. Und da haben nicht alle zugreifen von überall auf der Welt. Und ich als Stift dort, habe natürlich andere Stifte gekannt, im Ausland und so weiter, oder wir haben in verschiedenen Abteilungen gearbeitet. Und da hat ja PDT total ein Monopol gehabt über das Sende und Empfangen von Nachrichten. Und darum ist es, wir haben die PNA genommen, einen verfallenen Flug genommen, einen Flug verfallen lassen, einen neuen Flug gebucht, in einem Jahr den Flug wieder storniert. Und dann hat man ein Jahr lang eine Art Chat, ein Forum gehabt, um chatten zu können. Lang vor Internet, vor all dem Zeug. Und wir haben dann immer die schönen Nummern genommen, so PPP, QQR oder so etwas. Und dann hat man die eine Art, wie heute, wenn man so bei WhatsApp-Gruppen macht, haben wir da einfach unter den Kollegen, je nachdem, mit dem man nicht kommunizieren wollte, hat man eine England-Gruppe gehabt, oder man hat wie immer. Und dann hat man jeder von uns Studenten, äh, Stifte, vielleicht so 5 oder 10 P&A gehabt und mit verschiedenen Leuten geredet hat. Oder? Manchmal sind grosse Gruppen gewesen, manchmal kleine. Und das ist auch absolut genial gewesen. Und wir haben das alle verstanden. Das ist absolut genial. Keine Telefongebühren, die noch an der Tür waren und so weiter. Dann haben wir einfach können sagen, hey, ich will ein Konzert aus London, kannst du mir Tickets kaufen. Und wir haben einfach alles so über das P&A machen. Und das hast du gemacht, indem du Remarks gemacht, hast du mit einem 5er-Zahl, hast du Remark gemacht, Enter, und das ist wieder gelöscht und so weiter. Kennst du das? Ja, ja, ich habe, das ist auch in den 90, 92, 93, ich bin Canon-Schweiz gearbeitet, nachher habe ich auch bei der Swissair gearbeitet, aber dort hat es natürlich schon E-Mails und alles schon gegeben. Aber damals bei Canon hat es auch noch, ich glaube, dort haben wir noch kein E-Mail, da haben wir alles noch mit Fax gemacht und so. Dann haben wir aber auch so ein System gehabt, ich glaube, es hat es sogar noch gleich geheißen. Aber es war noch so eine komische DOS-Oberfläche gewesen, oder? Ja, genau. Also es war wirklich altmodisch, aber du hast einfach genau Remarks hinanschreiben können. Da habe ich auch so mit den Leuten kommuniziert, klar. Und das Lustige war eben, die Swissair oder die Fluglinien hatten eine Lizenz von der PDT, dass sie es machen durften für Geschäftspurposes. Jetzt hatten die aber ganze Detektivabteilungen gehabt, weil wenn die Swisscom herausgefunden hat, oder das PDT dazumal, dass es illegal genutzt worden ist, haben die Swissair Bussen bekommen. Und dann hat die Swissair dann selber so eine Art Stab gehabt, der sich auf die Suche gemacht hat nach den PNR, die so funktionieren, wo dann zu viel geschrieben wird, oder so etwas, oder eben die mit schönen Nummern oder mit schönen Namen. Und was ich aber will sagen, ist, das hätte man unterbinden, relativ erfolgreich, ein bisschen, oder so halb, aber wenn das Internet kam, war es einfach zu gross. Und ich kann mir vorstellen, Blockchain, Bitcoin, es kann sein, dass es plötzlich einfach zu schnell geht, weil bis die Politik sich gefunden hat, wie man das reguliert, wie man das verbietet, ob man das verbietet, kann das sein, dass bereits so viel, so viel Volumen über die Bitcoins, oder wie man das denn ist, wird laufen, oder die Technologie sonst nicht verboten werden, weil man sonst andere Sachen mitverbieten, die die Wirtschaft zu fest schadet, wie das Internet verbieten, ist heute unvorstellbar. Vor 20 Jahren wäre es noch möglich gewesen, hätte man verbieten können, wäre es gegangen, wäre ein riesen Schaden gewesen, aber es wäre virtuell gewesen. Und da ist dann schon die Hoffnung, dass man sagen kann, am Schluss wird es gar nicht verboten. Ja, aber dann sind wir wieder gleich weit, wie das, was man am Anfang gesagt hat, mit den Social Media. Kein Mensch wird hingehen und sagen, wir verbieten ab sofort auf der ganzen Welt Social Media. Das wird nicht passieren, aber die Idee, dass man auf Social Media kann schauen, was die Leute genau machen, ob wir jetzt Inhalte raufladen, die legitim sind, legal sind, wie auch immer, genehm, dann geht es einfach wieder da los, dass man sagt, man schaut einfach, was laden User XY da rauf, und wenn man etwas Falsches raufladet, dann können wir die Hand schälen. Und das kann bei Bitcoin und so genau dasgleichen, klar, Technologie ist immer voraus, Technologie ist immer der Gesetz voraus, aber nachher gibt es immer Gesetze, die entweder direkt gegen die Technologie gehen, die sagen, das ist verboten, das verbieten wir einfach, wirst du aber nie herbringen, mit Technologie kannst du nicht stoppen, das geht gar nicht, und dann gehst du einfach auf die Menschenloser, das ist ganz klar. Mir fehlt die Expertise, um zu beurteilen, ob das Szenario durchzudenken, dann müsste man sich jemanden haben, der wirklich in der Technologie wirklich tief drinnen ist, zum Spruch, oberflächlich klingt das sinnvoll, was du sagst, aber who knows, wenn man am Schluss, du kannst jetzt das ganze Internet zensurieren und jede Transaktion, wenn jemand macht, das ist V-Pen, du kannst dich auch, du kannst dich kaschieren, natürlich, das verdient er illegal und so. Eben, es ist illegal. Es ist illegal. Und dann irgendwann, weisst du, ob illegal reicht, es etwas verbieten, wenn du es Kiffen anschaust, oder andere Sachen. Nein, dass die Menschen genau gleichwertet machen, ist ja klar, aber wenn ich doch ein Auto kaufe, dann will ich das ja nicht illegal kaufen, nur weil ich weiss, wenn ich jetzt mit meiner Währung, die ich präferiere, wenn ich jetzt Bitcoin cooler finde als Schweizer Franken und ich will das Auto mit Bitcoin zahlen und der Händler sagt, ich nehme Bitcoin, dann will ich doch nicht sagen, ich kann leider nicht, weil der Staat erlaubt mir das nicht, oder? Aber bei den Vierscheck, oder Vierscheck kann man sich eigentlich auch nie auszahlen lassen. Kennst du Vierscheck? Ja, ja, ja. Das ist ja auch eine Abmachung zwischen den Unternehmern. Ja, aber das würde heute nie mehr hankommen, ich vergesse. Nein, aber das ist ja nie mehr hankommen. Nein, jetzt ist das tot, aber ich würde sagen, das ist ja auch etwas, das man nicht monetarisieren konnte. Ja, aber das ist, ich weiss, wann ist das entstanden? In den 70er Jahren? Aber es könnte dann, wenn man wirklich regulieren würde. Nein, aber stell dir vor, damals ist alles noch so unüberschaubar gewesen. Also es hat ja gar niemand gross interessiert, aber in der heutigen Zeit, wenn man wieder so einer kommen würde, und eben, der bringt jetzt virtuelle Vierscheck auf Blockchain-Technologie. Weil das ist vorbei. Nein, nein, aber virtuell, eben, jetzt virtuell, à la Bitcoin. Bitcoin ist ein Vierscheck, in dem es im Moment du möchtest. Aber wenn es kein Bargeld mehr gibt, gibt es ja nicht mehr, und dann wäre es dann der Status von Vierscheck haben. Genau, aber jetzt könnte doch, in dem Moment, wo die Steuer, schlussendlich geht es ja wieder nur um die Steuere, es geht ja immer nur um die Steuere, oder um die Macht von der Regierung. In dem Moment, wo sich irgendwie eine Regierung in irgendeinem Land abpisst, fühlt von dem, gefährdet fühlt, weil sie merkt, scheisse, da passiert etwas, weil wir können keine Steuere mehr auf das, das ist die grosse Furcht, wo sie haben, scheisse, wenn ich dir Bitcoin überweise, zahlen wir keine Steuere auf das, das ist das Problem. Darum haben Politiker ein wirkliches Problem mit dem und den Regierungen. Dann könnte ich die einfach von morgen an sagen, im Moment, da verlieren wir pro Jahr 100 Milliarden Steuergelder, jetzt verbieten wir es einfach, und zwar mit drastischen Strafen, jeder, wo ertappt wird, dass er ein Bitcoin auf seinem Handy hat, muss 10 Jahre ins Gefängnis, dann ist der Bitcoin tot. Nicht ganz tot, es wird immer noch 2% Kriminelle geben, dann sind es dann plötzlich Kriminelle, die das gleich machen, und alle anderen, du und ich, würden jetzt sagen, ich lösch meine App, oder? Und dann ist es vorbei. Es geht ja nur wieder um das, es geht ja nur um das Steuere. Es geht nur um das Steuere. Ja, dann ist es ja eine gute Idee, deine Bitcoins dann vorne noch zu verkaufen. Wahrscheinlich mal noch ein paar Geld draus machen, solange es noch ein paar Geld gibt. Vielleicht ist es aber auch so, dass dann so viele Millionäre und Milliardäre und Leute, die Einfluss haben in der Politik, bereits so viel Bitcoin besitzen. Ja, die finden dann schon eine Lösung. Dass allein schon das Gerücht, dass das passiert, auf so viel Widerstand wird stossen, dass es eben nie verboten werden kann. Die haben natürlich dann die Insider-Informationen und kaufen dann zwei Tage, bevor das Gesetz durchgesetzt wird, noch irgendwie zehn Villen. Das ist aber illegal. Und dann kommen jetzt hoffentlich zu dir. Ja, gut. Was ist nicht, was läuft da alles koscher? Aber ja, ja. Wir haben immer noch nicht über CO2 gesprochen, aber wir müssen nicht umsingen. CO2 ist ja bespannend. Wie lange sind wir überhaupt schon dran, aber ich weiss es gar nicht. Ich kann ja nicht. Sandro? 1.50 Stunden. Ah ja, okay, gut. Darf ich zuerst meine These sagen zum Klimawandel? Gerne. Also grundsätzlich würde ich behaupten, ich habe mich recht lange mit ihm beschäftigt, danke dem Scott Adams. Der Scott Adams hat sich auch mit ihm beschäftigt, er hat ganz gescheite Leute interviewt. Und er war ehrlich auf dem Suchen. Er hat gesagt, ich weiss nicht, ob etwas dran ist oder nicht. Und er sagt eben auch, das Problem ist, wenn man sich mit dem Thema Klimawärmung auseinandersetzt, dann gehörst du Pro-Argument und Kontra-Argument. Und es läuft immer gleich. Jemand bringt ein Co-Argument, jemand kontert es. Der kontert es, der kontert es, der kontert es, der kontert es. Und irgendwann wird es für einen Laien zu komplex, um zu verstehen, wer jetzt recht hat oder nicht. Und wenn ich abschleudig, wenn ich das kurz mal zusammenfassen kann, kann ich sagen, man kann sicher sagen, die ganze Klimawissenschaft man kann überstreiten, ob es es überhaupt gäbe, habe ich mal gehört gehabt. Aber nehmen wir es, es gibt Klimawissenschaft. Klima ist so kompliziert, dass es verdächtig stimmen muss, dass da einfach alle so meinen, zu wissen, wie es ist. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, es ist einfach wirklich zu kompliziert. Dazu kommt, dass wie immer, wenn es um Geld geht, man grundsätzlich, Experten muss skeptisch gegenüber treten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob die Fotosynthese echt ist oder nicht, dann glaube ich das, der Wissenschaft. Die sagen, das gibt es nicht, äh, das gibt es, und dann glaube ich, das ist fotosynthesisch real. Sobald es komplexer wird, Krebs bei Brauchen, und so weiter, wo eine Milliardeindustrie dahinter steht, bin ich skeptisch. Und da muss man einfach sagen, praktisch alle die Wissenschaftler, wo die, wo die, all die, die führenden Menschen, die sind hier in der Universität dargestellt, die haben, die haben die Reputation, aufgebaut und so weiter. Und nehmen wir jetzt mal an, einen von den ganz grossen, es gibt ja die Ertage, von den ganz grossen Ikonen, Einzelangabe Nobelpreisträger oder so, ich habe gerade einen Namen vergessen, einen schwedischen Namen, der wird extrem gut argumentieren, wenn der gegen das ausbricht, in dem Moment ist er, ist er wie ein Abtrünniger, das ist wie ein Antisemit, ein Kinderschänder, ein sicher etwas. Und da kann man sich schon mal vorstellen, auch wenn es angeblich 97% von Leuten einer Meinung sind, dass schon mal sehr viele Leute einfach die Schnarren halten, weil sie einfach wollen, ihre höchste Aufträge bekommen, zum Studium machen und so weiter. Das ist mal die Grundlage. Also nur darum, wie 97% das behaupten, ist es per se noch nicht viel wert. Jetzt kann man aber sagen, es gibt ja verschiedene Abstufungen. Die Leute sagen ja, es gäbe einen Klimawandel. Da können wir ja akzeptieren, dass es den gibt, hätte es schon immer gegeben, wir nehmen an, das ist real. Dann ist die nächste Behauptung ist, der Klimawandel ist menschgemacht. Und dort muss ich sagen, wenn wir uns anschauen, vielleicht schon Waldsterben, es gibt auch andere Beispiele, wo wir jetzt nicht gerade ins Insinn kommen, aber ich habe mal Artikel gelesen über das, was es für Beispiele gibt, wo man, aha, genau, zum Beispiel im 19. Jahrhundert hat es eine Forschung gegeben, ich glaube, von Physiognomie oder so. Da sind ganz renommierte Leute hergekommen, die haben gesagt, man kann das Gesicht ablesen, ob jemand ein Kriminell ist oder nicht. Und da sind die ganz grossen Wissenschaftler, die hintergestanden haben, das gesagt, ein riesiger Irrtum. Der Waldsterben ist ein anderes Irrtum. Und der Waldsterben ist im Vergleich zum Klimawandel so viel einfacher zu begreifen, als ein Klimawandel, wo man nicht mal wirklich weiss, ob weltweit die Temperaturen überhaupt sind. Das ist nur schon schwierig, um herauszufinden, weisst du die Durchsetemperatur auf der Welt. Das klingt so, als ob das verdammt einfach wäre. Gut, also wenn wir sagen, dass er menschgemacht ist, ist schon mal viel, viel schwieriger zu beweisen. Der nächste Schritt ist, nehmen wir an, der Klimawandel ist echt und er ist menschgemacht. Dann ist der nächste Schritt, den wir auch noch glauben müssen, ist, dass es stoppbar ist beziehungsweise reversibel. Weil es gibt ja die Theorie, dass wir es nicht stoppen sollten, dass wir in einem Jahrzeit aus 1933 oder in einem Moment kommen, wo quasi die Welt untergeht, weil es dann einfach nicht mehr reversibel ist. Das ist nochmal viel, viel unmöglicher zu beweisen. Das ist wieder eine Behauptung, und da muss man sagen, dass wir auf so dünnen Ästen rausgehen, dass kein Vögel mehr drauf sitzen kann. Das ist einfach eine Behauptung, und mehr ist es nicht, und das tut niemand seriöses behaupten. Wer dem noch viel seriöse sagt, Klimawandel ist echt, das, dass man das mit Sicherheit sagen kann, das ist niemand mehr. Gut, jetzt müssen wir also schon mal akzeptieren, es gibt einen Klimawandel, der Klimawandel ist menschgemacht, und er ist reversibel. Und dann müssen wir akzeptieren, dass wir, und dann kommt der nächste Schritt, da gibt es Schätzungen, was es kosten würde, quasi den Klimawandel zu beenden. Und da gibt es Schätzungen, zwischen den 5.000 und 15.000 Milliarden, die das kostet. Erstmal, diese Zahl ist aus der Luft. Aber nehmen wir mal an, es stimmt, weil es ist uns ja sicher klar, wenn wir so vermößen umstellen, auf Strom, auf das zu verzichten, keine Flugzeugmittelaufgaben, also mit den enormen Schäden, den wir hätten, wenn wir es stoppen wollen, der geht sicher in die Billionen, da kann man wahrscheinlich sicher sein. Und jetzt kann man sich fragen, wenn es wirklich, sagen wir mal, 10 Billionen kostet, vielleicht sind es 20, 30 oder 50, aber es ist einfach eine unvorstellbar große Zahl, die uns an Wirtschaftsleistung verloren geht, wenn wir umstellen, ohne Verluste, einfach so schnell, wie es geht, wie es die Grünen wollen. Dann muss man sich fragen, wenn man, wenn ich jetzt 10'000 Milliarden Franken überkrieme, oder du oder irgendwer und ich bleibe gerade auf den Himmelsteigen und sage, da Dani, da hast du 10'000 Milliarden, mach das Beste draus, damit die Welt eine Zukunft hat. Da käme ich nicht im Entferntesten auf die Idee, um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, irgendwelche Eisbären zu retten, die angeblich auf Schollen herumschwimmen, und man weiss, das wäre wieder ein Meerchen gewesen, auf einer Theorie, wo bestenfalls Wagen ist, wenn die Alternative ist, also mit 10'000 Milliarden, kann das unglaubliche Leid in den Tierfabriken mindern, zum Beispiel, auf irgendeine Art, dass ich Hunger kann lindern, dass ich Aufklärung schaffen kann, dass das können Impfungen entwickelt werden. Es gibt so viele Arten, um 10'000 Milliarden auf eine zu investieren, wo man mit Sicherheit weiss, dass es etwas nützt, dass ich muss sagen, es ist für mich überhaupt keine Frage, dass ich das Geld nicht für den Klimawandel zu bekämpfen in die Hand zu nehmen. Das eminenten Leid, das überall präsent ist, ist viel zu gross, zu sagen, ich mache Wett darauf, dass der Klimawandel so schlimm ist. Ich befürchte, genau, und da kommt der spannendste Punkt, das ist mein letzter Punkt, ich habe mit einem, der zwei Doktortitel hat, vom MIT, glaube ich, ein stündiges Hintergrund mit Scott Adams gehört, das ist bahnprächtig, ich habe es gepostet, das hat niemand geschaut, weil es ist ja nicht von einem zu hören, aber der Typ ist Systemtechniker, mit zwei Doktortiteln, und er hat eine tiefste Meinung für das Klima. Und der hat gesagt, ein System wie die Erde, Linz Linden, heisst der Superspezialist, nicht der, sondern der andere, die Super-Ikone, die sagt, man soll den ganzen Laufklang, heisst Linden, der hat gesagt, ein System wie die Erde, ein Rücksystem wie die Erde, das Millionen von Jahren schon existiert, das hat zwingendermassen eine grosse, nicht Resistenz, das hat ein anderes Wort gebraucht, eine hohe Flexibilität, sich anzupassen. Wieso ist in diesen zig Milliarden Jahren schon lange etwas passiert, wo die Welt zum Untergang gebracht, hätte? Das heisst, das ist generell, bei Systemen, die lange Bestand haben, haben die eine hohe Flexibilität und den Linden behauptet, dass mit der Klimaerwärmung, die tatsächlich stattfindet, mehr Wasser verdunstet, und er hat eine Theorie, womit er recht erhärtet ist, dass sich dadurch eine Art Wolken bildet, mehr Regenwolken bildet, die dann wieder quasi den gegenteiligen Effekt haben, dass weniger Sonnenlicht auf die Erde strahlt. Und schon da, wenn ich das so gehört habe, vertieft gelassen habe, und sage, das ist einfach nur Mumpitz, und darum kann ich zumindest sagen, wenn ein Klimatype auf die Strasse geht und jeder will den Mund tot machen, der anders denkt, kann ich das nicht ernst nehmen, im Gegenteil, ich muss das verurteilen und ich muss das bekämpfen. das ist etwa so summa summarum das, was ich über den Klimawandel denke. Ja, das sagt schon ziemlich alles. Nein, ich sehe das sehr ähnlich. Also ich würde mich nicht anmassen, mich jetzt anzustellen und zu sagen, ich verstehe, wie das Klima funktioniert, ich checke alles und ich weiss genau, welche Massnahmen das funktionieren. ich will noch zu deinen vier oder wie vielen Punkten, die du gesagt hast, die wir alle berücksichtigen müssen, noch den nächsten Schritt dazu fügen und das finde ich noch einen von den wichtigsten Knackpunkten. Und jetzt kommen alle Politiker ins Spiel und die Friday for Future und bla bla bla. Was? Wenn die Punkte alle zutreffen, tatsächlich, okay, Klimawandel gibt es, menschgemacht ist er, er ist reversibel oder mindestens stoppbar, er rettet die Welt, bla 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 mit so und so viel Geld. Was macht man konkret, was macht man konkret, um diesen Prozess aufzuhalten oder sogar zurückzudrehen? Und auch wenn wir diese 15 Billionen oder Billiarden oder ich weiss nicht was zur Verfügung haben, was macht man konkret. Und da scheitert alles. Ich habe mich jetzt mal schnell schlau gemacht, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf die Sendung, nein, ich habe das wirklich eben in den vielen Diskussionen auf Facebook und so habe ich gefunden, okay, gut, jetzt muss ich mal ein bisschen einsteigen. Dann habe ich mal geschaut, nur was die Schweiz momentan anbietet, an Massnahmen momentan. Es gibt eine wunderbare Seite, Admin, keine Ahnung, das ist da unsere Bundesverwaltung, oder, wo da uns schön sagt, was wie wo. Ich habe einfach mal bei Google eingeben, Schweiz, CO2 und dann kommt man auf die Seite und dort steht alles wirklich wunderbar ausgeführt. Ich will nicht wissen, wie viele Beamte da dran sind, um diese Seite auszuführen. Es ist wirklich sehr schön gemacht. Weil alle es in die Presse haben, dass das ein Thema ist. Das sind alles Arbeitsplätze, die davon leben, das Problem zu bewirtschaften. Die müssen es einfach machen. Ja genau, voilà, so schnell ist das gegangen, da sind wir schon. Und jetzt kommen die Unterthemen und dann kommt, was kann man machen und was machen wir bereits und was sind die Effekte und wer profitiert und wer kostet und lalala, du kommst vom Hundertsten ins Tausendsten. Was ich aus dem gelernt habe, also das Erste, was ich mal erschreckend finde, weil ich habe das nicht gewusst, dass immer wieder beim Thema jemand entscheidet über irgendetwas und ich behaupte, 90% von den Leuten da draußen wissen nicht, wir haben seit 2008 eine CO2-Steuer in der Schweiz. Das heisst, Heizöl, Flugbenzin, Flugbenzin bin ich jetzt nicht ganz sicher, habe ich nicht mehr im Kopf, Autobenzin natürlich, also im Prinzip alle Ölprodukte, alles, was man verbrennt von fossilen Brennstoffen. Ein Liter Benzin ist eh 80% steuer. Ja, ja, aber CO2 explizit, CO2 gegen Klimawandel. Das haben wir seit 2008 in der Schweiz und jetzt kommt der Hammer, wo ich wirklich gedacht habe, ich sehe nicht richtig und das steht auf dieser Seite zoberst oben, wie wird das Geld eingesetzt? Weil das ist ja immer meine Frage in der Diskussion mit Klimafreaks. Genau. Im Ernst? Genau. Das ist Wahnsinn. Das ist immer meine erste Frage, okay, ich glaube dir alles, Mensch ist geschuld, alles gut, was machen wir jetzt? Jetzt willst du Geld von mir. Okay, ich fahre mit dem Auto eine Stunde auf Bern runter. Das Argument kann sein, eine Leitsteuer selber reduziert das CO2, wenn wir dann weniger Geld haben. Eben, voilà. Aber dann müsste das irgendwo stehen. Ja, dann müsste das irgendwo stehen. Diese Zahl hat mir bis heute niemand beantworten können. Stimmt. Dass ich sage, okay, weil jetzt der Liter Benzin 1,5 Rappen mehr kostet, ist ja ein Hohn, 1,5 Rappen und der Heizöl ist ein bisschen teurer. Das Geld geht in die AHV und in die Krankenkasse, AHV und in die Krankenkasse. Das ist wunderschön. Und dann habe ich gesagt, frage ich die Klimafreaks, immer Fanate, ich nenne die Fanate, kannst du mir ausrechnen, mathematisch irgendwie, was jetzt die 1,5 Rappen Benzin, was die globalen Erwärmung für einen Einfluss hat? Das musst du ja ausrechnen können, sonst kannst du es ja nicht fordern. Ich kann ja nicht einfach kommen und sagen, ich will jetzt 1,5 Rappen von dir, ich weiss aber nicht, was es bringt, aber irgendwie nach irgendwelchen Rechnungen wird es etwas bringen. Schon keine Luft mehr, ich will kein CO2 mehr ausatmen. Ich will nicht mehr, ich will nicht schuld sein, ich will nicht schuld sein. Nein, ernsthaft. Und dann bin ich das anlesen und dann steht tatsächlich zwei Drittel der Einnahmen aus den CO2-Steuern, genannt Lenkungsabgaben, werden verwendet für Krankenkassenprämien für Billigungen und AHV. Und dann stelle ich einfach die legitime Frage, was bringt das der Umwelt, geschweige denn, der Welttemperatur, wenn die AHV bei uns ein bisschen billiger wird. Das ist doch ein Hohn, es ist doch krank und ich behaupte, die Leute wissen das gar nicht und noch verreckterisch, und das habe ich noch in einem SRF, DRS, keine Ahnung, wie das unterdessen heisst, Beitrag gehört, dann haben sie natürlich, die haben das perfid umgedreht, dann sind sie zu irgendeiner Bergbäuerin, wo fast kein Geld und fast kein Einkommen hat und dann mit einem Enkel mit der Natur lebt und dann haben sie gefragt, ob sie das cool findet mit dieser CO2-Steuer und so bin ich nämlich auf das Ganze überhaupt gekommen. Dann sagt sie, ja, ich finde das super, sie hat noch irgendein Berner Dialekt gehabt, nicht gegen Berner, alles liebe Menschen, ich kann es nicht gut nachmachen, ich mache es nicht. Ja, ich finde das super, ich komme jedes Jahr 1.700 Franken Krankenkassen nicht bei Verbilligung überdankten CO2-Steuer. Finde ich auch super, ja. Mega, oder? Das ist doch richtig cool, oder? Das ist ganz spannend, was gesagt hat. Und was mir noch in den Sinn kommt, das ist ja eine super Grenze jetzt, für meine Abstufung, die weitere Abstufung ist auch noch, wäre es überhaupt so schlimm, wenn der Klimawandel, was angeblich passiert, wirklich stattfindet? Weil das ist ja immer noch etwas Offenes. Weil zum Beispiel in den letzten 20 Jahren, also man sagt, es werden mir Stürme geben, man weiss sicher was, oder? Aber in den letzten 50 Jahren hat zum Beispiel keine Klimaerwärmung mehr gegeben, es ist ja nicht ein Stillstand. Nein, das ist nur gewesen, also nur, ich weiss jetzt auch nicht mehr die Zahlen genau, aber ich glaube, so plus minus zwischen 2008 und 2013 oder so ist es mal stillgestanden und jetzt ist die Gasse da rufen. Also weisst du, man sieht immer so eine Kurve. Ja, genau, weil unten dran weggeschnitten wird. Weil unten ist weggeschnitten und man redet immer noch von, man sagt ja, vor 150 Jahren, als man die Messung mal angefangen hat oder wo das industrielle Zeitalter angefangen hat, sei ein Normalwert, was auch immer das ist von der Erde gewesen, von 15 Grad, Durchschnittstemperatur, was auch immer das ist, 15 Grad. Momentan sind wir aber bei 14,7 und man sagt, die Erde ist am Glühen, oder das ist auch schon ein Wohlen. Und die Erwärmung ist pro Jahr 0,2 0,2 Grad pro Jahr, oder? Also weisst du, Und dann wird es erklärt, wie schlimm das ist und es kann ja sich beurteilen, aber was sicher interessant ist, ist eben, wenn die Klimawärmung jetzt wirklich passiert, erstens mal, in der letzten, es sterben immer weniger Leute an Umweltkatastrophen, nicht unbedingt, wie es weniger gibt, aber die Menschen können sich wehren, sie haben Frühwarnsystem, sie haben sich nicht und vielleicht gehen ja noch Inseln unter, aber kommt es wirklich darauf an, ob die Inseln untergehen, wie es menschgemacht ist oder weil es Gottes höhere Gewalt ist. Genau. Wieso behandeln wir einfach eine höhere Gewalt? Genau. Oder? Und dann muss man sagen, ja, es gibt Gewinner und Verlierer und wir am Zürichsee oder du am Zürichsee oder am Bodensee, wir haben dann einfach schon Palmen dort. Ja. Oder? Natürlich wird es an Orten geben, kaltes Klima, wo plötzlich bewirtschaften und am Schluss kann man sagen, wieso lösen wir es nicht einfach Schritt für Schritt, wenn das Problem da ist, oder? Ich sage nicht, dass es richtig ist, ich sage nur, wieso kann man es nicht einmal debattieren, weil es ein rechtsradikaler, alt-right-irn, sicher für ein Double-AfD, SVP, was ist, oder? Wieso kann man nicht darüber reden? Weil, und das ist jetzt meine steile These, ich behaupte, dass grüne Parteien, die jetzt ja den Höhenflug haben, die sollen das geniessen, die sollen jeden Abend ins Bett liegen und sich wahnsinnig freuen, die Hände über der Bettdecke bieten und die, die haben jetzt, die, die haben jetzt die Fantasien, die Allmachtsfantasien, weil sie merken jetzt, das ist ein Hebel für sie, ein Riesenhebel, wie man kann alle bösen Menschen auf dieser Welt, und das sind ja vor allem Reiche und Industrien und bla bla bla, ähm, wie man die kann kontrollieren und bestrafen und schlussendlich läuft es auf das und wenn man das weiterverfolgt, das ist jetzt nochmal eine steile These, dann landet man beim Kommunismus, weil dort sind genau auch die Reichen und die Unternehmer und die Arbeitgeber sind die Bösen, die man bestrafen musste, und das läuft auf das, und darum behaupte ich jetzt einfach mal, bei den Grünen schwingt sehr viel Kommunismus mit, auch wenn sie das natürlich nie zugen. der Oberwitz an dem, da kann ich ein Stück nachvollziehen, der Oberwitz am Ganzen ist noch der, dass an den Erhöhungen von den Steuern genau nicht die Leute leiden, sondern die Arme, die Ärmsten von den Armen, die, die Benzin brauchen, auch nicht zum, weil wir können nicht einfach in die Schweiz denken, wir müssen global denken, das sind die Leute, die ihre Früchte auf den Markt fahren, die mehr zahlen müssen, es sind die Ärmsten, die, du und ich, ob ihr jetzt für Strom oder Benzin oder so 30, 40% mehr zahlt oder nicht, es nervt uns. Es nervt, aber wegen dem fahre ich nicht, dann sage ich mir nicht, oh ich fahre jetzt heute nicht zu diesem Interview, weil ich muss jetzt 1,5 Franken mehr Benzin zahlen, nie mehr leben. Dann müssen wir wirklich 10 Euro kosten. Richtig, aber das getraut sich keinen Grünen zum Ausstieg, jetzt fangen sie an mit so Sachen. 5 Franken habe ich schon gehört vor 5 Jahren schon. Aber den sollen sie zuerst mal bringen und dann schauen wir, ob die Demokratie dort mitmacht. Wenn die Demokratie dort mitmacht, okay, dann überlege ich mir, ob ich in diesem Land weiter wohnen möchte, weil das ist mir dann zu blöd. Es kann ja sein, dass plötzlich in den nächsten 5 Jahren so einen, dass die so einen Hype hinbringen, dass die Leute plötzlich finden, jawohl, Autofahrer sollten wir alle verschiessen, weil die bringen auch unsere Kinder um, Kinderfresser, oder? Und die, die fliegen wollen, die sollten wir auch gleich verschiessen. Weißt du was? Und wenn das so weit kommt, es kann sein, dass das passiert. Es kann sein, dass das passiert. Weißt du was? Wir fragen gerade etwas auf. Wir sind gerade doppelt glaubwürdig. Wir sind erstens glaubwürdig, dass wir als Tesla-Fahrer so ein bisschen sind. Das ist ja das Beste. Und das Beste ist, meine Aussagen, die pro Tesla sind, werden dadurch das untermauert, dass ich eben gar nicht mit dem Argument des Umweltschutzes komme, das ja als Hauptargument gilt, wieso sich die Tesla durchsetzen wird. Also in der Art... Ja, das finde ich immer so schön, meine Diskussionen... Gegen Mainstream, in dem Moment, wo es anfängt, du bist ja eben Autofan, das sage ich, ich fahre schon von Tesla, wo du immer noch Benzin fährst oder Diesel, oder? Das ist ja lustig, aber wir machen es ja nicht wegen dem primär. Nein, das hat ja nichts mit dem zu tun, aber ich finde es auch lustig. Ich finde das auch lustig. Das ist sicher ein gutes Argument. Ich sage ja nicht, oh, kein CO2, weil ich unbedingt jeden Tag mit dem Ferrari rumfahre. Es geht gar nicht um das. Ich habe mir das Déjà-vu gehabt, das du erzählst, mit den eineinhalb Rappen, wo du an die AVs gehst, ist dir mal aufgefallen, wie vor 20 Jahren her, oder so, wir hatten mal Tempobegrenzung, die Autobahn schon 130, 120, oder? Und dein Rats ist schon 60, 50, 20, 30 Jahre her, keine Ahnung. Und dort ist auch voll ökologisch argumentiert worden. Also es gab eine Abstimmung und aus ökologischen Gründen hat man quasi das begründet und alles und man hat das reduziert. Aber heute bist du ein Raser, wenn du schnell fährst. Es tut die Öffentlichkeit gefährdet. Weißt du, ich meine, an dieser Anpassung ist noch verschärft worden. Eigentlich müsste man sagen, wir müssen es jetzt ein bisschen lockern, weil wir ja jetzt eigentlich, wir fahren jetzt nicht 60, äh, nicht 50 statt 60, weil es gefährlich ist mit 60, sondern, oder? Und wir müssen dann dann jemanden, der dann schnell fährt, kann man nicht zusätzlich bestrafen. Äh, eigentlich, man kann nicht das Raser abstempeln so schnell, man muss dann eine grössere Toleranz haben, weil auch nicht wegen dem Rasen hat man das reduziert, weil es gefährlich ist, sondern man hat wirklich einen Umweltschutzagnen. Und ich glaube, da ist etwas in der Politik immer wieder passiert, dass natürlich unter einem Vorwand etwas gemacht wird. Ja, aber in diesem Ausmass. Also, ich meine, das ist ja... Das ist schon spannende, fast eine Enthüllung, vor allem über das redet eben auch niemand. Ich kann mich erinnern, im Schweizer Fernsehen von vor ein paar Monaten ist eine Sendung von SRF 2, da hat man einen ETH-Klimaforscher gehabt, da hat man eine grüne, glaube ich, nochmal etwas gehabt, und da hat man einen SVP-Politiker gehabt. Und der SVP-Politiker ist ja doch, dass sie dann ihr Branding oder Gegensein und also... Das wird nicht funktionieren, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und dann haben sie angefangen zu reden und es ist doch klar, der eine ist Experte und der andere ist Politiker, aber der Politiker hat einfach nur so angetönt gehabt, dass jemand gesagt hat, er sei da... Dann hat er gesagt, der Klimaforscher ist da einig und dann hat der SVP-Lag gesagt gehabt, ja, also so einig sind sie sich nicht. Und dann ist die Moderatorin reingestochen und hat gesagt, Moment, wir wollen da kein Klima leugnen, wir wollen da kein Fake News verbreiten, also dass das das Fakt ist, das ist einfach mal Grundlage. Dann hat er gesagt, über was redet die überhaupt noch? Das ist ja das Thema, oder? Da hat man also das Pro und das Conta. Nein, darf man nicht. Und nein, es ist, also klar, nein, das ist akrosankt. Und dass eine Moderatorin so eingreift, das siehst du im Schweizer Fernsehen immer wieder. Und man hat es lustig gefunden, die neue Intendantin, die hat ja glaube ich etwas geschrieben gehabt, sie will den Meinungsjournalismus im Schweizer Fernsehen aufhören lassen. Keine Meinungsjournalismus, sie will nur noch Fakten. Und das finde ich super, den Anspruch, weil ob links oder rechts ist eigentlich egal, aber bei Danieli Ganser zum Beispiel, dort die Sendung und so, wenn es fertig ist mit diesem Meinungsjournalismus, dass wir keine Fakten sprechen, das ist nicht unmittelbar langweilig. Weil Meinungen hat man überall, auf YouTube und überall und man kann dafür und dagegen sein, ob man das will, aber das Interessante ist, den Aufschrei hättest du sollen von den Journalisten vom Schweizer Fernsehen, da sind ein paar Prominente hingestanden, die sind ganz im Pörschen, weil du hast richtig gemerkt, denn ihre Leidenschaft ist nicht Fakten zu verbreiten, sondern Meinungen. Ja, natürlich. Ja, und das ist aber interessant. Wie sollte man solche Meinungen bringen? Auch wenn man es als Meinungen kennzeichnet, Pro und Contra, oder? Ja, aber ich meine, die machen das perfide. Ich meine, auch wenn es heisst, ja, man bringt jetzt nur noch Fakten, dann wird halt wieder mal hin und wieder eben ein Framing, irgendein Wort eingebaut, irgend so und am Schluss wird es gar nicht berichtet und so weiter. Oder man tut noch mal eine traurige Musik drunter, wenn... Ist klar. Ich würde aber nur sagen, es ist lustig, das zu beobachten, wie sie es vielleicht mit Heeren vorsetzen, also wie immer, das vor einem Jahr oder zwei formuliert hat, wo dann gerade prominente Journalisten hingestanden sind und gegen ihre eigene Intendantin quasi vor Stellung bezogen haben und wie viele Leute werden das Gleiche gedacht, haben richtig müssen lachen, weil da merkst du einfach, es geht nicht mehr darum, es geht nicht mehr darum, Fakten zu produzieren, es geht darum, es ist ja viel angenehmer, wir machen ja nichts anderes, wir produzieren, aber wir machen das zum Spass, wir machen öffentlichen Auftrag, wir machen Lohn dafür, man macht es einfach nur zum Vergnügen oder wenn wir das Gefühl haben, das ist eine Herzensangelegenheit. Und vom Schweizer Fernsehen, wo wirklich ein Stück weit das Monopol, es bricht, aber hat doch noch, es hat doch noch, es heisst ein Stück weit, es hat einfach noch gewissen Einfluss auf viele Leute, vor allem fehlte Leute und da ist natürlich dann auch schon erstrebenswert, dass man versucht, die Meinungen zumindest in der Rubrik, ja, als Rubrik Meinungen jetzt auch der Kunden zu tun. Ja, aber das ist, das kann man ja vergessen, das weiss man, dass man das kann vergessen, das ist ja, und das würde ja nie einen Journalisten zugeben, ich meine, eben, schau gerade die Arena oder so, wo man ja immer sagen, ja, ja, wir laden ja alle ein, wir laden bei uns, darf jeder reden, bla, man hat jeder auch gleich viel Redezeit, irgendwann haben sie das eingeführt, dass jeder, dass da einer mit der Stopp-Bauer drinnen dran ist und genau am Schluss heisst es, sie haben 45 Sekunden mehr als der andere geredet, ich meine, nur schon das, das zeigt ja schon, dass es ein Problem war, sonst hätte man das nicht gemacht, das zeigt ja schon, dass es nie ausgeglichen war, dann hat man das eingeführt, aber am Schluss, wenn der Moderator zweimal eine Frage so stellt oder eine Frage so stellt, ist ja schon wieder ein Bias da, dann weiss man ganz genau, schon mit der Frage selber, oder? Der kann ja, ich meine, schau mal Arena an, wenn es mit dem, mit dem, mit dem komischen Zwiegerspräch da, oder wie das auch immer heisst, da, wo sie jetzt machen, das wird ja immer wieder immer wieder, immer wieder, dann kommt, kommt Bundesrätin und dann wird natürlich die SP-Bundesrätin und dann wird natürlich, ja, aber Frau Bundesrätin, sehen Sie nicht auch, Ihre Frisur ist schon nicht so richtig modern, wissen Sie, aber es wäre das nicht besser und so vielen Dank Frau Bundesrätin und dann kommt irgendeiner, der irgendein Quarulant und bei dem heisst es einfach, ja, aber das können Sie jetzt so nicht sagen, oder? Und das ist einfach, dort fängt es ja schon an, oder? Das ist einfach die Hoffiererei, aber eben, das ist immer wieder beim Staat und das ist, ich habe gar die Hoffnung aufgegeben, ich finde es viel eben tragischer, dass so viele Leute immer noch das schauen, aber zum Glück muss ich jetzt sagen, nur noch die älteren Leute wahrscheinlich, das schauen jeden Tag und finden, das ist schon so und noch ein anderer Punkt, was mich noch fast noch mehr aufregt eigentlich, weil ich das auch bei vielen Leuten beobachte, die Familien und die Freunde, dass die dann Satiresendungen schauen, staatlich produzierte Satiresendungen, das sagt ja schon, dass die garantiert nicht gegen den Staat werden zu sein, sie sind oberflächlich, klar, sagen jetzt mal Hüüü, der Staat, Hüüü, der Politiker, Hahahaha, aber im deutschsprachigen Raum überall genau das gleiche, Satiresendungen und dann, ich sage nicht gegen diese Sendung, ich finde sie so blöd, aber okay, soll es diese Sendung ja geben, aber die Leute, die das schauen und nachher wirklich das Gefühl haben, hast du gesehen, jetzt haben sie mal noch etwas gegen den Bundesrat gesagt, Und dann denke ich so, ja, aber nicht im Ernst, oder? Die gleiche Sendung, die vom Bundesrat genehmigt wird, abgesegnet wird, über den Staat finanziert wird, hast du ernsthaft das Gefühl, das ist eine kritische Sendung? Ich meine, schau mal ein Giacobo Müller an, oder so gibt es das über, nein gibt es nicht mehr. Nein gibt es nicht mehr. Das ist ja par excellence linke Propaganda, aber par excellence. Die heute Show zum Beispiel, da hat Harald Schmidt Stellung bezogen, da hat Harald Schmidt selber gesagt, über Daniel-Merkel-Frisur Witz machen, sie machen ja nur Witze, niemand weh, und auf die AfD bashen, und auf die Linke bashen, aber grundsätzlich, da hat Harald Schmidt zitiert, da hat gesagt, das ist Gratismut, oder? Das ist quasi einfach dieses satte Publikum, mehrheitlich, ich meine, ich bin ein bisschen beliefern, wie Tomli-Tum-Frisur, schau mal da, dieses Dreieck, was ich mache, und all das, und das wirkt, das Völkermord, und die Gesetzesverstöße, all das, was wirkt, und da hat mal eine Sendung gegeben, die Anstalt, kennst du die Anstalt, das gibt es immer noch, und da sind mal zwei, zwei wirklich mutige Satiriker, oder wie soll man denn sagen, Satiriker sind, sind eingestanden, und haben mal gezeigt, wie die Medien vernetzt sind, wie jeder in einem transatlantischen Bündnis sitzt, von den Zeiten, die sind nachher verklagt worden, vom Zeitschrifredaktor, die haben verloren, also die Jungen haben gewonnen, die Satiriker, das ist eine völlige Ausnahme in der Landschaft, dass man so eine Sendung neun Minuten dort, aber die sind nachher auch wieder gekippt, die sind nachher auch wieder gekippt, du kommst nur hin, wenn du brav kritisierst, du kannst schon ein bisschen etwas sagen, das ist jetzt schon nicht so gut, oder du kannst auch auf die Wirtschaft ein, die Kassen stürzen, das manchmal auch zum Teilberechtigt gemacht, dort wird noch ein bisschen ausgeteilt, aber gegen die Politik, ich darf einfach niemandem wehtun, oder? Eben gut, man kann sagen, keine Meinung, aber es ist eben Meinung, wenn es keine Meinung wäre, dann könnte man sagen, ja, es ist halt einfach Berichterstattung, aber eben, es geht der heute. Ja, aber das Schlimme ist, dass die Leute, das wird den Leuten so verkauft, dass die Zuschauer wirklich das Gefühl haben nachher so, da wird schon kritisch, da wird schon kritisch hingeschaut, oder? Dabei ist es überhaupt nicht, oder? Weil Leute, die heute schon zum Beispiel, zum Beispiel, die haben das frech, die haben das Gefühl, ja, hast du gesehen, jetzt haben sie Merkel wieder gesagt, was Sache ist, aber der geht nachher, mit Merkel geht das Nachtessen, oder? Also das sind alles Illusionen, oder? Dass wir das Gefühl haben, dass die kritisch sind, oder? sehr gerne Interview, wenn einmal die dort ein schönes Hallo sind von der Heute-Show, der ist im Bundestag, oder so, die stehen richtig gerne, das ist für sie Werbezeit. Ja, natürlich, und sie würden die eigentlich nie, dann stellen sie eine kritische Frage, und dann machen sie wieder zehn Sachen, also, dort richtig entlarvt, haben sich die, ich finde die schon lange unerträglich, ich eigentlich, früher habe ich die noch lustig gefunden, vor irgendwie zehn Jahren, als das angefangen hat, Es ist ein Böhmermann, oder der macht auch nichts, was wirklich böse ist. Das ist ja Horror, das finde ich ganz schlimm, aber nicht lustig, ich habe den total lustig und frech gefunden, aber der erste Sendung mit der Charlotte Roachke, hat den auch nicht gut gefunden. Heute schon hat sich für mich richtig disqualifiziert, die haben vor irgendwie ein paar Monaten, wo es über EU gegangen ist, und man darf ja in Deutschland nichts EU-Kritisches sagen, sie, AfD, das haben sie angefangen, da darfst du ja nicht, jetzt hat heute schon wirklich O-Ton, das kannst du auf YouTube anschauen, das haben sie Leute rausgekopiert, haben sie gegen die EU etwas sagen, weil die EU wieder irgendeine Bananenverordnung, oder irgendeine, ich weiss nicht mehr, was das Beispiel gewesen ist, aber sie haben einfach etwas Dummes rausgepflückt, obwohl die EU so viel Mist macht, und haben sie einfach wieder das Kleinste rausgepflückt, was gar nicht schlimm ist, und eingeleitet, haben sie den, haben sie den, den Beitrag mit, sagt der Moderator wortwörtlich, ja, äh, man kann von der EU halten, was man will, aber grundsätzlich ist das schon eine gute Sache, aber sie machen manchmal auch Fehler, was ist das für ein Satire, was ist das für ein Satz, hat es den Satz jetzt noch gebraucht, haben sie mir noch ein Skript hinein geschrieben, wenn es einfach angefangen hat, hat er gesagt, die EU hat wieder einen riesen Scheiss produziert, so hat er jetzt müssen anfangen, und dann kommt der Beitrag, mit der Satire dann, wenn es wirklich, oder wirklich kontra wäre, er sagt, so, jetzt kommt etwas gegen die EU, aber nicht vergessen, die EU ist grundsätzlich schon eine gute Sache, er sagt es wortwörtlich so, und dann hat er gedacht, hey, aber, Moment, das ist nicht im Ernst, oder? Die Medien wollen zeigen, was du zu denken hast, das ist das, sie wollen nicht einfach Fakten, sie wollen dir sagen, was du fühlen und denken musst, ja, aber sie verpacken es anla, wir sind schon kritisch, das redet mich hoch. Es ist eigentlich fast schon Faschistoid, oder? Genau, wenn sie nur wieder anstehen, sagen, wir sagen euch jetzt einfach von A bis Z, wir finden unsere Regierung cool, und wir finden das System cool, und jetzt erklären wir euch noch, Okay, kann man machen, würde ich als Staatsfernsehen wahrscheinlich auch machen, wenn es mein Staat wäre, aber sie sagen euch, und jetzt machen wir Satire, und kritisch, und Komödie, aber der Staat ist gleich cool, und wir sind auch cool, und Politiker sind alle cool, ausser die Rechten. Und Schweizer Fernsehen macht jetzt nach der Bilaginitiative, wo leider zu deutlich abgelehnt worden ist, ich weiss, ob es jetzt so läuft, aber ich schaue nur noch Sport auf Schweizer Fernsehen, schaue ich nichts mehr, aber, oder fast nichts mehr, also nicht extra. Dort haben sie auch eine Kampagne gemacht von so durchschnittlichen Schweizer, das Fernsehen für die Schweiz, das Fernsehen für die Schweiz, so richtige Gehirnspülung, quasi das zweite, das soll so etwas, also nicht wiederholen, jetzt müssen wir den Leuten eintrichtern, Schweizer Fernsehen ist die Schweiz, Schweizer Fernsehen ist die Schweiz, und das ist also alles, das ist ja sehr, das ist erbärmlich. Und was mir eben gefährlich ist, jetzt kommen immer mehr Blogger auf, sie haben Millionen Follower, in den USA zumindest, wahrscheinlich 100.000, die sich wirklich interessieren von dem, und jetzt fangen sie an, das zu zensurieren, und jetzt fangen sie an, die Massenmedien zu bevorzugen, und so weiter, und da, sie wollen wieder ihre Hoheit zurückgewinnen, was sie am Verlühren sind, und das ist wirklich das, was beängstigend ist, und das Problem ist eben, dass YouTube so riesig ist, die können das locker wegschneiden, da holen sie auch nicht mal finanziell gross drauf herverdienen, und, ja, das ist wirklich für einen Moment dramatisch. Und das haben sie ja jetzt auch gecheckt, jetzt kommen sie ja ein paar Jahre zu spät, aber sie haben es jetzt gecheckt, sie setzen jetzt YouTuber ein, um wieder die Leute wieder auf ihre Richtung zu bringen, siehe Rezo oder Rezo, wie auch immer der heisst, ich meine, das ist ja die perfideste Masche, die es überhaupt gibt, verkaufen sie da, hey, da ist ein freakiger Jugendlicher, der Typ ist gemäss verschiedener Recherchen 30, einfach zum sagen, also Jugendlich, bin ich auch nicht ganz sicher, vielleicht ist er auch, ich glaube, offiziell handelt es ihn als 27, er kann aber 30 sein, ich bin auch 32, und, nein, ich sage nur, da heisst es einfach in der Überschrift, Jugendlicher, also mit 30, bist du kein Jugendlicher, auch wenn er 27 ist, kein Jugendlicher mehr, Jugendlicher bist du bis 20 max, oder? Der Typ ist, kann man alles recherchieren, braucht nicht lange, in 10 Minuten weiss man es, ist in einem grossen Medienverbund, der mit YouTube zusammenschaft, der Medienverbund gehört der grossen deutschen Plakatgesellschaft, wo sämtliche, bei uns APG-Plakate in Deutschland aufklebt, die schaffen natürlich mit dem Staat zusammen, weil die natürlich in die Plakate auch an staatlichen Bahnhöfen etc. hinschaffen, also, der Typ ist gar nichts, von wegen einfach, er ist mal aufgestanden, am Morgen hat gefunden, ich finde CO2 scheisse, jetzt mache ich mal ein Werbevideo für die Grünen, weil es ist ja nichts anderes, er sagt ja am Schluss, wählt nicht das, 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 ich sage euch nicht, was ihr wählen sollt, es bleiben nur die Grünen übrig. Die Winken glaube ich auch noch, oder? Nein, die hat er nicht gesagt, aber die sind nicht relevant in dem Ganzen, man hat ja schon gecheckt, wo es herangeht, er hat ja gesagt, es gibt nur ein, ein Thema, das momentan relevant ist, und man darf nur eine Meinung haben, das sagt er so explizit, CO2 ist Horror. Interessante Sachen gesagt, wegen Völkerrechtsbruch und so weiter, aber im Klima hat es mir auch die Fingernägel hinterhergerollt. Ja, interessante Sachen gesagt, aber dann sagt er, da ist die CDU schuld, was auch die CDU schuld ist, aber er vergisst, dass die SPD auch noch mit ihnen seit acht Jahren zusammenregiert, Ja, sagt er zutage auch noch, also er hat schon noch ein bisschen direkt. Ja, aber eben, schlussendlich läuft es einfach auf das aus, die Welt ist im Elend, die Welt geht unter. Die Grünen sind die Lösung. Die einzige Partei, die uns retten kann, ist die Grünen. Und jetzt muss mir einer erzählen, dass der, wenn man das alles anschaut, er hat ja alles verlinkt unten dran, mit allen, mit allen seinen Aussagen hat er Quellen angegeben, es sind glaube ich 160 Quellen, und in diesen Quellen, wenn man die angeklickt, ist nicht der erste Satz gerade, was er gesagt hat, sondern man muss es noch durchblättern. Also der Rechercheaufwand für das Video ist wochenlang gewesen, wochenlang gewesen. Er ist ein sehr erfolgreicher Blogger oder YouTuber und hat wahrscheinlich auch Leute, die das für ihn machen. Ja, ja, er ist ja bei so einer, bei so einer Medienagentur. Er ist eine Vermarktungsfirma. Ich möchte ihm jetzt etwas unterstellen, finde ich ihn noch schwierig. Weil du nicht wirklich weisst, er hat überaus, ich meine, im Moment müssen wir dann eigentlich pro CD und SPD sein, wir sind doch immer noch die, die regieren. Ich glaube schon, dass es seine ehrliche Meinung war, über die Grünen. Ja, spannend wird es dann dort, wenn man sieht, dass die Werbefirma mit der Deutschen Telekom zusammenstellt und die Deutsche Telekom auf ihrem Portal, wo sie anscheinend sehr viele User haben, auf der Startseite, am gleichen Tag oder am Tag später, wo das Video rausgekommen ist, geschrieben haben, YouTuber macht ein Zerstörungsvideo, lalala, sie sind die Ersten, die es gebracht haben, seine eigene Medienfirma. Und dann ist es losgegangen mit diesen Millionen Klickszahlen. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass seine Werbe... Du bist ja selber in einem... Nein, aber ich finde einfach, wenn man sagt, wo... Es ist dasselbe, wenn wir da reden miteinander und jetzt morgen das Video plötzlich ein, zwei, drei Millionen und in einer Woche zehn Millionen Klicks hat, dann sagt man, das ist alles organisch gewachsen, weil wir so coole Sachen sind. Ja, genau. Nein, Bullshit. Das ist nicht so. Es ist nicht so. Es ist Marketing. Und weisst, ich meine, die... Klar, kommt es in den Spiegel, ich klick auch mal an und dann auch einen Klick geben. Klar, warum kommt es in den Spiegel? Warum kommt es in den Spiegel? Wenn der Spiegel gesehen hat, es kommt dort, weil er sieht, da sind die Verlagten dahinter und alles nicht, weil er blaue Haare hat. Gut, ob alles geplant ist oder ob es einfach wirklich kein Selbstläufer wird. Wie viele Videos gibt es von irgendwelchen YouTubern, die sagen, ich finde CDU scheisse oder ich finde SPD scheisse oder ich finde das scheisse. Wie viele hat so viele Klicks? Wie viele DJs gibt und auf dem Label, wo eine gute Machtung macht, die schwimmen hier oben auf. Das heisst nicht, dass eine politische Agenda dahintersteckt, das kann aber rein wirtschaftliche gewesen sein. Da hinkt der Vergleich, weil schlussendlich es ja um den Inhalt und bei den DJs geht es ja auch wahrscheinlich, ja, viele auch um Marketing, aber es geht ja auch noch um die Musik. Wenn die Musik den Leuten nicht gefällt, aber der Inhalt, den er gebracht hat, ist jetzt nicht welten besser als der Inhalt von einem anderen kritischen YouTuber, der über Politik spricht. Aber du würdest mir recht geben, dass auch bei vielen DJs, die nicht welten besser sind, die immer grossen Label sind, vielleicht denen, die zudem noch keine Label haben oder eben noch kleine Label sind. Ja, aber das stützt ja meine These, das sagt ja, dass es nicht, mir geht es ja nur darum, wenn es verpackt ist, dass ich jetzt sagen, hey, kennst du den neuen DJ, der explodiert jetzt gerade, der spielt Tournee auf der ganzen Welt, verkauft Millionen Plays, Streams, weiss nicht was, hat Plays mit seinem Video, lalalala. Und dann sage ich dir, der ist einfach gestern ins Studio gegangen, hat gedacht, ich habe jetzt eine Idee für ein Lied gehabt, hat schnell drei Töne geklickt und so. Dann würdest du sagen, spinnst. Das geht gar nicht, oder? Das geht gar nicht. Und das, das ist das, was die Leute das Gefühl haben, oh, die Jugend steht auf und die Jugend macht jetzt Politik. Das ist genau der gleiche Fall. Das sieht nach aussen mega cool aus. Man nimmt einfach irgendein Kind, 30-jähriges Kind, oder? Stellt das an. Wieso 30-jährig? Nein, jetzt nicht bei der Greta, beim anderen, oder? Jugendliche, der Spiegel hat Titel, die Jugendliche mischt die deutsche Politik auf den typischen 27 oder 30, man weiss es nicht so genau. Das ist kein Jugendlicher. Das ist einfach Fake News von A bis Z. Bei der Greta auch, oh, die arme Schülerin, lalalala, lila lulala lulala. Und dann schaust ihr ihren Background an und dann merkst, das ist alles von A bis Z orchestriert. Ja, genau. Ich habe auch gesehen, im Spiegel ist ein Artikel über Greta. Man muss sagen, ich kann, es ist ein Mädchen, aber sie kann nichts dafür. Sie ist unschuldig, oder? Also ein Stück weit sie ist auch instrumentalisiert. Ja, sie ist instrumentalisiert. Aber wenn ich da gelesen habe, das war ein Artikel, ja, Greta ist jetzt zurück in die Schuhe gegangen und obwohl sie so viel geschwänzt hat, hat sie fast noch die beste Noten, 15 Sechser und 3 5 Halber. Was, sie hat noch 5 5 Halber gemacht, so schlecht. Ja, das ist ja alles 6. 6 Plus hat eingeführt. Ja, sie wusste, wenn sie nicht gestreikt hätte, sie hätte noch bessere Noten gehabt, aber das ist jetzt wert gewesen. Ja, das ist ein Wunderkind. Und den ganzen Artikel siehst, weisst du, kein kritischer Turm von nur einem Lob besonnen. Nein, ja, der Ehrendoktor kommt sie ja jetzt rüber. Der Ehrendoktor. Ja, das ist... Jetzt hat sie irgendeine holländische oder belgische Universität die ihr jetzt den Ehrendoktor geben. Ja, unglaublich. Ah, das ist nicht viel wahr. Dann weisst du, an welcher Universität das nicht musst du deine Kinder reinschicken. die haben jetzt anscheinend einen kleinen Shitstorm dort, aber es ist ein Wahnsinn. Weisst du, ich sage mir immer, wenn ich meine Tochter mit einem Kartonschild in Bern vor das Bundeshaus setze, aber draufsteht, ich streike, hast du das Gefühl, das explodiert? Also weisst du, medial sind das hier keine Sau. Das muss... Das muss orchestriert sein. Das muss orchestriert sein. Zufälligerweise läuft bei der Greta gerade ein Journalist vorbei von irgendeinem, man weiss nicht was, Portal, macht ein Foto dort, schickt das ein und am gleichen Tag finden alle Medien, oh mein Gott, wir müssen das auf die Titelseite tun. Was für ein Bullshit. Was glaubt denn ihr eigentlich? Was glaubt denn ihr? Wie viele Kinder sitzen auf der ganzen Welt mit irgendwelchen Pappkartons, mit irgendwelchen komischen Fotos, Forderungen vor irgendeinem Parlament oder vor einem Schulhaus oder so, wen interessiert es, wen juckt niemand? Ich glaube, sie hätten ja PR-Berater und so. Aber wenn man das noch erwähnt, dann hätten sie auch einen Artikel, wie die bösen Rechte, Ba-Ba-Ba-Klima-Lügner das verwerflich finden, dass sie Berater hat. Ich finde nicht verwerflich, dass sie Berater hat, aber ich finde verwerflich, dass die Medien nicht darüber berichten, dass sie Berater hat. Dass sie eben so tun, weil das Mädchen zu einfach so vergeschwundet worden ist. Eben, es geht ja nur um das. Das ist nicht eine Kritik an Mädchen, das ist eine Kritik an den Medien oder es verschwiegelt. Wahrscheinlich hat sie tatsächlich die Ängste und jeden Tag Schweiss gebadet und ich weiss nicht was, oh mein Gott, CO2, oh mein Gott, ich muss sterben. Vielleicht hat sie das, ja. Aber noch ganz ehrlich, das ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber was will, ich bin jetzt 48, was will mir eine 16-Jährige über den Klimawandel erklären, die ich nicht weiss? Sie will dir ja gar nicht über den Klimawandel erklären, sie will ja nur, dass du in Panik geratest. Und da hat auch ein gutes... Das ist ein schönes Zitat, als es von dir gewesen, das habe ich auf Facebook gelesen. Genau. Das hat einem deutschen Journalist, er ist sehr umstritten, hat viele Verschwörungstheorien, jetzt sage ich das auch schon, ich finde, vieles von ihm ist sehr fundiert und er hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, «Alle sagen...» Ja, «Alle sagen Angst, ich bin ein schlechter Berater, Greta will, dass ihr in Panik geratet». Also, bester Rat und Politiker folgen dem und ich weiss nicht, wie viel Prozent von den Leuten. Er hat es sogar noch deutlicher gesagt, er hat gesagt, überall, wo eine Notsituation ist, im Flugzeug, wenn es brennt, ich glaube sogar in der Schweiz, hat es immer noch die Schilder gegeben von der Feuerwehr, die jedem Haus hängen müssen. Da heisst es immer, «Es brennt, was tun?» Und dann heisst erster Punkt, «Ruhe bewahren!» Oder? Ja. Jetzt kommt Greta und sagt, «Mein Haus brennt, was tun?» «Panik!» Oder? Das Dümmste, was du machen kannst, wenn das Haus brennt, wenn du dann in Panik geratest, kommt es nicht gut. Ja. Wenn das Flugzeug abstürzt und der Pilot gerade die Panik, nicht gut. Und das ist im Klimawandel auch ein verdammter Aktionismus. Und das habe ich ja vergessen, zu erwähnen, im Klimawandel. Was man doch super sicher darauf wenden könnte, allein von Flugzeugen, allein aus finanziellen Gründen, Russen, Chinesen, irgendein Land, werden den letzten Liter Benzin aus dem Boden treiben, der sich wirtschaftlich sinnvoll verwerten lässt. Und ob jetzt der letzte Liter im Jahr 2080 oder 2120 zu Boden ausgesogen wird, hat das wirklich einen Unterschied aufs Klima. Das hat man ja niemand beantwortet. Am Schluss wird es eh gemacht. Es wird verbrennt. Und wir brauchen einen Energiewechsel, einen Systemwechsel. Das ist ja eine Offensicht, woher geht das aus? Der Dillen Maske auch richtig formuliert hat, wo er gesagt hat, das ist vielleicht auch ein bisschen Marketing in seiner Sicht. Aber ich kann schon sagen, wir wissen, es ist endlich. Und am Schluss macht es einfach keinen Sinn, das zuzuwerten, wenn man nicht muss. Und da hat er ja recht. Aber es gibt ja einen natürlichen Prozess beim Auto. Du musst gar keine Subventionen machen. Stromauto wird sich durchsetzen, ohne dass du das politisch steuern musst. Es wird einfach kommen, wie es besser ist als Benziner. Aber übrigens, du hast gewusst, Tesla verdient jedes Jahr hunderte Millionen mit Lizenzen, mit eben den CO2-Zertifikaten. Aber wirklich auch schlimm. Das finde ich ganz schlimm. Ja, genau. Das ist ja auch noch auf dieser Admin-Seite. Das läuft in der Schweiz auch schon munter. Hast du gewusst, dass Firmen in der Schweiz CO2-Emissionsrechte vom Staat überkommen und mit denen handeln dürfen? Das heisst, du kannst sagen, ist mir scheissegal, ich lasse weiter das Gaszeug aus und dann musst du bei einer anderen Firma das abkaufen. Da kannst du aber Preisen und so. Man macht deutsche Autofirma, man kauft bei Tesla. Hey. Aber weisst du, wie absurd ist das? Interessiert das Klima irgendwie, dass da mit einem Papier gehandelt wird? Ich frage mich einfach. Nein, es gibt ja gewisse Wirtschaftsredukte, das ist dem Wechsel zu vollziehen, weil es teurer wird, billiger wird Elektroauto herzustellen und teurer wird. Rein mathematisch logisch kann ich das nachvollziehen, aber eben der ganze zu einem Papierkammel mit einem hergeht und eben das ist ja noch der Witz, weisst du, bei der Politik, es passiert von so vielen Sachen, verschiedenes Zeugs. Am Schluss hast du, das ist wie wenn jemand 20 Medikamente frisst in den Abend, bevor er ins Bett geht. Weisst du, alte Leute haben ja manchmal duzende Medikamente. Ich weiss, wie es so ist, aber ich weiss, deine Droge wollen wir nicht zum Thema machen jetzt, oder? Nein, aber viele alte Leute, die krank sind, die haben ja dann Blutdruck gesenkt und was ich und was und zum Teil die Medikamente widersprechen sich ja dann auch. Es ist fast gefährlicher, wenn sie es nehmen, als wenn sie es nicht nehmen und so kommt es mir mit der Politik eigentlich auch vor. Es ist ja so viel widertriebene Kräfte, oder? Die SVP beliefert das Militär und Bauern, die FDP die Farma beliefert, die CVP, was ich nicht wäre, wahrscheinlich auch wieder die Bauern und die SP die einfach Lehrer, Beamte und so weiter unterstützen. Und jeder tut das so, das gefällt mir an der SVP nicht. Sie tun immer so, als ob sie einen schlanken Staat wollen. Dabei werden ihre Freunde genauso geschützt. Vor allem Bauern, allen Verraten, die grössten Sozialhilfeempfänger in der Schweiz. Darum kann man gerade die Bürger nicht ernst, die SVP-Welt wie sagen, die sind für einen schlanken Staat, weil am Schluss ist es einfach eine andere Klientel und sonst ändert sich eigentlich überhaupt nichts. Es hat einfach eine andere Klientel. Hast du gewusst, dass die Banken extrem massiv den SVP unterstützen? Da habe ich einen Insidertipp von einem ehemaligen FDP-Präsident der Schweiz. Ich kann nicht sagen, wer. Er lebt, glaube ich, noch. Dann hat mir, dass ich in den Gesprächen gesagt habe, dass ein grosser Teil des SVP-Erfolges war, dass sie geschafft haben, dass die Banken das Geld jetzt mehr Richtung SVP-Fliessler leihen, statt FDP. Und das ist schon noch interessant. Dann haben die Banken als Klientel die SVP, die wird nicht offen geleitet. Die Linke wollen, dass wir es offen leiten. Die Bürgerlichen sind dagegen. Ich wäre voll für eine Offenlegung, damit man weiss, wer die Löhne zahlt. Oder, ja, wer, wem die Löhne zahlt. Wir sind es ja anscheinend nicht. Das sind anscheinend die Lobby-Vereinigungen von den verschiedenen Wirtschaftsbranchen. Aber in der ganzen Schweiz gibt es kaum etwas, das nicht von jemandem unterstützt, sehr politisch, das Geld wegfliessert. Das ist ja eine Art Skandal. Es gibt gar keine Partei, die du wählen kannst, zu sagen, das ist jetzt für eine schlanker Stadt. Weil am Schluss einfach alle, die Milliarden in eine andere Richtung fliessen lassen. Ja, natürlich. Aber das ist ja das Problem an jedem Parteien-System. Das ist, darum, ich komme immer wieder auf das zurück. Darum ist das alles Illusion. Klar kann man immer sagen, wenn die richtige Partei an der Macht wäre, wer ist denn das? Weil jeder hat seine Interessen für seine Klientel. Und das ist nie, das funktioniert nie für alle. Klar kann man sagen, eben, dann macht man es halt wie in der Schweiz. Man nimmt 20%, die für die Banken schauen, 20% für die Bauer, 20% für die Gewerkschaften, 20% für die, 20% für die Beamten. So ist es. Es ist ein Kompromiss, ein mittelfauler Kompromiss. Ein Problem. Wie wäre es, wenn die, die Banken unterstützen, einfach die Banken unterstützen? Und wie wäre es, die Banken unterstützen? Einfach die Banken unterstützen. Aber die, die Banken nicht unterstützen, müssen die Banken auch nicht unterstützen. Das wäre meine Idee. Das verstehe ich nicht. Warum muss ich Banken unterstützen, wenn ich Banken dumm finde? Warum muss ich Bauern unterstützen, wenn ich Bauern jetzt dumm finde? Es ist interaktuell unmöglich, das zu kontern. Es ist einfach, wo ich immer das Problem habe, aber das geben wir nicht mehr ein. Aber es ist immer die Frage, wie kann man es umsetzen, dass am Schluss das wirklich allen mehr hilft, als der Status, nicht allen, aber dass am Schluss die Welt ein besserer Ort ist, als es jetzt ist. Das ist immer noch ungelöst. Man muss es halt mal probieren. Man müsste einfach sukzessive anfangen. runterfahren. Runfahren. Ja. Runfahren, runterfahren und dann schauen. Klar gibt es dann Leute, die durch den Raster durchgehen, die werden gerade den ersten Aufstand machen, aber es gibt auf der anderen Seite auch viele Leute, die sagen, hey, ich kann mit dieser neuen Freiheit gut umgehen und es geht mir besser jetzt. Klar kann man sagen, wenn man es immer ausrichtet an denen, wo es am schlechtesten geht und einfach schaut, dass man die über Wasser behalten, dann kommt man nie aus dem raus. Das ist brutal. Aber man muss den Schritt mal wagen. Und eben, ich sage immer das gleiche Beispiel, wenn jemand kommt, wo jetzt sagt, ich bin jetzt arbeitslos, aha, niemand, schau, der Staat zahlt mir nicht mehr, ich komme nur noch Sozialhilfe rüber, dann sage ich, wenn der Staat nicht würde all die Regulatorien und ich weiss nicht was und Vorschriften und da und dieses und jenes und Krankenkassen und ich weiss nicht was machen, dann könntest du morgen mit irgendjemandem, der dir eine Starthilfe gibt von 500 St. gehen Hotdog-Posten irgendwo und auf der Strassenstand stehen und anfangen Hotdogs zu verkaufen und Glück hast, hast du am Abend 1'000 St. vom Konto könntest du machen, dann wärst du nicht mehr arbeitslos. Das ist aber heute unmöglich, das vor unmöglichen Tier der Staat. Und das ist immer so, in Afrika ist das möglich, aber es geht nicht wahnsinnig viel besser als uns. Aber, weisst du was, ich habe doch mit einem superkontroversen Satz abschliessen, der dir sicher super gut gefallen wird. Ich freue mich. So, das ist nicht von mir leider. Der Kapitalismus liefert, was der Sozialismus verspricht. weil, muss ich es noch erklären, weil der Kapitalismus hat mehr für den Wohlstand zu tun, z.B. in China, wir sind offiziell kommunistisch, aber es ist ja reine Marktwirtschaft. Worte, weil es gemerkt hat, dass es besser ist. Genau, und es bringt wirklich Leute aus der Armut raus, wenn man, natürlich hast du die Milliardäre, wo man knidisch sein kann. Ich sage nur, das kann ich nachvollziehen. Es gibt kein Grundrecht, dass jeder Millionär ist oder Milliardär. aber ich will sagen, es gibt schon Gründe, zu sagen, dass das Erbgeld und so, ich würde gerne, dass das eingehen, aber ich sage nur, ich finde, es gibt schon, man kann Gerechtigkeit für zwei Winkel ansehen, man kann Gerechtigkeit ansehen, eben zu sagen, ja, was mir ist, darf ich darüber verfügen. Man kann aber auch sagen, es ist ja ungerecht, dass einfach jemand geboren wird, mit einer Milliarde im Arsch und der andere hat nichts. Und sein Vater hat 60 Jahre lang sich den Arsch abgerüppelt und dann nimmt man es einfach wieder weg. Er ist ja dann tot. Und dann nimmt man es ihm halt weg. Er hat es aber gemacht, für seinen Sohn. Ich sage ja, es gibt zwei Sichten über Gerechtigkeit ansehen. Oder man kann sagen, wir sind alle gleich geboren, er scheisse geil, wer unser Vater ist. Es ist ja schön, eine kleine Spiesse zu haben für alle, oder? Aber ich würde gerne, dass das eingehen, was ich will sagen, ist, der Kapitalismus, auch wenn er eben die Blüte treibt, dass man da Milliardäre produziert, wo ja nicht mal gewiss ist, wie schädig das überhaupt zu sein. Wahrscheinlich ist es gar gut. Überhaupt nicht schädig. Genau. Auf jeden Fall. Die kaufen ja mehr Produkte. Ich möchte, ich möchte, ich möchte einen Friedrich-Nabschuss machen, wo uns einig sind. Das ist ein Reizthema. Du weisst, es ist ein Reizthema für mich. Aber ja, ist gut. Aber ich will damit sagen, der Kapitalismus bringt wirklich eben auch die Ärmste Reiche. Und der Sozialismus macht ein paar wenige auch reich, hast du die Militärer genau gleich, einfach illegitim, weil sie nicht wirklich verdient, sondern sie quasi erstollen haben. Und die Armen bleiben arm. Und China ist der lebende Beweis. Und natürlich, ja, kein System ist perfekt. Und das sagt ja niemand, dass Kapitalismus perfekt ist. Aber, obwohl du sagst es wahrscheinlich. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber eben, der Satz nochmal, da glaube ich daran, dass du den gut findest. Und ich finde ihn im Fall auch gut. Ich finde das halt gut. Ich finde nur, ich habe jetzt nur gerade überlegt, was verspricht denn der Sozialismus eigentlich? Der Wohlstand für alle? Und das? Eben nicht nur, aber ja, das allein. Ja, ich meine nicht Kommunismus, sondern Sozialismus. Wohlstand für alle ist die Kernforderung von Sozialismus. Und das ist auch eine gute, ich finde das eigentlich eine gute Forderung. Es ist schön, wenn wir Wohlstand für alle haben. Aber wer schafft das? Das sind bewiesenermassen Geschichten. Und egal, ob man auf den Globus schaut, oder Geschichtsbücher, man sieht, das sind die Länder, gerade alle Wohlstand, ist wohlstandmässig gut, wo Kapitalismus... Je freier das Land ist, desto besser geht es den Leuten. Ja, wobei ich muss sagen, die Schweiz ist mehr reglementiert als die Amerikaner, wobei ich mir nicht ganz sicher. Und in der Schweiz geht es wahrscheinlich schon... Den Leuten in der Schweiz, wo es am schlechtesten geht, sagen wir mal so, wenn ich muss arm wäre, und ich müsste das Land wählen, oder ich würde leben, ist es wahrscheinlich die Schweiz. Also in der Schweiz geht es dir wahrscheinlich besser, als in noch kapitalistischer Ländern. Ja, gut. Okay, jetzt müssten wir nochmal ein Fass aufmachen da. Nur schnell, um das noch kontern. Ich behaupte eben, ich habe das nicht durchstudiert, ganz sicher nicht, aber ich behaupte, dass die Problematik in den USA, dass es dort wirklich viele arme Leute gibt, die halt auch wieder vom Staat am Ende probieren, durchgefüttern zu werden, was auch nicht immer funktioniert, dass halt auch viel damit zusammenhängt, dass halt gleich noch im Hintergrund ein Staat da ist, und denen wird ja auch ganz klar jeden Abend mit den Nationalhymnen etc. klar gesagt, ihr lebt immer noch in diesem Staat, und da hat es einen Präsident, und ihr könnt als Fähnli schwingen, und bla 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 bla, und das nimmt am Schluss am Mensch halt gleich noch irgendwo vielleicht noch die Restmotivation, um zu sagen, ich bin selber für mich verantwortlich. Und ich behaupte, wenn die wüssten, da gibt es gar keinen Trump mehr, und da gibt es gar niemand mehr, der eigentlich auf mich schauen sollte, dann wären vielleicht ein paar Leute anders motiviert, um sich zusammenschliessen, um sich selber supporten, um sich gemeinschaftlich supporten, aber es ist doch das, wenn du weisst, warum laufen heute alle bei uns an den Bettler vorbei? Ich sehe, dass in so vielen Städten laufen die Leute an den Bettler vorbei, weil sie wissen, irgendeiner schaut schon, eben voilà. Und dann kann man sagen, hey, es sind so viele arme Leute, trotzdem, kapitalistischer Staat, ja, wegen dem kapitalistischen Staat, weil der Staat eigentlich sagt, hey, wir geben zwar allen ein bisschen Geld, und so, und alles, und es gibt Reiche, und alles, aber für die Armen irgendwie schauen wir dann gleich noch, und am Schluss gibt man die Verantwortung eben wieder am Staat, und am Schluss geht man auf den Trump, oder auf weiss, ich weiss nicht, auf wer los, und sagt, hey, schaut doch für die Armen, also muss es wieder den Staat richten. Es wird nie allen geholfen werden, nie. Aber ich habe eine gute These gehört gehabt, von jemandem, der gesagt hat, eigentlich, jetzt, z.B. in Brasilien, das bin ich ja gewesen, in Rio, oder, du siehst wirklich Reiche und Arme so nahe ineinander, und du laufst einfach über die Autos entlang, und plötzlich kommt ja so ein SUV mit Töten, Schiebe, und fährt fast über den Haufen, fährlich. Und da muss ich sagen, viert ist es gar im Interesse der Reichen, dass man eine gewisse Umverteilung stattfinden lässt, einfach damit die Reichen nicht einfach müssen wie in einem Gefängnis wohnen. In der Schweiz zum Beispiel muss man nicht mehr Bundesräte in einem Gefängnis wohnen, wir können alle einfach nochmal arbeiten mit dem Zug, und das geht darum, weil es auch die Ärmsten auch Perspektiven haben. Und jetzt in einem Land wie Brasilien, jetzt kann man sagen, es ist sozialistisch, was ich etwas weiss, aber in einem Land wie Brasilien, wo man einfach die Schere aufgehen lässt, wie man ohne jede, also, oder mit mangelnder Regulierung, sage ich mal, oder, das ist ein schwieriger Satz bei dir, mangelnde Regulierung, das ist vielleicht ein friedlicher Soldat. Aber da muss ich sagen, stimmt doch schon, wenn man doch jetzt reich ist in Brasilien, hätte man nicht lieber 20% weniger Geld und dafür könnte man normal rausgehen auf die Strasse und müsste Angst haben, entführt zu werden oder oder das Kind entführt zu werden. Meinst du nicht, dass wenn das besser wäre, dass die das machen würden? Wenn was besser wäre? Wenn die jetzt die Reichen dort merken würden, scheisse, weisst du was, wenn wir uns alle zusammenschliessen und wir geben jedes Jahr fünf Milliarden Arme, dafür können wir entspannt rausgehen. Sobald man ja organisch wächst oder historisch wächst, in der Schweiz ist es so gewächst, oder? Und bei uns kann man wirklich sagen, es ist eine super Lebensqualität, und Christoph Bloch ist vielleicht auch noch eine von der Ausnahmen, weil er sehr kontrovers ist, sich zu verfehlen. Aber grundsätzlich kann eigentlich jeder Schweizer auf die Strasse gehen, in jeder Uhrzeit, durch jede Gasse laufen. Hast du das Gefühl, das sei noch so? Du wohnst da auf dem Land. Ist das so? In Zürich haben wir jetzt ein Mörgerli und so, die haben Angst. Ah, Politiker? Du redest jetzt von Politiker? Ja. Nein, nicht nur, generell. Also, hast du das Gefühl, ein reicher Mann, der Angst hat, dass die Strasse zu laufen, wieder überfallen wird? Ah, okay, wenn du jetzt nur auf Reiche anschaust, oder so. Nein, das hat mit dem nichts zu tun. Aber ich sage nur generell. Ich kann mit einem guten Gefühl rausgehen. Ich würde nur sagen, ich sage mir schon, dass gewisse reiche Leute ein Interesse haben müssen, dass der Schlechter nicht zu schlecht geht. Ich sage nicht, dass sie das nicht tun. Wahrscheinlich haben die Fälle, die wollen ja auch nicht, dass allen schlecht geht. Das ist ja nicht in ihren Antrieb, dass sie reich sind. Aber ich denke nur, dass man dann eine gewisse Umteilung anschauen kann als Wohlfahrtssteigerung für die Reiche. Kann man. Und das schliesst ja... Hey, das ist super schön, dass ich es nicht so könnte. Wir wollen einen super Schluss setzen. Nein, aber ich soll ich aufhören. Nein, nein, ich kann es später machen. Nein, ich wollte ja nur sagen, das ist ja im Libertarismus absolut möglich. Das ist ja sogar erwünscht. Das ist ja sogar erwünscht, dass wenn es jetzt da eine Community gibt, wie man so schön sagt, von Leuten, die geschäftlich gut unterwegs sind, wo es funktioniert, und dann merken die, hey, da hat es jetzt aber gleich, entweder vor dem Tor, vorunter dem Tor unserer Stadt, oder weiss nicht was, hat es da ein paar Tausend Leute, denen geht es nicht so gut, dann ist ja das erwünscht, dass man sagt, schau, wir bauen zwei, drei neue Fabriken, wir können euch gut brauchen, ihr könnt hier arbeiten, dann verdient ihr mehr, dann könnt ihr vielleicht gar mal eine Wohnung kaufen, so und so und so. Das ist ja die Idee von dieser ganzen Übung. In den USA sagt es recht vorbei. Das heisst ja nicht, arme Leute sind verhasst. Im Gegenteil, man will ja jedem die Freiheit geben, zum arbeiten. Gut, aber für das ist es jetzt ein bisschen schön, zu reden, wie soll ich sagen, mehrheit der Menschen denkt es wahrscheinlich so, aber es gibt auch viele Soziopathen, das reicht ja schon. Ja, vielleicht. Ja, klar. Aber in den USA, das Mercedes-Benz tut mir sehr verbreitet, oder da mit dem, wo die Hälfte von, wie hat das heisst, das Pledge, the Pledge, the Giving Pledge, wo ja ganz viele Milliardäre ja gesagt haben, das sind ja bis zum Lebensende, wenn die ihr das Geld ausgeben haben, also in gute Zwecke investiert haben oder eben zumindest die Hälfte von Vermögen weggeben. Und das ist ja wirklich eine schöne Tradition, aber auf die andere, wenn du aber den Spiegel lesest, über das, weil da reden wir vom Spiegel, dann ist das für sie hochproblematisch, dass Sozialhilfe an Privaten vergeben wird, weil die eine unglaubliche Macht, als ob Bill Gates seine 60 Milliarden, was immer der da jetzt schon weggegeben hat, würde auf eine Art weggeben, um seine Macht zu steigern. Und wann schon? Nein, und wann schon? Nein, ich meine, vor allem, weil das ist ja nicht der Antrieb, aber nicht sein ganzes Geld... Vielleicht? Wie du seine Macht steigern, wenn du Impfungen machst in fernen Ländern und... Ja, ist in dem Fall... Den nidere Antrieb zu unterstellen, ist einfach der... Nein, es geht nur darum. Das ist einfach... Das drückt wie das Sozialistische durch im Spiegel. Sie haben Angst, dass der Staat die Hoheit verliert. Wenn plötzlich... Stell dir mal vor, jetzt wird der Blocher oder so, wahrscheinlich macht er das schon, wahrscheinlich spendet er viel Geld, wo wir alle gar nichts davon wissen, weil er es einfach nicht an die grosse Glocke hängt, oder sonst irgendein Milliardär würde plötzlich sagen, hey, in diesem Dorf, alle, weiss nicht was, oder in dieser Stadt, alle armen Leute, die wirklich unter, ich weiss nicht was, unter 1000 Franken pro Monat haben, zum Leben oder so, ich stifte den jetzt einfach jedes Jahr, äh, ein Jahr lang, mal jeden Amittag und Mittag, dann gäbe es von der Linken Aufstände. Wenn du sagst, den Reichen dürfen sich da nicht einmischen. Das muss der Staat machen. Wir nehmen es dann beim Steuern, verheizen, verheizen und gehen es nachher wieder zurück. Das ist billiges Marketing von dem, er hat seine Reputation. Genau. Und wenn er das nur würde machen, weil er sagt, ich habe genug, ich gebe es jetzt jemandem und ich behaupte, ich behaupte, dass viele reiche Leute spenden, behaupte ich mal, sie hängen jetzt nicht an die grosse Glocke, aber ich behaupte, sie machen das. Man will ja auch wieder ablasshandelmässig sein Gewissen ein bisschen reinwaschen, ist ja völlig okay, ist auch menschlich. Aber eben, da kommt ja wieder die Schizophrenie ein, dass dann, wenn das jemand machen würde, dann würde es heissen, es ist Marketing oder der macht das aus denen oder diesen Gründen oder der hat es ja sowieso oder irgendetwas. Aber sie wollen lieber, dass der Staat das macht, weil sie finden, der Staat macht das dann viel fairer und viel besser. Und das ist ja genau das, was dich ja eben nicht, ich sage ja, wir Menschen, oder ich behaupte mal, ein Grossteil von den Menschen hat die Empathie, denkt sozial und zeigt sich, wenn es mir wirklich gut geht, dann will ich gar nicht um mich herum zehn Leute haben, die verhungern, das will ich ja gar nicht. Dann entweder ich mache eine Mauer zu, dann geht es mir aber nicht mehr lang gut wahrscheinlich oder sonst mache ich halt diese Mauer auf und sage, hey, ich überlege mir etwas, nicht einfach Geld verschenken, kann man auch machen, aber ich überlege mich etwas, kann ich die Leute da aussen irgendwie beschäftigen, dann geht es mir noch besser, weil ich noch mehr verdiene und denen geht es auch besser. Und das ist ja der Gedanke vom freien Markt. Und der Sozialist würde einfach sagen, Geld wegnehmen, verteilen und weiter schauen. Notredame, weisst du abbrannt? Notredame, ja genau. Dann haben wir zwei, Renault und Arnault und Pinot, haben glaube ich eh 100 Millionen oder so ungefähr 2 Millionen gespendet und hat es einen riesen Aufschreibe, gell? Das sagt, dass sie es nicht von das aus ausgeben. Habe ich auch nicht verstanden. Also ob sie können entscheiden, dass es, gut, ich finde es ehrlich gesagt auch doof, aber das ist ihr Geld und ihr sollt entscheiden, was wir damit machen. Ja, aber das habe ich eigentlich, das ist ja eben, ganz Facebook, ganz Facebook voll gewesen, wie mit, äh, wieso spenden sie das Geld nicht an arme Kinder? Erstens, du weisst nicht, wie viel Geld sie schon arme Kinder spenden haben. Zweitens, es ist ihres Geld, sie dürfen das Geld von mir aus morgen verbrennen, dürfen es wahrscheinlich vom Staat aus nicht, aber dürften sie im Prinzip von mir aus. Oder sie können sie in Notredame reinputtern, das ist doch scheissegal. Das ist doch scheissegal, es ist ja ihres Geld. Was einfach, was ich, was dämlich an dem Akt ist, ist, dass das Geld jemand, ja, in der Echt jemandem spendet, wo die reichste Organisation von der Welt ist und zwar der Vater Kahn. Das ist dumm, ja, aber wenn das ihnen wichtig ist und die Stadt Paris wahrscheinlich sowieso Schulden ohne Ende hat und die sagen sich einfach, ja, das ist mir wichtig, dass die Kirche wieder dasteht, weil ich will am Morgen zum Fenster raus schauen und die Kirche sehen, ja, dann baue ich sie wieder auf und zahle es. Wo ist denn das Problem? Ich sehe das Problem nicht, ich verstehe das Problem wirklich nicht. Ja, ja, ich sehe noch, dass ich schwache Argumente habe, in gewissen Punkten zu dem, aber ich, ja, ich denke, das ganze... Das sagst du nicht einmal. Ja, weisst du, ich gebe dir auch weitgehend recht, ich einfach, weisst du, rein logisch, vom Ablauf, ich bin ja voll... Ich behaupte, man kann den Gerechtigkeitsbegriff verschieden interpretieren. Wirklich, wie ich es vorher nicht gesagt habe. Man kann es so sehen, der Vater hat jetzt 60 Jahre lang gearbeitet, jetzt wird selber entscheidend, dass das Geld heingeht. Man kann aber auch die ganze Gerechtigkeit so anschauen, dass man kann sagen, der Vater ist unter dem Boden, was er will, was er hat, so ist es vorbei, das interessiert ihn auch nicht mehr, er ist tot. Und es ist dann eigentlich schon richtig, dass die Leute, die aufwachsen, die gleiche Startchancen haben. Wer sagt das? Gott, oder wer sagt das? Du sagst das? Ich rede jetzt von Ethik. Ja, ja, aber Ethik sagt, jeder ist bei Geburt geresettet auf null. Ist das Ethik? Nein, ich sage, ich rede von Gerechtigkeit zu empfinden. Ich glaube, du willst es jetzt nicht aufvollziehen, ich glaube, du kannst es schon aufvollziehen, was ich meine. Nein, aber dann müsste man wirklich sagen, okay, von jetzt an ist jeder Mensch einfach bei null an. Ja, nein, ich wollte mein Aber noch anbringen. Mein Aber ist ja so, wenn ich es so argumentiere, argumentiere ich es so für die Schweiz. In der Schweiz finde ich, dass es ein Stück weit noch gut. Ich finde die Abschaffung der Erbschaftsteuer die dümmste Steuere. Man könnte jede andere Steuere abschaffen. Die Erbschaftsteuer ist die fährste. Was? Aus einem einfachen Grund, oder? Weil am Schluss, nehmen wir mal an, der Staat braucht einfach die Kohle, die er braucht. Ja. Nehmen wir es einfach mal vorne. Ja, 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 der braucht Kohle, ja. Genau, aber nehmen wir jetzt mal an, das ist nicht variabel, der braucht es jetzt einfach. Dann ist es absolut hirnrissig, das Geld zu nehmen, das Geld von den Arbeiter zu zahlen, das die Arbeit so teurer macht. Das wäre teurer gemacht, wenn man dort das Steuere auf die Arbeit macht, ist es absolut bierweich. Und da muss ich sagen, es gibt eigentlich nichts gerechtes, es ist nicht eine hundertprozentige Gewünschteuer. Aber sagen wir jetzt mal, wenn es jetzt also quasi eine Kurve gäbe, je reicher, desto mehr wird weggenommen, dass ich finde, wenn wir jetzt mal, ich sage einfach, wenn wir die Hälfte weg beim Sterben, dass halt auch jemand, der statt total scheissreich geboren wird, halt nur noch scheissreich geboren wird, finde ich jetzt... Wer legt das fest? Was ist für dich reich und was ist scheissreich? Entscheidest du 1 Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen, wer entscheidet das? Was ist statistisch festhalten? Der Linke sagt, 10 Tausend ist zu viel, der Reiche sagt, 10 Millionen ist zu wenig. Ich möchte jetzt politisch argumentieren, ich möchte jetzt philosophisch argumentieren. Und philosophisch argumentiert, kann man ja schon sagen, wenn man ja schon Geld wegnehmen muss, du sagst, man muss gar nicht, aber wir sind jetzt in Systemen, wenn man das Geld wegnehmen muss, dann finde ich, das Geld wegzunehmen von jemandem, der einfach das Glück hat, dass er einen Scheiss, dass er einen Vater mit Geld hat. Aber der Vater hat das Geld auch nicht für den Himmel. Nein, aber der Vater ist hier, der hätte sein Leben geniessen können. Ja, aber warum wollte er Geld anhaufen? Wenn er eine Jacht kaufen wollte, hätte er es gemacht. Er hat Geld angehäuft, dass er es seinem Kind geben kann. Nein, vielleicht kommt das Kind ja die Jacht über. Darfst du ja dann auch nicht? Nein, aber das sage ich auch. Er hat einfach Geld anhäuft, um es den Kindern zu geben. Und wenn auch, er kommt rein. Was? Stimmt doch nicht. Er gibt halt nur 50 Prozent. Dafür musste er vorne keine Steuern zahlen, weil für keine Mehrwertsteuer, keine sowieso. Oder? Wenn man es doch irgendwo wegnehmen muss, wenn man doch sagen, man muss es irgendwo wegnehmen, ist, ich sage nicht, man soll es oben draufdeckeln und jetzt auch noch die Hälfte nachher noch wegnehmen. Ich rede jetzt von allen Steuern, von den fairen, sagen wir eine fairen Steuern. Okay, die fairen Steuern, finde ich, ist eine reine, entweder eine Umsatzsteuer oder eine Luxussteuer. Aber das ist ja eigentlich. Erbschaftssteuer ist eigentlich eine Luxussteuer. Nein, nein, nein. Das heisst, wenn ich grundsätzlich keine Einkommenssteuer, Steuern auf Unternehmen, finde ich sowieso das allerletzte, verstehe ich überhaupt nicht, warum Unternehmen Steuern zahlen müssen. Sonst zahlt es der Konsument. Voilà, das bringt nichts. Der Lohn wird ja schon versteuert, der Gewinn vom Unternehmer wird auch versteuert und das Unternehmen selber macht nochmal Gewinn und muss auch noch Steuern zahlen. Das ist völlig wieder weg. Darum bin ich Einzelfirma, da muss nur ich versteuern. Ja. Aber eben. Keine Einkommenssteuer, keine Unternehmenssteuer, nur eine Ausgabensteuer, dann kannst du das nämlich wirklich selber, aber du selber steuern und kannst sagen, das ist im Prinzip Mehrwertsteuer, ja. Und dann könnte man sie noch abstaffeln, ist ein bisschen schwammig, aber könnte man sagen, was unter Luxusgüter fällt, ist schwierig, das zu definieren. Ich weiss, dass dort dann noch der Satz ein bisschen angehoben wird. Dann kann man wirklich sagen, okay, wenn einer ein Leben lang einfach arbeitet, einfach arbeitet, arbeitet, sich nichts leistet, ausser und ein Velo und ein Bett und ein Ding, dann zahlt er keine Steuern. Egal, wie viel Geld das er auf der Seite hat, dann ist er halt einfach ein sparsamer Mensch, schön und gut. Wenn einer aber findet, ich muss jedes Jahr ein Ferrari kaufen, dann zahlt er halt viel Steuern. Gut, wenn er das Steuern dann zahlt, dann wird das Geld dann mal konsumieren. Wird er mit dem Geld mal konsumieren? Ja, natürlich. Wenn er dann sein Sohn oder so. aber wenn du nur auf dem Minimum lebst, zahlst praktisch keine Steuern. wer mehr konsumiert, zahlt mehr. Aber findest du nicht, dass der Erbschaftsteuer noch gerechter wäre, weil er dann nicht mehr Steuern zahlen muss, sondern einfach seine Nachkommen, die gar nichts beigetragen haben, zum Glück, dann die Mehrwertsteuer würden zahlen? Nehmen wir jetzt mal an, jemand ist scheissreich, 100 Millionen hat er, und jetzt wird er 50 Millionen konsumieren und er zahlt jetzt sage ich mal 25 Millionen Mehrwertsteuern auf das. Das ist so in der Zahl. Findest du nicht gerechter, dass die 25 Millionen dann fällig werden, wenn er stirbt und Erfahrene nichts hat zahlen müssen? Ich finde den Gedanken komisch. Ich finde den Gedanken komisch. Wieso? Weil, ich rede jetzt aus dieser Sicht, weil ich jetzt seit einem Jahr Vater bin und das hat mir im Kopf alles umgedreht. Das heisst, jetzt wird es kritisch, dann kann ich nichts mehr zu trinken. Nein, ist gut. Ist gut, ist gut. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Vater geworden bin, habe ich bei jedem Rappen, den ich erwirtschaftet habe, habe ich mir überlegt, was kaufe ich für mich, vielleicht für meine Freundin, für uns zusammen mit diesem Geld. Das war meine Überlegung. Seit meine Tochter da ist, überlege ich mir, mein erster Gedanke bei jedem Rappen, den ich erwirtschaftet habe, ist, was kaufe ich jetzt oder in Zukunft meiner Tochter oder was kann sie mit diesem Geld machen. Und ich sehe nicht, warum ich mir jetzt 20 Jahre bis sie auf eigenen Füssen stehe, sollte den Arsch abkrüppeln auf gut Deutsch, Geld probieren anzuhaufen im Schweissen meines Angesichts und am Schluss kommt der Staat und sagt, danke, dass du geschaffen hast. Moment. Deiner Tochter nehmen wir sie jetzt wieder weg. Das ist ein Denkfehler. Ich bin gespannt. Nehmen wir mal an, du wirst jetzt, du hast keine Abschaftssteuer, aber du wirst jetzt, einfach mal eine Zahl, in den nächsten 30 Jahren, wo du noch produktiv tätig bist, wird dir einfach 30, er wird dir einfach ein Million, insgesamt jedes Jahr 30'000, insgesamt ein Million Franken Mehrwertsteuer weggenommen. Nur, wenn ich es ausgabe. Nur, wenn ich Luxus kaufe. Okay, das stimmt. Aber genau, aber dann muss man sagen, das ist insofern wirtschaftsfindlich, ich will ja nachher dann den Konsum nicht, gut, aber dann verbrauchst du deine Tochter, oder? Sie kann mit dem Geld machen, was sie will. Genau, aber dann ist es ja, genau, aber dann ist es ja nicht der Gleichweite. Am Schluss, wenn man, Geld, wo man nichts damit macht, ist ja, in dem sind auch nichts wert. Wenn man nichts damit macht, dann geht es um ein Bankkonto. Nein, aber ich kann ihr, wenn ich in gefühlten, weiss nicht was, 30, 40 Jahren irgendwann gegangen, sofern der Planet nach 12 Jahren trotz CO2 noch existiert, wissen wir ja noch nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich in 40 Jahren dann irgendwann einmal den Schirm zutue, und dann möchte ich doch meiner Tochter ein Päckchen übergeben, und zwar das Päckchen, das ich für sie geschnürt habe, damit sie entscheiden kann, ob sie jetzt mit dem sofort zu Tesla rennen und das neuste Auto kaufen will, oder ob sie sagt, ich gehe jetzt mit dem noch irgendwo in die USA einen Sprachaufenthalt, oder ich mache noch das, oder ich mache noch dieses, und dann möchte ich nicht, dass ich das Päckchen schnüre, und sie kommt dann stehen, und sagt, ich habe den Haken gefunden, weil die Geschichte, du mir jetzt erzählst, da fällt gar keine Steuere an, weder bei dir, noch bei ihr, bei niemandem, und natürlich, nein, weil bis in den nächsten 40 Jahren werde ich immer noch Auto kaufen, ich werde immer noch Essen kaufen, ich werde noch in die Ferien gehen, ich werde immer Steuere zahlen, ich will ja sagen, aber wenn wir jetzt mal sagen, du würdest die Selbststeuere nicht zahlen müssen, dann würdest du jedes Jahr 30'000 Franken sparen, weil du die Steuere nicht zahlen musst. Dann stirbst du nach 30'000 oder 40'000 Jahren, und dann wird es fällig, was dann übrig ist, für die Nächsten, ist übrig. Das ist für mich gerechter, weil dann hat der, der es erwirtschaftet hat, keine Steuerefolge, aber danach nur die Hälfte unter dem Strich ist es gleich. Vielleicht ist es unter dem Strich gleich, ich finde es psychologisch nicht wahnsinnig sexy, ich finde es nicht wahnsinnig sexy, wenn ich sage, ich richte ein Sparkonto ein für meine Tochter und am Schluss kommt der Staat und sagt, danke vielmals. Aber du kannst auch mehr auf das Sparkonto, weil du selber dann mehr Geld konzumieren kannst. Ja, aber ich sage ja, ich finde die Idee nicht sexy. Es ist aber wirtschaftlich interessanter, weil der Konsum gefördert wird. Weil du weisst, nachher wird das, was übrig bleibt. Ja, aber das ist ja noch schlimmer. Eben, dann überlegst du vielleicht, wenn du jetzt nicht ein wahnsinnig sozialer Mensch bist oder so, denkst du vielleicht, was soll ich das noch vererben, wenn nachher der Staat kommt und die Hand aufmacht, dann kaufe ich lieber mir jetzt noch vorher ein Auto. Moment, aber wenn du jetzt sozial bist, kann es egal sein, wer überhaupt etwas erbt. Jetzt wird es ja logisch unschlüssig. Nein, eben, nicht so sozial meiner Tochter gegenüber, oder? Wenn ich jetzt würde sagen, okay, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ja, aber dann würdest du dann auch sonst machen, oder? Dann würdest du einfach weniger vererben. Nein, wenn ich jetzt sage, wenn du unsozial bist, vererbst du ja wenig, weil du denkst, es ist egal, was mit dir ist. Jetzt kannst du ja nicht auswählen, wie viel du das vererbst, das ist alles gesetzlich geregelt. Ja, aber du hast nicht so viel übrig, kannst du es verhuren, kannst du es... voilà, wenn ich jetzt weiss, ich habe jetzt 100'000 Franken angesammelt, ja, und ich will dir das geben, ähm, und ich weiss, aber von den 100'000 kommt der Staat sowieso und nimm die 50'000 weg. Dann sage ich mir vielleicht vorher schon, weisst du was, für die 50'000 kaufe ich mir jetzt noch ein Auto, oder? Wie immer, ich bleibe, ich bin der Meinung, wenn man von Gerechtigkeit redet, müssen wir den, was erwirtschaftet, schadlos lassen, und die nächste Generation, weiss, wer es ausgibt, den muss man bestrafen, den muss man bestrafen, den muss man bestrafen. Ja, aber so, wenn man den Konsum bestrafen, ist ja komisch. Also bestrafen, sonst ist es teuer, 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 die braucht es ja sowieso nicht. Aber dann finde ich, sollte man eh nur den Konsum ankurbeln, also, ist ja gleich, aber in jedem Fall, ich würde einfach sagen, die ganze Gerechtigkeitsdebatte liegt wahrscheinlich an dem ganzen Unterschied zwischen dir und mir, Libertarismus, oder oder mein Bild von der Gesellschaft, das ein bisschen schwämmiger ist, ein bisschen unschlüssiger, was die Lösung ist, das liegt wahrscheinlich am Schluss begreben, in dem, wie du den Begriff Gerechtigkeit definieren. Da habe ich das Gefühl. Neben allem anderen, Effizienz und die Geschichte, die auch noch dazu kommt. Ja, klar, eben. Entweder man sagt, jeder Mensch soll von Anfang an diegleiche, es gibt ja den schönen, wir kommen vom Hundertstel ins Tausendster, aber entweder man sagt, es gibt Ausgangslage-Gleichheit, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, oder man sagt, man will, dass das Resultat das Gleiche ist. Und der Sozialismus, weil das Resultat das Gleiche ist, ich bin dafür, dass alle die gleiche Ausgangslage haben. Gut, jetzt kannst du sagen, okay, dann musst du das, dann musst du das beim Staat. Ausgleich für Startchance. Ja, aber das mit der Erbschaftssteuer, das muss man einfach weglassen, weil dann muss man sagen, das hat jemand für seinen Nachfolger, seinen offiziellen, legitimen, biologischen Nachfolger erwirtschaftet. Ja, aber das ist die Frage, wie man Gerechtigkeit definiert, dass einfach jemand, weil er biologisch, zufällig am rechten Arzt geboren ist, nach einer Kalle hat. Weil was du willst, ist egal, weil du bist dann tot. Oder? Und das ist auch ein Anmass, ich zeige über den Tod hinaus. Nein, aber du erwirtschaftest es ja wieder, als wenn ich alleine auf dem Planeten wäre, ich hätte keine Freundin und keine Tochter, dann würde ich vielleicht jetzt hinterlehnen und sage, jetzt gehe ich noch 20 Jahre in die Ferien und nachher gehe ich. Also ich habe keine Freundin und keine Tochter und ich mache es trotzdem nicht. Dann bist du motiviert, du bist in der drinnen, du bist motiviert. Oder ein Vollidiot. Nein, das ist super, das ist ja alles cool, das ist ja alles gut. Aber ich sage ja nur, du hast ja eine andere Motivation, vielleicht baut ja jemand ein Unternehmen nur auf, weil er das und das will seiner Familie seinen Nachfolger weitergeben. Das darf man auch nicht ausser Acht lassen. Das macht nicht jeder, der es in einem Unternehmen aufbaut, baut es einfach auf, weil er einfach ums Verrecken allein will der Multimilliardär sein. Du denkst einfach anders. Wenn du Kinder hast, denkst du anders. Du denkst für die Kinder. Genau, das habe ich auch schon gehört. Das ist ja so. Das ist ja so. Also wenn ich jetzt wählen könnte, dass es meiner Tochter gut geht und mir scheisse, dann würde ich das machen. Heute würde ich es machen. Und nicht umgekehrt. Dann würde ich nicht sagen, ich bin jetzt da, ich habe das alles erwirtschaftet, dann sollen sie selber schauen. Von diesem Virus bin ich noch nicht befehlen worden. Ja, das ist, das verträgt einem das Hirn, aber in eine gute Richtung, in eine gesunde Richtung. Meinst du? Meine ich, ja. Ich habe jetzt einen Blogartikel gelesen, das ist schon zehn Jahre her, eine Journalistin vom Tagesanzeiger hat gesagt, sie hat selber vier Kinder. Sie hat gesagt, die Eltern sagen immer, Kinder sind das allerschönste in ihrem Leben. Und dann müssen sie zustimmen, hat aber massgeblich damit zu tun, dass man sonst nicht mehr sehr viel Schönes erlebt. Sollen wir es mit dem auch runden? Das ist, das ist ein bisschen... Auf so einer positiven Noten. Ja, das finde ich sehr, sehr pessimistisch. Sie hat auch damit zu tun. Das sehe ich überhaupt nicht so. Aber er hat auch eine Fünken-Wahrheit. Ja, ja, komm, lassen wir es gut. Jetzt haben wir... Ich würde sagen, ja, ist das super schwächer. Kommt, Brofist. In diesem Fall einen schönen Abend und ich bin tot kaputt. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin auch bestwertig und jetzt wird es doch langsam warm. Ich hätte gerne wieder mal das Ende gemacht, aber jetzt kommt ja der Hitze, Jahrhundert, Jahrtausend, Sommer wieder mal. Ja, genau, wieder kommt ja da. Klima-Wärmung fürs Zuhören. Ja, wenn wir wieder warten, bis es Herbst ist oder bis es wieder früller wird. Und sonst müssen wir da irgendwie ein Fenty hinstellen. dann können wir da bis es wieder früller wird. Ja, bis es wieder früller wird. Ja, bis es wieder früller wird. 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 Vielen Dank.